vor langer zeit in den jahren meiner jugend in den jahren der unwiederbringlich verflogenen kindheit war es mir immer eine lust mich zum erstenmal einem unbekannten orte zu nähern ganz gleich ob es ein dörfchen ein armes kreisstädtchen ein kirchdorf oder ein flecken war mein neugieriger kindlicher blick entdeckte da immer viel interessantes jedes gebäude alles was nur den stempel von besonderem trug fesselte und erstaunte mich ein steinernes regierungsgebäude von der bekannten architektur mit den vielen falschen fenstern das einsam inmitten eines haufens aus balken gezimmerter einstöckiger bürgerhäuschen ragte eine regelmäßige ganz mit weißblech gedeckte kuppel über einer schneeweißen kirche ein markt oder ein provinz dandy der im städtchen auftauchte nichts entging der frischen scharfen aufmerksamkeit die nase aus dem reisewagen herausgestreckt betrachtete ich den mir noch unbekannten schnitt irgendeines rockes die hölzernen kisten mit nägeln mit schwefel der aus der ferne gelb leuchtete mit rosinen und seife die in den türen eines gemüseladens neben den gläsern mit ausgetrocknetem moskauer konfekt prangten ich betrachtete mit der gleichen aufmerksamkeit den vorbeigehenden infanterieoffizier der gott weiß aus welchem gouvernement in diese langweilige provinz verschlagen war und den kaufmann in langem überrock der in einer leichten droschke an mir vorüberflog und ich folgte ihnen mit meinen gedanken in ihr elendes dasein ging ein kreisbeamter an mir vorbei so fragte ich mich gleich wohin er wohl gehen möge ob zu einer abendunterhaltung bei einem seiner kollegen oder direkt zu sich nach hause um erst ein halbes stündchen solange die abenddämmerung noch nicht angebrochen ist draußen vor der haustüre zu sitzen und sich dann mit seiner mutter seiner frau und der schwester dieser frau ans frühe abendessen zu setzen und worüber sie wohl sprechen werden wenn das leibeigene mädel mit den perlen gehängen oder ein junge in dicker joppe nach der suppe ein talglicht in dem alten hausleuchter hereinbringt wenn ich mich dem dorfe irgendeines gutsbesitzers näherte betrachtete ich neugierig den hohen schmalen hölzernen glockenturm oder die breite dunkle alte hölzerne kirche einladend schimmerten durch das laub der bäume das rote dach und die weißen schornsteine des herrenhauses und ich wartete mit ungeduld dass die es verdeckenden gärten zu beiden seiten zurücktreten und das haus mit seiner damals durchaus nicht banalen fassade heute sind die fassaden leider nicht mehr so zum vorschein käme und ich suchte zu erraten was für ein mensch der gutsbesitzer und ob er dick sei ob er söhne oder ganze sechs töchter mit hellem mädchenlachen und ewigen spielen habe von denen die jüngste immer wunderhübsch ist ob sie schwarze augen haben und ob er selbst ein lustiger patron sei oder immer düster wie die letzten septembertage in den kalender schaue und über korn und weizen spreche was für die jugend so langweilig ist heute nähere ich mich gleichgültig jedem unbekannten dorfe und betrachte gleichgültig sein abgeschmacktes äußere mein abgekühlter blick fühlt sich ungemütlich nichts bringt mich zum lachen was in vergangenen jahren eine lebhafte bewegung in meinem gesichte geweckt was mich zum lachen oder reden gereizt hatte gleitet jetzt an mir wirkungslos vorüber und meine unbeweglichen lippen bewahren ein teilnahmsloses schweigen o meine jugend o meine einstige frische während tschitschikow über den spitznamen den die bauern plushkin verliehen hatten nachdachte und innerlich lachte merkte er gar nicht wie er mitten in ein ausgedehntes kirchdorf mit einer menge bauernhäuser und straßen geraten war bald wurde er jedoch darauf durch ein ordentliches rütteln aufmerksam gemacht das vom knüppelpflaster herrührte und gegen welches das städtische pflaster gar nichts ist die balken hoben und senkten sich wie die klaviertasten und der unachtsame reisende bekam entweder eine beule im nacken oder einen blauen fleck auf der stirne oder es kam auch vor daß er sich mit den eigenen zähnen sehr schmerzhaft in die spitze seiner eigenen zunge biß tschitschikow nahm an fast allen gebäuden des dorfes eine eigentümliche morschheit wahr die balken der wände waren dunkel und alt viele dächer waren durchscheinend wie siebe von vielen war außer dem firstbalken oben und rippenstangen an den seiten überhaupt nichts übrig geblieben es sah so aus als hätten die bewohner selbst die bretter und schindeln heruntergeholt in der natürlich durchaus richtigen erwägung daß man bei regenwetter die häuser nicht deckt daß sie bei trockenem wetter auch so keinen tropfen durchlassen und daß man sich mit seinem weibe nicht unbedingt zu hause vergnügen muß wo es doch genügend platz wie in der schenke so auch an der landstraße kurz überall gibt die fenster waren sämtlich ohne scheiben einige waren nur mit gras oder kleidungsstücken verstopft die von brüstungen umgebenen kleinen altane unter den dächern die gott weiß zu welchem zweck an vielen russischen bauernhäusern angebracht werden waren schief und dunkel geworden und wirkten nicht einmal malerisch hinter den häusern erhoben sich reihenweise riesengroße getreideschober die anscheinend schon lange dastanden ihre farbe erinnerte an alte schlecht gebrannte ziegelsteine oben wuchs auf ihnen allerlei unkraut und an der seite sogar hie und da ein strauch das getreide gehörte offenbar dem gutsbesitzer zwischen den getreideschobern und den morschen dächern ragten bald rechts und bald links je nach den wendungen die der wagen machte zwei dorfkirchen dicht nebeneinander in die heitere luft die eine aus holz und nicht mehr benutzt die andere aus stein mit gelben mauern voller flecken und risse hier und da blickte das herrenhaus durch das schließlich ganz sichtbar wurde an der stelle wo die häuserei aufhörte und statt ihrer ein leeres von einem niederen stellenweise zerbrochenen zaune eingefasstes gemüse oder kohlfeld kam dieses seltsame ganz ungewöhnlich lange palais sah wie ein altersschwacher invalide aus stellenweise hatte es nur ein geschoß und stellenweise zwei auf dem dunklen dache das dem alter nicht überall sicheren schutz bot ragten einander gegenüber zwei aussichtstürme beide schief und der farbe mit der sie einst bedeckt gewesen beraubt die mauern zeigten hier und da das hölzerne gitterwerk von dem der mörtel abgefallen war und schienen nicht wenig von regen stürmen und herbstlichen wetterstürzen gelitten zu haben von den fenstern standen nur zwei offen die übrigen waren mit läden verschlossen und zum teil sogar mit brettern vernagelt auch die beiden erwähnten fenster waren ihrerseits halb blind und auf dem einen prangte ein aufgeklebtes dreieck aus blauem zuckerpapier nur der ausgedehnte alte garten hinter dem hause der sich über das dorf hinaus erstreckte und schließlich in den feldern verlor verwildert und vernachlässigt schien allein dieses große dorf zu beleben und bot in seiner malerischen verwilderung den einzigen schönen anblick in grünen wolken und unregelmäßigen aus zitterndem laube bestehenden kuppeln hoben sich die ineinander gewachsenen wipfel der in freiheit verwilderten bäume vom himmel ab der weiße kolossale stamm einer birke die von einem sturm oder gewitter ihres wipfels beraubt worden war ragte aus diesem grünen dickicht empor und rundete sich in der luft wie eine glänzende regelmäßige marmorsäule die schiefe spitze bruchstelle die sie oben statt eines kapitals bekrönte saß auf dem blendenden weiß wie eine mütze oder wie ein schwarzer vogel der hopfen der unten die holunder ebereschen und haselnußstauden erstickte und dann längs des zaunes kletterte lief den birkenstamm hinauf und umrangte ihn bis zur mitte nachdem er die mitte erreicht hatte fiel er von da ab und klammerte sich zum teil an die wipfel anderer bäume fest oder hing zum teil in feinen zähen ranken die in der luft leise bebten herab das von der sonne beschienene grüne dickicht öffnete stellenweise einen ausblick in die unbeleuchtete tiefe die wie ein dunkler rachen gähnte sie war ganz vom schatten umschlungen und in der schwarzen tiefe schimmerten kaum sichtbar ein schmaler fußpfad ein eingestürztes geländer eine baufällige laube ein hohler morscher weidenstamm graues akaziengebüsch das hinter der weide seine in der furchtbaren enge verdorrten durcheinander geflochtenen und gekreuzten blätter und äste hervorstreckte und schließlich ein junger ahornast dessen tatzenförmige blätter seitwärts hervorlugten und von denen das eine von der gott weiß wie so hineingeratenen sonne durchdrungen durchsichtig und feurig in diesem dichten dunkel glühte etwas seitwärts am rande des gartens trugen einige hohe alle anderen bäume überragende espen auf ihren zitternden wipfeln riesige krähen nester einige von ihnen ließen abgebrochene doch noch nicht ganz losgelöste äste mit den verdorrten blättern herabhängen mit einem worte alles war so schön wie es sonst weder die natur noch die kunst zu erfinden vermögen und wie es nur dann der fall ist wenn sie sich miteinander verbünden wenn die natur über das oft sinnlos aufgetürmte menschenwerk mit seinem meißel nachgefahren ist die schweren massen leichter gemacht die rohe symmetrie und die dürftigen lücken vernichtet hat durch die der unverhüllte nackte plan hervorlugt und allem was in der kühle abgemessener genauigkeit und reinlichkeit entstanden ist eine wunderbare wärme verliehen hat nach einer oder zwei wendungen kam unser held dicht vor das haus das jetzt einen noch traurigeren eindruck machte das morsche holz des tores und zaunes war schon vom grünen schimmel überzogen eine ganze menge sichtlich zerfallender baulichkeiten gesinde gebäude scheunen und schuppen füllte den hof alles zeugte davon daß hier einst eine große wirtschaft betrieben worden war und alles blickte jetzt düster drein nichts belebte das bild weder sich auftuende türen noch aus den häusern tretende menschen noch irgendwelche lebendige hausarbeit nur das haupttor allein stand offen und auch das nur aus dem grunde weil eben ein bauer mit vollbeladenem mit bastmatten zugedecktem wagen wie eigens zur belebung dieser ausgestorbenen städte hereingefahren war zu anderer zeit war wohl auch dieses tor fest verschlossen denn in der eisernen klammer hing ein riesengroßes vorhängeschloß vor einem der gebäude bemerkte tschitschikow eine gestalt die mit dem bauern der eben mit seinem wagen gekommen war sofort streit anfing lange konnte er das geschlecht dieser gestalt nicht erkennen ob es ein mann oder ein weib war die kleidung die sie anhatte war höchst unbestimmt und glich am ehesten einem frauen morgenrock auf dem kopfe hatte sie eine spitze haube wie sie die leibeigenen bauernweiber zu tragen pflegen nur die stimme kam ihm für ein frauenzimmer etwas zu rauh vor weiß gott ein weibsbild sagte er sich fügte aber gleich hinzu weiß gott doch kein weibsbild natürlich ein weibsbild sagte er endlich nachdem er die gestalt genauer betrachtet hatte auch die gestalt musterte ihn ihrerseits ebenso aufmerksam der gast erschien ihr wohl wie ein wunder denn sie musterte nicht nur ihn sondern auch selifan und die pferde vom schwanze bis zur schnauze nach dem schlüsselbund den sie am gürtel hängen hatte und den kräftigen schimpfworten mit denen sie den bauern traktierte schloß tschitschikow dass es die wirtschafterin sein müsse hör mal mütterchen sagte er aus dem wagen steigend ist der herr er ist nicht zu hause unterbrach ihn die wirtschafterin ohne das ende der frage abzuwarten nach einer weile fügte sie hinzu was wollen sie denn es ist eine geschäftliche angelegenheit dann treten sie bitte ins haus sagte die wirtschafterin sie wandte ihm ihren rücken zu der mit mehl beschmiert war und etwas tiefer ein recht großes loch hatte tschitschikow trat in den großen dunklen flur aus dem es ihn kalt wie aus einem keller anwehte aus dem flur kam er in ein ebenso dunkles zimmer das nur aus dem breiten spalt unten an der türe sein licht erhielt er öffnete diese türe und kam in einen hellen raum die hier herrschende unordnung machte ihn stutzig es sah so aus als ob man im ganzen hause die böden scheuerte und sämtliche möbel zeitweise hier untergebracht hätte auf dem einen tisch stand sogar ein zerbrochener stuhl und neben diesem eine uhr deren pendelstille stand und an denen eine spinne bereits ihr gewebe befestigt hatte hier stand auch an die wand gelehnt ein schrank mit altertümlichem silber karaffen und chinesischem porzellan auf dem sekretär dessen perlmuttermosaik stellenweise herausgefallen war und nur gelbe mit trockenem leim gefüllte lücken zurückgelassen hatte lag allerlei kram durcheinander ein haufen eng beschriebener zettel unter einem grün angelaufenen marmornen briefbeschwerer mit einem kleinen ei oben ein altertümliches buch in ledereinband mit rotschnitt eine ganz ausgetrocknete zitrone kaum größer als eine walnuss eine abgebrochene sessellehne ein mit einem brief zugedecktes likörglas mit einer flüssigkeit in der drei fliegen schwammen ein stück siegellack ein kleiner irgendwo aufgelesener lumpen zwei mit tinte beschmierte schreibfedern so trocken wie wenn sie die schwindsucht hätten und ein gelber zahnstocher mit dem sein besitzer wohl noch vor der invasion der franzosen in moskau in seinen zähnen gestochert hatte an den wänden hingen ohne jedes system mehrere bilder eng durcheinander ein vergebter stich der irgendeine schlacht darstellte mit riesengroßen trommeln schreienden soldaten mit dreispitzen auf den köpfen und ertrinkenden pferden der stich steckte in einem mahagoni rahmen mit schmalen bronzestreifen und runden bronzeverzierungen an den vier ecken doch ohne glas neben ihm nahm ein riesengroßes fast schwarzes ölbild auf dem blumenfrüchte eine zerschnittene melone ein wildschweinkopf und eine mit dem kopf nach unten hängende ente dargestellt waren die halbe wand ein von der mitte der decke hing ein in einem leinensack steckender kronleuchter herab der so furchtbar verstaubt war dass er dem kokon einer seidenraupe glich in einem winkel des zimmers war ein haufen von gröberen gegenständen aufgestapelt die es wohl nicht verdienten auf dem tische zu liegen was sich alles in diesem haufen befand war schwer zu sagen denn das ganze war so dick mit staub bedeckt dass jede hand die die sachen berührte sofort eine art handschuh bekam am deutlichsten waren darin ein abgebrochenes stück von einer hölzernen schaufel und eine alte stiefelsohle zu unterscheiden man würde niemals glauben daß dieses zimmer von einem lebenden wesen bewohnt werde wenn nicht eine alte abgetragene mütze die auf dem tische lag davon zeugte während tschitschikow die seltsame ausstattung des zimmers studierte ging eine seitentüre auf und die gleiche wirtschafterin die er schon auf dem hofe gesehen hatte trat ins zimmer nun merkte er aber daß es eher ein hausverwalter als eine wirtschafterin war eine wirtschafterin pflegt sich wenigstens nicht den bart zu rasieren dieser aber rasierte sich den bart und zwar wohl sehr selten denn das ganze kinn und die untere hälfte der wange glichen einer drahtbürste mit der man die pferde zu striegeln pflegt tschitschikow nahm einen fragenden ausdruck an und wartete mit spannung was der hausverwalter ihm wohl sagen würde der hausverwalter wartete seinerseits was ihm tschitschikow sagen wollte diese beiderseitige verlegenheit machte tschitschikow stutzig und er entschloss sich zu fragen wo ist denn der herr zu hause hier ist der herr sagte der hausverwalter wo denn wiederholte tschitschikow sind sie denn blindväterchen sagte der hausverwalter der herr bin doch ich unser held trat hier unwillkürlich einen schritt zurück und sah den mann genauer an er hatte schon verschiedene leute gesehen und selbst solche die meine leser und ich wohl nie zu gesicht bekommen werden aber etwas derartiges hatte er noch nie gesehen das gesicht bot eigentlich nichts besonderes es war fast so wie es viele magere greise haben nur das kinn trat etwas weit vor daß er es immer mit einem taschentuch zudecken mußte um es nicht voll zu spucken die kleinen äuglein waren noch nicht erloschen und bewegten sich unter den buschigen augenbrauen wie die mäuse wenn sie ihre spitzen schnäuzlein aus den dunklen löchern hervorstecken mit gespitzten ohren und zitternden schnurrbarthaaren ausspähen ob nicht irgendwo ein kater oder ein mutwilliger junge lauere und argwöhnisch die luft beschnuppern viel bemerkenswerter war seine kleidung man könnte wohl durch keine mühe und keine mittel feststellen woraus sein schlafrock zusammengesetzt war die ärmel und die schöße waren dermaßen speckig dass man sie für juchtenleder halten konnte aus dem man stiefel macht hinten hatte er statt zweier vier schöße hängen aus denen die baumwolle in knäueln herausquoll um den hals hatte er etwas gewickelt von dem man nicht sagen konnte ob es ein strumpf ein strumpfband oder eine bauchbinde war jedenfalls war es kein halstuch mit einem worte hätte ihn tschitschikow in diesem kostüm irgendwo vor einer kirchentüre getroffen so hätte er ihm sicher eine kupfermünze gegeben denn zur ehre unseres helden muß gesagt werden daß er ein mitleidiges herz hatte und sich niemals enthalten konnte einem armen menschen eine kupfermünze zu geben vor ihm stand aber kein bettler sondern ein gutsbesitzer dieser gutsbesitzer besaß über tausend leibeigene seelen und man müßte lange nach einem zweiten suchen der solche vorräte an getreide und mehl hätte dessen vorratskammern scheunen und tennen mit der gleichen menge von leinwandtuch gegerbter und ungegerbter schaffälle getrockneter fische gemüse und schwemme aller art angefüllt waren jeder der nur in seinen arbeitshof hineinblickte wo riesenvorräte von holzwaren und geschirr jeder art die niemals in gebrauch kamen aufgestapelt waren müßte sich auf den moskauer holzmarkt versetzt glauben wohin sich alltäglich die tüchtigen schwiegermütter von ihren köchinnen gefolgt begeben und wo ganze weiße berge von genagelten gedrechselten geflochtenen und gebastelten holzwaren schimmern fässer halbfässer zuber büchsen kannen mit und ohne nasen krüge behälter in denen die weiber ihre waschlappen und sonstigen kram verwahren kästen aus dünnen gebogenen espenbrettern gefäße aus birkenrinde und viele andere dinge die das reiche wie das arme russland braucht wozu brauchte aber pluschkin eine solche menge derartiger erzeugnisse seinen lebtag könnte er sie nicht mal in den beiden großen gütern die er hatte aufbrauchen aber auch das schien ihm noch zu wenig er gab sich mit diesem besitz nicht zufrieden jeden tag ging er in die straßen seines dorfes blickte unter alle brückchen und stege und nahm alles was ihm in die augen fiel mit eine alte schuhsohle einen weiberlumpen einen eisennagel einen topfscherben und tat es in den haufen den tschitschikow im winkel seines zimmers bemerkt hatte da geht der fischer schon wieder auf den fang sagten die bauern wenn sie ihn so gehen sahen und in der tat hinter ihm brauchte man die straße nicht mehr zu kehren wenn ein vorbeifahrender offizier zufällig einen sporen verlor so wanderte dieser sofort in den bewussten haufen wenn ein bauernweib beim brunnen ihren eimer vergaß so schleppte er auch den eimer weg wenn ihn übrigens ein bauer dabei ertappte so widersprach er nicht und gab den geraubten gegenstand wieder heraus war aber der gegenstand schon in den haufen geraten dann war es aus er schwor dass der gegenstand sein eigentum sei dass er ihn dann und dann und von dem und dem gekauft oder von seinem großvater geerbt habe auch in seinem zimmer hob er alles vom boden auf was er nur sah ein äntchen siegellack ein fätzchen papier ein federchen und legte alles auf den sekretär oder auf die fensterbank und doch gab es eine zeit wo er nur ein sparsamer hausherr gewesen war er hatte eine frau und eine familie gehabt und mancher nachbar suchte ihn auf um bei ihm zu mittag zu essen seine belehrungen zu hören und von ihm die kunst der hauswirtschaft und weise sparsamkeit zu lernen alles floß lebendig und im gleichtakt dahin die mühlen und die walkwerke bewegten sich die tuchfabriken hobelbänke und webstühle arbeiteten in alles drang das scharf blickende auge des hausherrn ein und wie die fleißige spinne lief er unruhig doch tätig von einem ende seines spinngewebes zum anderen seine gesichtszüge spiegelten keine allzu starken gefühle wieder doch aus seinen augen lugte klugheit hervor seine worte zeugten von erfahrung und weltkenntnis und der gast hörte ihm mit vergnügen zu die gesprächige und freundliche hausfrau war wegen ihrer gastfreundschaft berühmt der gast wurde von zwei lieblichen blonden töchtern empfangen die so frisch waren wie zwei rosen sein söhnchen ein aufgewecktes kind lief jedem gast entgegen und küßte ihn ohne danach zu fragen ob es diesem angenehm war oder nicht im ganzen hause standen die fenster offen im zwischenstock wohnte der französische hauslehrer der sich wunderbar zu rasieren verstand und ein glänzender schütze war jeden tag brachte er birkhühner oder wildenten zu mittag zuweilen auch nur sperlingseier aus denen er sich eine eierspeise machen ließ die außer ihm kein mensch im hause aß im gleichen zwischenstock wohnte auch eine landsmännin von ihm die erzieherin der beiden jungen mädchen der hausherr selbst erschien bei tisch stets in einem langen rock der zwar etwas abgetragen sonst aber sauber war die ellbogen waren in ordnung und am ganzen anzug war nichts geflickt doch die gute hausfrau starb ein teil der schlüssel und mit diesen auch ein teil der kleinen sorgen fielen ihm zu bluschkin wurde unruhig und wie die meisten witwer argwöhnischer und geiziger auf seine ältere tochter alexandra stepanowna konnte er sich nicht in allen dingen verlassen und hatte auch recht denn alexandra stepanowna brannte bald darauf mit einem stabsrittmeister von einem gott weiß welchen kavallerie regiment durch und ließ sich mit ihm in aller eile in irgendeiner dorfkirche trauen da sie wußte daß ihr vater alle offiziere aus dem seltsamen vorurteil heraus daß sie sämtlich kartenspieler und verschwender seien nicht leiden konnte der vater schickte ihr seinen fluch nach unternahm aber nichts um sie zur rückkehr zu bewegen im hause wurde es nun noch leerer der besitzer zeigte immer mehr geiz die silbergrauen fäden die treuen begleiter des geizes die in seinen rauen haaren aufblitzten ließen diesen sich noch mehr entwickeln der französische hauslehrer wurde entlassen weil der sohn schon in den staatsdienst treten sollte auch die madame wurde davon gejagt weil es sich zeigte daß sie an der entführung alexandra stepanownas nicht unbeteiligt war der sohn den der vater in die gouvernementsstadt geschickt hatte damit er im rentamte den eigentlichen staatsdienst kennen lerne trat stattdessen in ein regiment ein und schrieb seinem vater nach vollzogener tatsache einen brief in dem er ihn um geld für die uniformierung bat es versteht sich von selbst dass er nur das bekam was man im volksmunde eine feige nennt schließlich starb auch die jüngere tochter die ihm noch geblieben war und der alte stand auf einmal als der behüter verwalter und besitzer seiner reichtümer ganz allein da das einsame leben gab seinem geiz der bekanntlich einen wolfshunger hat und umso unersättlicher wird je mehr er verzehrt reichliche nahrung die menschlichen gefühle die in ihm auch ohnehin niemals tief gewesen waren schwanden von stunde zu stunde und jeden tag ging in dieser ruine etwas verloren nun mußte es sich gerade um diese zeit wie zur bestätigung seiner ansicht von den offizieren treffen daß sein sohn große verluste im kartenspiel hatte er schickte ihm seinen aus tiefster seele kommenden väterlichen fluch und interessierte sich von nun an nicht mehr ob er noch lebe mit jedem jahr verringerte sich die zahl der offenen fenster in seinem hause und zuletzt blieben nur noch zwei übrig von denen das eine wie es der leser schon sah mit papier überklebt war mit jedem jahre verlor er die hauptzweige seiner wirtschaft immer mehr aus dem auge und wandte seine ganze kleinliche aufmerksamkeit den papierchen und federchen zu die er vom fußboden auf las immer unnachgiebiger wurde er gegen die leute die zu ihm kamen um die produkte seiner wirtschaft zu kaufen die käufer versuchten anfangs noch zu handeln und zu feilschen gaben ihn aber schließlich ganz auf und sagten dass er ein teufel und kein mensch sei das heu und das getreide verfaulten die heu und getreideschober verwandelten sich in reinsten mist so daß man auf ihnen sogar kohl bauen konnte das mehl wurde in den kellern zu stein so daß man es mit dem beil bearbeiten mußte das tuch die leinwand und die anderen hausgewebten stoffe durfte man gar nicht anrühren sie zerfielen zu staub er wußte selbst nicht mehr was und wie viel er besaß und erinnerte sich nur noch daran dass an einer bestimmten stelle im schrank eine flasche mit einem restchen likör stand auf der er selbst ein merkzeichen angebracht hatte damit niemand hinter seinem rücken auch einen tropfen austrinke auch wußte er noch wo ein federchen oder ein entchen siegellack lag die wirtschaft brachte aber den gleichen ertrag wie früher jeder bauer mußte genau wie früher den gleichen zins entrichten jedes bauernweib hatte noch immer die gleiche menge nüsse abzuliefern und die weberin die gleiche menge leinwand herzustellen das alles kam in die vorratskammern wo es verfaulte und zerfiel und so wurde er mit der zeit auch selbst zu einer durchfaulten stelle an der menschheit alexandra stepanowna kam zweimal mit ihrem kleinen sohn zu ihm gefahren und versuchte von ihm wenigstens etwas zu bekommen das wanderleben mit dem stabsrittmeister war wohl gar nicht so anziehend wie es ihr vor der hochzeit erschienen war pluschkin verzieh ihr ließ sogar seinen kleinen enkel mit einem knopf der auf dem tische lag spielen gab ihr aber keinen pfennig geld das nächste mal kam alexandra stepanowna mit zwei kleinen kindern und brachte ihm einen stollen zum tee und einen neuen schlafrock mit denn der alte schlafrock ihres vaters befand sich in einem zustand daß es nicht nur ein jammer sondern auch eine schande war ihn anzusehen pluschkin nahm die beiden enkel söhne freundlich auf setzte den einen auf sein rechtes und den anderen auf sein linkes knie und ließ sie wie auf richtigen pferden reiten den stollen und den schlafrock nahm er an gab jedoch seiner tochter nichts und so zog alexandra stepanowna ohne etwas erreicht zu haben wieder ab so eine art gutsbesitzer stand also vor tschitschikow es muss festgestellt werden dass derartige erscheinungen in russland recht selten sind wo alles eher die tendenz hat ins uferlose zu gehen als zusammen zu schrumpfen umso erstaunlicher ist so eine erscheinung wenn gleich in der nachbarschaft ein gutsbesitzer wohnt der sein leben mit echt russischem schwung und der ganzen breite seiner natur genießt ein neuankömmling bleibt erstaunt vor seiner behausung stehen und fragt sich was für ein regierender prinz mitten unter diese kleinen farblosen besitzer geraten sei an schlösser gemahnen seine weißen steinernen häuser mit den zahllosen schormsteinen aussichtstürmen wetterfahnen von einer ganzen herde von seitenflügeln und wohnhäusern für die gäste umgeben was fehlt ihm noch da gibt es theater und bälle die ganze nacht leuchtet der mit lämpchen und festfeuern illuminierte von musik erfüllte garten das halbe gouvernement geht aufgeputzt und lustig unter seinen bäumen spazieren und keinem menschen fällt das wilde und drohende dieser beleuchtung auf wenn aus dem dickicht ein von künstlichem licht beleuchteter seines natürlichen grüns beraubter ast theatralisch hervorlugt oben aber um so dunkler strenger und zwanzigmal drohender der nächtliche himmel erscheint und die ernsten baumwipfel hoch oben mit ihren blättern zitternd und tief in die undurchdringliche finsternis ragend sich über das falsche licht empören das unten ihre wurzeln bestrahlt Ende von abschnitt 11 gelesen von eva k abschnitt zwölf von die toten seelen von nikolaj vasilievich gogol diese librivox aufnahme ist in der public domain erster teil sechstes kapitel plushkin stand schon mehrere minuten ohne ein wort zu sagen da und auch tschitschikow konnte noch immer kein gespräch beginnen da ihn das bild des hausherrn und der dinge die das zimmer füllten ablenkte lange konnte er keine worte finden um den grund seines besuches darzulegen er war schon im begriff sich in dem sinne zu äußern dass er nachdem er so viel von der tugend und den seltenen herzenseigenschaften plushkins gehört es für seine pflicht gehalten habe ihm persönlich seine hochachtung zu bezeugen er besann sich aber noch rechtzeitig und sagte sich dass es doch zu viel des guten wäre nachdem er noch einmal alles was im zimmer war mit einem blicke gestreift hatte fühlte er daß die worte tugend und seltene herzenseigenschaften mit erfolg durch die worte sparsamkeit und ordnung ersetzt werden konnten er modellte seine rede dementsprechend um und sagte dass er nachdem er von der sparsamkeit und der seltenen kunst plushkins seine güter zu verwalten gehört es für seine pflicht gehalten habe ihn kennen zu lernen und ihm persönlich seine hochachtung auszusprechen natürlich hätte er wohl auch einen anderen besseren vorwand erfinden können aber es wollte ihm nichts anderes einfallen murmelte darauf etwas durch die lippen zähne hatte er keine mehr was er sagte ist unbekannt der sinn war aber wohl folgender hol dich der teufel mit deiner hochachtung da aber die gastfreundschaft bei uns so allgemein üblich ist hatte auch der geizhals nicht die kraft wieder die sitte zu handeln darum fügte er etwas deutlicher hinzu ich bitte ergeben es platz zu nehmen schon lange habe ich keine gäste bei mir gesehen sagte er offen gestanden sehe ich auch nicht viel nutzen von den gästen die leute haben die dumme sitte eingeführt sich gegenseitig zu besuchen während die wirtschaft in verfall gerät außerdem muß man auch noch ihren pferden heu geben ich habe schon längst zu mittag gegessen meine küche ist niedrig und schlecht gebaut der schornstein ist ganz verfallen wenn man heizt kann leicht eine feuersbrunst entstehen so stehen die sachen dachte sich tschitschikow es ist gut daß ich bei sobakewitsch einen käsekuchen und ein stück hammellende gegessen habe und dann so furchtbar dumm kein bisschen heu in der ganzen wirtschaft fuhr pluschkin fort wie soll man sich auch vorräte davon anlegen der landbesitz ist klein die bauern sind faul sie arbeiten nicht und denken nur an die brandweinschenke wie leicht kann es passieren daß ich auf meine alten tage noch betteln gehen muß man hat mir aber gesagt bemerkte tschitschikow bescheiden daß sie mehr als tausend seelen besitzen wer hat ihnen das gesagt sie sollten dem in die augen spucken der ihnen solches gesagt hat das war wohl ein spaßvogel der sich über sie lustig machen wollte von tausend seelen reden die leute wenn man aber nachzählen wollte so würde man so gut wie keine finden in den letzten drei jahren ist mir eine ganze menge von bauern an dem verdammten fieber eingegangen was sie nicht sagen sind wirklich viele gestorben fragte tschitschikow teilnahmsvoll ja viele kamen auf den friedhof und darf ich fragen wie viele an die achtzig seelen nein wirklich ich werde doch nicht lügen väterchen gestatten sie noch die seelen die nach der einreichung der letzten revisionslisten gestorben sind dafür würde ich noch gott danken sagte bluschkin seit jener zeit werden es sogar an die hundertzwanzig sein tatsächlich ganze hundertzwanzig rief tschitschikow und machte sogar vor erstaunen den mund auf ich bin zu altväterchen um zu lügen das siebzigste jahr lebe ich schon auf der welt sagte bluschkin er schien durch den beinahe freudigen ausruf tschitschikows verletzt auch tschitschikow sah jetzt ein daß diese teilnahmslosigkeit gegen ein fremdes unglück unschicklich war darum seufzte er und sprach bluschkin sein beileid aus das beileid kann man doch nicht in die tasche stecken sagte bluschkin hier in meiner nähe wohnt ein hauptmann der teufel weiß wo er hergekommen ist er behauptet mein verwandter zu sein immer sagt er onkelchen onkelchen und küsst mir die hand wenn er aber mit seinem beileid kommt so heult er so daß man sich die ohren zuhalten muß ist ganz rot von gesicht hat wohl den schnaps für sein leben gern er hat sein ganzes geld verputzt als er noch offizier war oder eine schauspielerin hat es ihm herausgelockt darum kommt er jetzt mit seinem beileid tschitschikow bemühte sich ihm klar zu machen dass sein beileid ganz anders als das des hauptmanns sei und dass er es nicht mit leeren worten sondern durch die tat beweisen wolle ohne weitere umschweife erklärte er sich unverzüglich bereit für alle bauern die auf eine so unglückliche weise gestorben waren aus eigener tasche die abgaben zu entrichten dieser vorschlag versetzte plushkin in höchstes erstaunen er glotzte ihn lange an und fragte zuletzt waren sie vielleicht im militärdienst väterchen nein entgegnete tschitschikow nicht ohne list ich war nur im zivildienste im zivildienste wiederholte plushkin und begann die lippen zu bewegen als ob er etwas kaute wie ist es nun das wäre doch ein faden für sie um ihnen ein vergnügen zu bereiten bin ich auch bereit den schaden auf mich zu nehmen ach väterchen ach wohltäter rief plushkin aus und merkte in seiner freude gar nicht dass aus seiner nase auf eine wenig malerische weise eine prise schnupftabak wie dicker kaffee hervorquoll und dass die schöße seines schlafrocks aufgingen und eine unterwäsche zeigten die nicht gerade anständig aussah was haben sie mir armem greis für eine freude erwiesen ach du lieber gott ihr heiligen weiter kam plushkin nicht aber nach kaum einer minute war diese freude die so plötzlich sein hölzernes gesicht erleuchtet hatte schon wieder ebenso plötzlich verschwunden als wäre sie überhaupt nicht gewesen und sein gesicht nahm wieder den besorgten ausdruck an er wischte sich sogar das gesicht mit dem taschentuch ab ballte dann letzteres zusammen und fuhr sich damit über die oberlippe wie ist es nun mit verlaub nehmen sie es mir nicht übel werden sie die abgaben für sie alljährlich mir oder an die staatskasse bezahlen und das wollen wir so machen wir schließen über die seelen einen kaufvertrag ab als ob sie lebende wären und als ob sie sie mir verkauften ja einen kaufvertrag sagte plushkin nachdenklich und begann wieder mit den lippen zu kauen so ein kaufvertrag ist ja gleich mit ausgaben verbunden die beamten sind heute ganz gewissenlos früher war die sache mit einem halben rubel in kupfer und einem sack mehl abgetan heute aber muss man ihnen einen ganzen wagen graupen schicken und noch einen roten zehn rubelschein dazu geben diese geldgier ich verstehe gar nicht warum niemand dagegen etwas unternimmt man könnte ja so einem beamten ein göttliches wort sagen so ein wort dringt schließlich in jedes herz man mag sagen was man will aber einem göttlichen wort kann doch kein mensch widerstehen du wirst ihm wohl widerstehen dachte sich tschitschikow und erklärte gleich darauf dass er aus achtung für plushkin sogar bereit sei die kosten des kaufvertrages auf sich zu nehmen als plushkin hörte dass der gast auch die kosten des kaufvertrages auf sich nehmen wollte sagte er sich dass er wohl sehr dumm sei und sich nur so stelle als sei er im zivildienst gewesen in wirklichkeit hätte er als offizier gedient und schauspielerinnen den hof gemacht dabei konnte er aber seine freude doch nicht verbergen und wünschte alles tröstliche nicht nur ihm allein sondern auch seinen kinderchen ohne sich erst zu erkundigen ob er überhaupt welche habe dann trat er ans fenster trommelte mit den fingern auf die scheibe und rief proschka nach einer weile hörte man wie jemand in den flur gelaufen kam und dort lange mit den stiefeln klopfte endlich ging die türe auf und ins zimmer trat proschka ein etwa dreizehnjähriger junge in so großen stiefeln dass sie ihm beim gehen beinahe von den füßen fielen es sei gleich hier mitgeteilt warum proschka so große stiefel anhatte bluschkin besaß für sein gesamtes hausgesinde nur ein einziges paar stiefel das sich immer im flur befinden mußte ein jeder der in die herrschaftlichen gemächer berufen wurde mußte erst barfuß durch den ganzen hof tanzen im flur aber zog er die stiefel an und betrat in diesen das zimmer wenn er wieder ging ließ er die stiefel im flur stehen und legte den weiteren weg auf seinen natürlichen sohlen zurück wenn man im herbste besonders um die zeit der morgenfröste zum fenster hinausblickte sah man das ganze gesinde solche sprünge durch den hof machen wie sie auch dem geübtesten theatertänzer kaum gelingen schauen sie sich nur diese fratze an väterchen sagte bluschkin zu tschitschikow mit dem finger auf proschka zeigend er ist dumm wie ein stück holz wenn man aber etwas liegen läßt so stiehlt er es ihm nu nun was bist du hergekommen dummkopf sag was bist du gekommen darauf schwieg er eine weile was proschka gleichfalls mit schweigen beantwortete setz mal den samovar auf hörst du und nimm diesen schlüssel gib ihn der mavra sie soll in die speisekammer gehen dort liegt auf dem brett ein zwieback vom stollen den alexandra stepanowna mitgebracht hat diesen zwieback soll sie zum tee bringen wart wo willst du schon hin esel ach bist du ein esel dir steckt wohl der teufel in den füßen hör erst was man dir sagt der zwieback ist oben wohl etwas verschimmelt also soll sie ihn mit dem messer abkratzen die krümel soll sie aber nicht wegwerfen sondern in den hühnerstall tragen pass auf bruder dass du mir nicht selbst in die speisekammer gehst sonst kriegst du etwas mit birkenruten du weißt schon zum appetit du hast auch schon jetzt einen guten appetit der soll noch besser werden versuch nur in die speisekammer zu gehen ich werde zum fenster hinausschauen man kann den leuten in nichts trauen wandte er sich an tschitschikow als broschka mit seinen stiefeln verschwunden war darauf begann er auch seinen gast argwöhnisch zu mustern dessen geradezu unerhörte großmut kam ihm unwahrscheinlich vor und er dachte sich da soll sich der teufel auskennen vielleicht prahlt er nur wie alle diese verschwender er lügt und lügt nur um die zeit zu verbringen und ein glas tee zu bekommen und dann fährt er wieder fort darum sagte er aus vorsicht und zugleich um tschitschikow zu prüfen daß es gut wäre den kaufvertrag möglichst bald abzuschließen auf das menschenleben sei doch kein verlaß heute lebt der mensch was aber mit ihm morgen geschieht das weiß gott allein tschitschikow erklärte sich bereit die sache augenblicklich abzuschließen und bat nur um eine liste aller bauern dies beruhigte pluschkin es war ihm anzusehen daß er etwas vorhatte und in der tat er nahm den schlüsselbund ging mit ihm zum schrank kramte lange zwischen den gläsern und tassen herum und erklärte schließlich jetzt finde ich ihn nicht ich hatte einen wunderbaren liqueur wenn die leute ihn nur nicht ausgesoffen haben es sind ja lauter diebe da habe ich ihn empfohlen tschitschikow erblickte in seinen händen ein fläschchen das so verstaubt war daß es in einer wolljacke zu stecken schien meine selige hat ihn selbst gemacht fuhr pluschkin fort die haushälterin diese betrügerin hat sich um ihn nicht gekümmert und ihn nicht mal zugekorkt die kanalie allerlei gewirren und sonstiger dreck hatte sich drin angesammelt aber ich habe alles herausgenommen und nun ist der liqueur wieder rein ich will ihnen ein gläschen einschenken tschitschikow beeilte sich aber auf diesen feinen liqueur zu verzichten und erklärte daß er schon gegessen und getrunken habe so schon gegessen und getrunken sagte ja natürlich einen mann aus der guten gesellschaft erkennt man überall er ist nicht ist aber immer satt aber so einen windbeutel und schwindler kann man ewig füttern wenn der hauptmann gefahren kommt so sagt er gleich onkelchen sagt er geben sie mir etwas zu essen dabei bin ich ebenso sein onkel wie er mein großvater ist bei sich zu hause hat er wohl nichts zu essen darum treibt er sich herum sie brauchen also eine liste von all diesen tagedieben gewiß ich habe sie schon einmal so gut ich konnte auf einen eigenen zettel geschrieben um sie bei der nächsten revision streichen zu lassen kluschkin setzte sich die brille auf und begann in den papieren herum zu kramen indem er einen pack nach dem anderen aufschnürte traktierte er seinen gast mit solchen staubwolken daß dieser niesen mußte schließlich holte er einen zettel hervor der auf beiden seiten eng beschrieben war die bauernnamen saßen darauf wie die fliegen es waren allerlei namen darunter ein paramornev ein pimienov und ein pantelemanov selbst ein gewisser grigori dajezajny dajezisch kommst niemals an war darunter im ganzen waren es über hundertzwanzig namen als tschitschikow diese zahl sah lächelte er zufrieden er steckte den zettel in die tasche und erklärte bluschkin daß er zum abschluß des kaufvertrages in die stadt werde fahren müssen in die stadt wie mache ich es nur wie soll ich das haus ohne aufsicht lassen alle meine leute sind entweder diebe oder spitzbuben an einem einzigen tage bestiehlen sie mich so daß nicht mal ein nagel übrig bleibt an dem ich meinen rock aufhängen könnte haben sie denn keinen bekannten in der stadt einen bekannten alle meine bekannten sind entweder tot oder wollen mich nicht mehr kennen ach ja väterchen gewiss habe ich einen bekannten rief er aus ich kenne ja den kammervorsitzenden vor vielen jahren pflegte er mich sogar zu besuchen wie sollte ich den nicht kennen wir sind doch an der gleichen krippe aufgewachsen sind zusammen über die zäune geklettert wie sollte ich den nicht kennen einen besseren bekannten gibt's ja gar nicht soll ich ihm vielleicht einen brief schreiben natürlich schreiben sie ihm einen brief gewiß ein guter bekannter von mir in der schule waren wir freunde über das hölzerne gesicht pluschkins glitt plötzlich ein warmer strahl es war kein gefühl sondern nur eine blasse spiegelung eines gefühls die erscheinung erinnerte an das unerwartete auftauchen eines ertrinkenden auf der wasseroberfläche das einen freudigen aufschrei in der menge die sich am ufer drängt auslöst doch vergebens werfen die erfreuten brüder und schwestern einen strick aus und warten ob nicht wieder der rücken und die im kampf ermüdeten arme zum vorschein kommen es war sein letztes auftauchen alles ist stumm und noch schrecklicher und öder wird die stille oberfläche des gleichgültigen elements so wurde auch das gesicht pluschkins nachdem der abglanz eines gefühls darüber gehuscht war noch gefühlloser und hölzerner da hat auf dem tische ein bogen reines papier gelegen sagte er ich weiß nicht wo es hingekommen ist alle meine leute taugen nichts hierauf suchte er unter dem tische und auf dem tische wühlte überall herum und rief schließlich mavra mavra auf den ruf erschien eine frau mit einem teller in der hand auf dem der dem leser schon bekannte zwieback lag zwischen den beiden wickelte sich folgendes gespräch ab räuberin wo hast du das papier hingetan bei gott herr ich habe kein papier gesehen außer dem stückchen mit dem sie das schnapsglas zugedeckt haben ich sehe es dir ja an den augen an dass du es gestohlen hast wozu sollte ich es stehlen was hätte ich davon ich kann ja gar nicht schreiben du lügst du hast es zum jungen küster hingetragen der versteht zu schreiben darum hast du es ihm gegeben wenn der küster papier braucht so kann er sich selbst welches verschaffen ihr papier hat er nicht vor die augen bekommen warte nur warte beim jüngsten gericht werden dich die teufel schon mit glühenden eisen zwicken du wirst es sehen wie sie dich zwicken werden was werden sie mir tun wenn ich den bogen nicht mal angerührt habe jede andere weibliche schwäche kann man mir eher vorwerfen aber diebstahl hat mir noch niemand vorgeworfen die teufel werden dich aber zwicken sie werden sagen das hast du dafür du spitzbübin dass du deinen herrn betrogen hast und sie werden dich mit den glühenden eisen zwicken und ich werde darauf sagen ich habe es nicht verdient bei gott ich habe es nicht verdient ich habe das papier nicht angerührt da liegt es ja auf dem tisch immer machen sie mir unverdiente vorwürfe pluschkin erblickte tatsächlich das papier und hielt für eine weile inne er kaute mit den lippen und sagte was bist du so aus dem häuschen geraten so ein frauenzimmer wenn man ihr bloß ein wort sagt gibt sie gleich zehn zur antwort geh bring mir feuer damit ich den brief versiegeln kann warte du wirst wohl eine talgkerze nehmen talg schmilzt leicht das licht verbrennt und es bleibt nichts übrig und ich habe nur schaden davon bring mir lieber einen pluschkin setzte sich aber in den sessel ergriff die feder und drehte das blatt lange hin und her um festzustellen ob sich nicht die hälfte davon ersparen ließe schließlich kam er zur überzeugung daß es doch nicht ging er tauchte die feder in das tintenfaß mit einer verschimmelten flüssigkeit und einer menge von fliegen auf dem grunde und begann zu schreiben er malte buchstaben die an musiknoten gemahnten hemmte fortwährend den schwung in den seine hand geraten war setzte dicht zeile an zeile und dachte nicht ohne bedauern daran daß doch noch ein leerer raum übrig bleiben mußte konnte denn ein mensch zu einer solchen hässlichen kleinlichkeit herabsinken konnte er sich so verändern ist das überhaupt wahrscheinlich alles ist wahrscheinlich alles kann aus dem menschen werden der begeisterte jüngling von heute würde entsetzt zurückprallen wenn man ihm sein altersbild vorhalten wollte nehmt darum wenn ihr aus den sanften jünglingsjahren in das raue härtende mannesalter tretet alle menschlichen regungen mit lasset nichts unterwegs liegen ihr werdet es später nicht mehr auflesen können drohend und schrecklich ist das nahende alter und es wird euch nichts zurückgeben das grab ist barmherziger auf dem grabsteine steht geschrieben hier ruht ein mensch doch nichts ist auf den kalten gefühllosen zügen des unmenschlichen greisenalters zu lesen haben sie vielleicht zufällig einen freund fragte pluschkin den brief zusammenfaltend der entlaufene seelen brauchen könnte haben sie denn auch entlaufene seelen fragte tschitschikow wieder zur besinnung kommend was ist es eben dass ich welche habe mein schwiegersohn ist der sache nachgegangen und sagt dass die leute spurlos verfunden sind er ist aber ein militär und versteht nur mit den sporen herum zu springen wenn es aber gilt sich beim gericht zu bemühen wie viel solche seelen haben sie es werden wohl auch an die siebzig stück sein nein wirklich bei gott jedes jahr laufen mir welche davon die leute sind furchtbar gefräßig und haben sich vor lauter nichts tun das fressen angewöhnt ich habe aber selbst fast nichts zu essen für diese seelen würde ich jeden preis nehmen empfehlen sie es doch ihrem freunde wenn er bloß zehn stück von den entlaufenen seelen einfängt so hat er eine hübsche summe verdient eine seele gilt doch heute fünfhundert rubel nein davon soll der freund nichts zu riechen bekommen sagte sich tschitschikow und erklärte plushkin daß er einen solchen freund nicht habe daß die gerichtskosten alles aufzehren würden man lasse dem gerichtsbeamten lieber seine beiden rockschöße zurück und mache daß man weiterkomme wenn aber plushkin sich tatsächlich in einer so bedrängten lage befinde so sei er aus bloßer teilnahme bereit für diese seelen einen preis zu bieten das sei aber eine solche bagatelle daß es sich darüber nicht zu reden verlohne wie viel würden sie denn geben fragte plushkin seine hände zitterten vor habgier wie quecksilber ich würde fünfundzwanzig kopeken für die seele zahlen wie kaufen sie gegen bar ja ich zahle sofort väterchen meiner armut wegen könnten sie mir wirklich 40 kopeken pro stück zahlen verehrtester sagte tschitschikow nicht nur 40 kopeken 500 rubel würde ich ihnen gern zahlen mit vergnügen würde ich sie ihnen zahlen denn ich sehe daß ein ehrwürdiger guter greis wegen seiner gutmütigkeit solche not leidet so ist es bei gott bei gott es ist wahr sagte plushkin indem er den kopf hängen ließ und ihn traurig schüttelte alles kommt von meiner gutmütigkeit nun sehen sie es ich habe ihren charakter im nu erfasst warum sollte ich nicht auch 500 rubel für die seele geben aber ich habe kein vermögen wenn sie wollen kann ich noch fünf kopeken zulegen so dass jede seele auf 30 kopeken zu stehen kommt nun väterchen wie sie wollen legen sie wenigstens noch zwei kopeken dazu zwei kopeken will ich gerne zulegen wie viele seelen haben sie im ganzen sie sprachen glaube ich von siebzig stück nein es werden im ganzen achtundsiebzig sein achtundsiebzig achtundsiebzig zu zweiunddreißig kopeken pro seele das macht unser held dachte kaum mehr als eine sekunde nach und erklärte plötzlich das macht vierundzwanzig rubel sechsundneunzig kopeken er war sehr stark im kopfrechnen er ließ sich sofort von plushkin eine quittung ausstellen und gab ihm das geld das jener mit beiden händen so vorsichtig zum sekretär trug als ob es eine flüssigkeit wäre von der er keinen tropfen verschütten wollte als er vor dem sekretär stand sah er sich das geld noch einmal an und legte es ebenso vorsichtig in eines der fächer in dem es dem gelde wohl beschieden war begraben zu sein bis Pierre Carp und Pierre Polycarp die beiden geistlichen des dorfes ihn selbst begraben würden zur unbeschreiblichen freude des schwiegersohnes und der tochter vielleicht auch des hauptmannes der sich für seinen verwandten ausgab nachdem plushkin das geld verschlossen hatte setzte er sich in den sessel und schien keinen neuen gesprächsstoff finden zu können wie sie wollen schon aufbrechen fragte er als er tschitschikow eine kleine bewegung machen sah dieser wollte aber nur sein taschentuch hervorholen diese frage erinnerte tschitschikow daran daß er hier tatsächlich nichts mehr zu suchen hätte ja es wird zeit sagte er nach seinem hute greifend und der tee nein den tee trinke ich lieber ein anderes mal fade ich habe ja schon den samovar aufsetzen lassen offen gestanden ich bin kein liebhaber von tee das getränk ist teuer und auch der zuckerpreis ist wahnsinnig gestiegen broschka wir brauchen keinen samovar den zwieback bringst du der mavra zurück hörst du sie soll ihn an die gleiche stelle legen oder nein gib ihn her ich will ihn selbst hintragen leben sie wohl väterchen gott segne sie den brief geben sie aber dem kammervorsitzenden ja soll er ihn nur lesen er ist ja mein alter bekannter gewiß wir sind doch an der gleichen krippe aufgewachsen hierauf begleitete ihn diese seltsame erscheinung dieses eingeschrumpfte alte männchen vor das tor und befahl das letztere sofort zu schließen dann machte er eine runde durch alle vorratskammern um sich zu vergewissern ob alle wächter an ihren plätzen seien an jeder ecke musste so ein wächter stehen und mit einer holzschaufel auf ein leeres faß statt auf ein eisenbrett trommeln darauf blickte er in die küche hinein wo er unter dem vorwande sich überzeugen zu wollen ob das essen des hausgesindes gut sei eine ordentliche portion kohlsuppe und brei verzehrte dann warf er der ganzen dienerschaft diebstahl und schlechtes betragen vor und kehrte in sein zimmer zurück als er allein geblieben war kam ihm sogar der gedanke daß er den gast für seine beispiellose großmut eigentlich hätte belohnen müssen ich werde ihm eine taschenuhr schenken sagte er sich eine gute silberne uhr nicht etwa eine aus tombag oder bronze die ist zwar etwas verdorben aber er kann sie reparieren lassen er ist doch noch ein junger mann also braucht er eine taschenuhr um guten eindruck auf seine braut zu machen oder nein sagte er sich nach kurzer überlegung lieber vermache ich sie ihm in meinem testament damit er sich später meiner erinnert unser held war aber auch ohne die uhr in der besten stimmung dieser unerwartete kauf war ein geschenk des himmels und in der tat es waren nicht bloß tote sondern auch entlaufene seelen und im ganzen an die zweihundert stück als er sich vorhin dem dorfe bluschkins näherte hatte er schon natürlich geahnt daß da ein geschäft zu machen sei aber auf so ein vorteilhaftes geschäft hatte er gar nicht gerechnet während der ganzen fahrt war er ungewöhnlich lustig er pfiff und trompetete indem er sich eine faust vor die lippen hielt schließlich stimmte er ein so ungewöhnliches lied an daß selifan nach längerem zuhören leicht den kopf schüttelte und sagte wie der herr heute singt es war schon recht dunkel als sie die stadt erreichten licht und schatten waren gänzlich vermischt und auch alle gegenstände schienen durcheinander geraten der bunt gestreifte schlagbaum sah höchst unbestimmt aus der schnurrbart des wachpostens schien auf der stirne viel höher als die augen zu sitzen und von der nase war überhaupt nichts zu sehen das dröhnen und poltern gab zu erkennen daß der wagen schon über das straßenpflaster rollte die straßenlaternen brannten noch nicht nur hier und da waren einzelne fenster erleuchtet und in den neben und quergassen spielten sich szenen ab die diese stunde in allen städten begleiten wo es viele soldaten fuhrleute arbeiter und die eigenartigen weiblichen wesen gibt die in roten schals in schuhen ohne strümpfe an den straßenecken wie die fledermäuse herumschwirren tschitschikow sah sie aber nicht und bemerkte nicht mal die vielen mageren beamten mit den stöckchen in der hand die wohl vom abendspaziergang vor der stadt heimkehrten ab und zu schlugen nur einzelne wohl von frauenlippen kommende rufe an sein ohr du lügst säufer niemals habe ich ihm eine solche gemeinheit erlaubt oder rühr mich nicht an rohling komm nur aufs revier dort werde ich es dir schon zeigen mit einem worte lauter rufe die auf einen in gedanken versunkenen zwanzigjährigen jüngling der aus dem theater kommt und eine spanische straße eine nacht und ein herrliches frauenbild mit locken und einer gitarre im kopfe trägt wie kochendes wasser wirken was schwebt nicht alles in seinem kopfe er ist im himmel er weilt bei schiller zu besuch und plötzlich hört er dicht vor sich die verhängnisvollen worte und sieht sich auf die erde sogar auf den heumarkt sogar vor eine schenke versetzt und wieder prangt vor ihm das alltagsleben endlich machte der wagen einen ordentlichen sprung und sank wie in eine grube in das gasthoftor wurde von petruschka empfangen der mit der einen hand die schöße seines rockes zusammenhielt weil er nicht liebte daß sie aufgingen und mit der anderen seinem herrn aus dem wagen half auch der pallavoy kam mit einer kerze in der hand und einer serviette über der schulter herausgelaufen ob petruschka sich über die rückkehr seines herrn freute ist unbekannt er wechselte jedenfalls mit selifan einen blick und seine sonst finstere miene schien sich ein wenig aufzuheitern lange waren sie fort sagte der pallavoy ihm auf der stiege leuchtend ja sagte tschitschikow als er schon oben war und wie geht es dir gottlob sagte der pallavoy mit einer verbeugung gestern ist irgendein leutnant angekommen hat nummer sechzehn besetzt ein leutnant man weiß nicht wer er ist er kommt aus und hat braune pferde schön schön führ dich auch in zukunft gut auf sagte tschitschikow indem er in sein zimmer trat als er das vorzimmer passierte verzog er die nase und sagte zu petruschka wenn du doch wenigstens etwas gelüftet hättest ich habe wohl gelüftet sagte petruschka aber das war eine lüge auch der herr wußte übrigens daß es gelogen war wollte aber nichts mehr sagen nach der langen reise spürte er große müdigkeit nachdem er ein ganz leichtes abendessen das bloß aus einem spanferkel bestand zu sich genommen hatte zog er sich sofort aus schlüpfte unter die bettdecke und schlief so wunderbar ein wie nur die glücklichen zu schlafen pflegen die nichts von hämorrhoiden von flöhen und allzu starken geistigen regungen wissen abschnitt 13 von die toten seelen von nikolaj wassilewitsch gogol diese librivox aufnahme ist in der public domain erster teil siebentes kapitel eins glücklich der reisende der nach einer langen langweiligen reise mit ihrer kälte ihrem schmutz und ihrer nässe mit den verschlafenen stationsaufsehern dem schellengebimmel den reparaturen kutschern schmieden und sonstigen schuften jeder art mit denen man unterwegs zu tun hat endlich das bekannte dach mit den ihm entgegenleuchtenden flammen erblickt schon sieht er die vertrauten zimmer hört die freudigen schreie der ihm entgegenlaufenden dienstboten den lärm und das gerenne der kinder und das beruhigende sanfte zwiegespräch unterbrochen von glühenden küssen die kraft haben alles traurige aus der erinnerung zu tilgen glücklich der familienvater der solch ein obdach besitzt doch wehe dem junggesellen glücklich der dichter der sich an den langweiligen abstoßenden durch ihre traurige wirklichkeit erdrückenden charakteren vorbei solchen charakteren nähert die die hohe würde des menschen offenbaren der aus dem großen sumpfe der täglich abwechselnden gestalten sich nur einige seltene ausnahmen erwählt hat der der erhabenen harmonie seiner leier kein einziges mal untreu geworden der niemals von seiner höhe zu seinen armen elenden brüdern herabgestiegen ist und ohne die erde zu berühren sich ganz seinen dem irdischen entrückten erhabenen gestalten hingeben darf doppelt beneidenswert ist sein schönes los er ist unter seinen gestalten wie im kreise seiner familie sein ruhm schallt aber dabei laut in alle ferne er hat mit berauschendem räucherwerk die menschenaugen bezaubert er hat den menschen wunderbar geschmeichelt indem er alles was im leben traurig ist vor ihnen verheimlicht und ihnen nur den schönen menschen gezeigt hat alles folgt händeklatschend seinem triumphwagen man nennt ihn einen großen weltberühmten dichter der über allen anderen dichtern der welt schwebt wie ein adler über anderen hochfliegenden schon sein name allein lässt die jungen leicht entzündlichen herzen erzittern tränen des verständnisses blinken ihm von jeder wimper entgegen niemand gleicht ihm an macht er ist wie ein gott doch anders ist das los eines dichters der sich erfrecht hat all das herauf zu beschwören was der mensch immer vor augen hat was aber die gleichgültigen augen nicht sehen den ganzen erschreckenden und erschütternden schlamm der kleinlichkeiten von denen unser leben umstrickt ist die ganze tiefe der kalten zersplitterten alltagscharakter von denen unser zuweilen bitterer und langweiliger lebensweg wimmelt der sich erkühnt hat durch die kraft seines unerbittlichen meißels sie grell und plastisch allen vor augen zu führen er erntet keinen beifallssturm des volkes er bekommt weder dankbare tränen noch das einmütige entzücken erschütterter seelen zu sehen ihm fliegt keine sechzehnjährige mit schwindelnden sinnen in heroischer verzückung entgegen er wird sich nie im süßen klange der von ihm selbst geweckten töne vergessen und schließlich wird er nicht dem gericht seiner zeit entgehen dem heuchlerischen und gefühllosen gericht dieser zeit das die von ihm so zärtlich betrauten schöpfungen nichtig und gemein nennen und ihm einen elenden platz unter den dichtern einräumen wird die die menschheit verunglimpfen dass ihm alle eigenschaften der von ihm geschilderten helden beilegen und ihm herz und seele und die heilige flamme des talents absprechen wird denn das gericht dieser zeit will nicht anerkennen dass die gläser die uns die sonne zeigen und solche die die bewegungen kaum sichtbarer in sekten offenbaren gleich wunderbar sind denn es will nicht anerkennen dass man eine große seelische tiefe haben muss um ein dem verächtlichen leben entronnenes bild zu beleuchten und zu einer perle der schöpfung emporzuheben denn das gericht dieser zeit will nicht anerkennen dass das hohe begeisterte lachen wohlwürdig ist neben den hohen lyrischen regungen zu stehen und dass zwischen diesem lachen und den possen eines budengauklers ein tiefer abgrund liegt das gericht dieser zeit erkennt dies alles nicht an und macht es dem nicht anerkannten dichter zum vorwurf und zur schmach ohne teilnahme ohne widerhall ohne sympathie bleibt er allein wie ein einsamer wanderer auf seinem wege stehen hart ist das feld seiner arbeit und bitter fühlt er seine vereinsamung lange ist es mir noch von einer unfassbaren macht beschieden mit meinen seltsamen helden hand in hand zu gehen das ganze gewaltige vorbeirauschende leben zu überblicken es durch das für die welt sichtbare lachen und die für die welt unsichtbaren und unbekannten tränen zu schauen und ferne ist noch die zeit wo der mächtige sturm der begeisterung sich dem vom heiligen schauer erschütterten und glanzgekrönten haupte als ein anderer quell entringen und die welt verlegen und bebend den majestätischen donner anderer reden vernehmen wird vorwärts vorwärts fort mit den runzeln die über meine stirn gleiten fort mit der düsteren mine wollen wir auf einmal und schnell wieder ins leben mit seinem ganzen unharmonischen lärm und schellengebimmel untertauchen und sehen was tschitschikow macht tschitschikow erwachte streckte arme und beine und fühlte dass er sich gut ausgeschlafen hatte nachdem er an die zwei minuten auf dem rücken gelegen schnalzte er mit den fingern und erinnerte sich mit strahlendem gesicht dass er nun beinahe vierhundert seelen besaß er sprang sofort aus dem bette und betrachtete nicht einmal sein gesicht das er aufrichtig liebte und an dem ihm das kinn am anziehendsten erschien denn er prallte damit oft vor seinen freunden besonders während des rasierens schau nur pflegte er zu sagen sich das kinn streichelnd was für ein kinn ich habe es ist ganz rund jetzt blickte er aber weder das kinn noch das gesicht an sondern zog sich sofort seine mit bunten ledereinlagen verzierten safjan stiefel an mit denen die stadt tarschok infolge des hanges der russischen natur zur bequemlichkeit so schwunghaften handel treibt und vollführte auf schottische manier nur mit einem kurzen hemde bekleidet seine ganze würde und sein solides mittleres alter außer acht lassend zwei sprünge wobei er sich recht geschickt mit einer ferse auf den entsprechenden körperteil klatschte darauf machte er sich unverzüglich an die arbeit vor der schatulle stehen trieb er sich die hände mit dem gleichen behagen mit dem es der unbestechliche landrichter zu tun pflegt der zu einer voruntersuchung hinausgefahren ist und vor den tisch mit dem imbis tritt und holte sofort die nötigen papiere hervor er wollte die sache so schnell als möglich erledigen er faßte den entschluß die kaufverträge selbst aufzusetzen und ins reine zu schreiben um den gerichtsschreibern nichts zahlen zu müssen die form war ihm gut bekannt schnell schrieb er mit großen buchstaben im jahre 1800 so und so viel darunter etwas kleiner der gutsbesitzer so und so und dann alles weitere in zwei stunden war alles fertig als er dann die blätter mit den namen der bauern überflog die einst wirkliche bauern gewesen die gearbeitet gepflügt gesoffen sich als fuhrleute durchgeschlagen ihre herren betrogen hatten vielleicht aber auch einfach tüchtige bauern gewesen waren bemächtigte sich seiner ein eigentümliches ihm selbst unverständliches gefühl jede der listen hatte gleichsam einen eigenen charakter was wiederum auch den bauern einen eigenen charakter verlieh die bauern die der karobotschka gehört hatten trugen sämtlich anhängsel und spitznamen die liste pluschkins zeichnete sich durch den kurzen stil aus oft standen nur die anfangs buchstaben der vor und vatersnamen von je einem punkt begleitet das verzeichnis sapakewitschs fiel durch seine erstaunliche vollständigkeit und ausführlichkeit auf keine der eigenschaft der bauern blieb darin unerwähnt von dem einen hieß es ein guter tischler von einem anderen versteht seine sache und trinkt nicht bei jedem waren auch die beiden eltern erwähnt und auch das betragen der letzteren verzeichnet nur bei einem gewissen fiedorter hieß es vater unbekannt mutter ist die leibeigene dirne kapitalina er ist jedoch gut von sitten und stiehlt nicht alle diese einzelheiten verliehen der liste eine eigentümliche frische es war als hätten die bauern gestern noch gelebt nachdem er die namen lange studiert fühlte er sich gerührt und sagte mit einem seufzer mein gott welche menge was habt ihr ihr teuern in eurem leben getrieben wie habt ihr euch durchgeschlagen seine augen blieben unwillkürlich auf einem familiennamen stehen es war der bekannte pyotr saveliev neuvazhaikareta der einst der gutsbesitzerin karobotschka gehört hatte und wieder konnte er sich der bemerkung nicht enthalten herrgott wie lang der ist eine ganze zeile nimmt er ein warst du ein handwerker oder einfach ein bauer und wo hat dich der tod erwischt in der schenke oder hat dich als du mitten auf der straße schliefst eine schwere fuhre überfahren stepan probka zimmermann von musterhafter nüchternheit ach so da ist ja der stepan probka der recke der für die garde taugte hast wohl mit der axt im gürtel und den stiefeln auf dem buckel alle gouvernements durchwandert hast für eine halbe kopeke brot und für eine kopeke gedörrte fische gegessen aber jedes mal an die hundert rubel im beutel heimgebracht vielleicht sogar die staatsrente in deine leinwandhose eingenäht oder im stiefel verwahrt wo hat es dich erwischt bist du vielleicht um noch mehr geld zu verdienen in die kirchenkuppel gestiegen oder sogar bis zum kreuz hinauf geklettert dort auf dem gerüst ausgeglitten und in die tiefe gestürzt während irgendein onkel michei der gerade in der nähe stand sich nur den nacken kratzte und sagte was hast du auch für pechwanja worauf er sich selbst einen strick um den leib band und auf deinen platz kletterte maxim teleantnikov schuster ha schuster besoffen wie ein schuster sagt das sprichwort ich kenne dich ich kenne dich mein lieber wenn du willst erzähle ich dir deine ganze geschichte du warst bei einem deutschen in der lehre der euch alle aus einem topf fütterte mit dem riemen für jede nachlässigkeit auf den rücken schlug und nie auf die straße ließ damit ihr euch nicht herumtreibt so wurdest du zu einem wahren wunder von einem schuster und der deutsche konnte dich in gesprächen mit seiner frau oder einem kameraden gar nicht genug loben als aber die lehre zu ende war sagtest du nun will ich mir ein eigenes haus und geschäft gründen mach es aber nicht wie der deutsche der sich wegen jeder kopeke abquält sondern werde auf einmal reich und du zahltest deinem herrn einen reichen zins mietet es dir einen kleinen laden nahmst eine menge aufträge an und begannst zu arbeiten zum drittel des preises kauftest du dir irgendwo verfaultes leder verdiente zwar an jedem stiefel die hälfte aber schon nach zwei wochen platzten alle deine stiefel und man schimpfte auf dich auf die gemeinste weise dein laden verödete du fingst zu trinken an und dich auf der straße herumzuwälzen und dabei zu sprechen schlecht ist es auf dieser welt der russe kann gar nicht leben denn die deutschen lassen ihn nicht aufkommen und was ist das da für ein bauer jelizavieta vorabie pfui teufel das ist doch ein weibsbild wie kommt die her der verdammte sapakewitsch hat mich auch darin beschummelt tschitschikow hatte wirklich recht es war ein weibsbild wie sie hereingeraten war ist unbekannt sie war aber so geschickt hineingesetzt dass man sie aus der ferne für einen mann halten könnte auch stand sie mit einer männlichen endung da nicht jelizavieta sondern jelisaviet tschitschikow nahm aber keine rücksicht darauf und strich sie auf der stelle grigori kommst niemals an was warst du für ein mensch warst du ein fuhrmann hattest dir eine troika und einen bastgedeckten wagen angeschafft und dich mit den kaufleuten von jahrmarkt zu jahrmarkt geschleppt hast du irgendwo unterwegs deine seele ausgehaucht oder haben dich deine eigenen freunde wegen eines dicken und rotbackigen soldatenweibes umgebracht oder gefielen deine lederhandschuhe und die drei untersetzten doch kräftigen pferde irgendeinem waldwaggerbunden allzu gut oder war es dir als du auf deiner pritsche lagst plötzlich eingefallen so ohne jeden anlass in eine schenke einzukehren und von dort in ein im eise ausgehauenes loch zu plumpsen wo du deinen tod fandst ach du russisches volk du liebst es nicht eines natürlichen todes zu sterben und ihr meine lieben fuhr er fort indem er die liste vornahm auf der pluschkins entlaufene seelen verzeichnet waren ihr seid zwar noch am leben aber was hat man von euch ihr seid so gut wie gestorben wo tragen euch jetzt eure schnellen füße herum habt ihr es beim pluschkin so schlecht gehabt oder war es einfach euer verlangen durch die wälder zu streifen und die reisenden auszurauben sitzt ihr in gefängnissen oder gehört ihr neuen herrn und pflügt für sie die erde jeremy karyakin nikita volakita herumtreiber und sein sohn anton schon an euren namen merkt man's daß ihr gute läufer seid leibeigener popow der verstand wohl zu lesen und zu schreiben hast wohl kein messer in die hand genommen aber doch einen anständigen diebstahl begangen da hat dich aber schon ohne paß der polizeihauptmann eingefangen tapfer stehst du beim verhör wem gehörst du fragt dich der polizeihauptmann und traktiert dich bei dieser günstigen gelegenheit mit einem kräftigen wörtchen dem gutsbesitzer so und so antwortest du unverzagt und wo kommst du her fragt dich der polizeihauptmann ich bin gegen zins freigelassen antwortest du ohne zu stocken wo ist dein pass beim herrn dem kleinbürger piminow her mit dem piminow bist du piminow ja ich bin piminow hat er dir seinen pass gegeben nein er hat mir keinen pass gegeben was lügst du sagt der polizeihauptmann und lässt wieder ein kräftiges wörtchen los es stimmt antwortest du keck ich gab ihm den pass nicht weil ich spät nach hause kam ich gab ihn dem glöckner antip prochorow in verwahrung her mit dem glöckner hat er dir seinen pass gegeben nein er hat mir keinen pass gegeben was lügst du schon wieder sagt der polizeihauptmann und bekräftigt seine rede mit einem kräftigen wörtchen wo ist denn dein pass ich habe ihn gehabt sagst du schnell habe ihn aber wohl irgendwo unterwegs verloren und warum hast du den soldatenmantel gestohlen und den kasten mit dem kupfergeld beim geistlichen sagt der polizeihauptmann und beschließt die rede wieder mit einem kräftigen wörtchen zu befehl nein sagst du ohne dich zu rühren mit diebstahl habe ich noch nie etwas zu tun gehabt warum hat man dann den soldatenmantel bei dir gefunden das kann ich nicht wissen den hat wohl ein anderer hergebracht ach du bestie sagt der polizeihauptmann kopfschüttelnd und die hände in die seiten stemmend schlagt ihm die füße in den block und bringt ihn ins gefängnis bitte sehr mit vergnügen sagst du darauf du holst aus der tasche deine schnupftabaksdose traktierst freundlich die beiden invaliden die dir die füße in den block schlagen und erkundigst dich ob sie schon lange ihre militärzeit abgedient und an welchen kriegen sie teilgenommen haben und dann lebst du im gefängnis solange deine sache durch die gerichte läuft und das gericht beschließt man bringe ihn aus tsarewa kakschaisk nach dem gefängnisse der und der stadt und jenes gericht schreibt wieder man bringe ihn nach vesjegonsk und so ziehst du aus dem einen gefängnis ins andere und sagst wenn du eine neue behausung vor dir siehst nein das gefängnis von vesjegonsk war doch viel feiner dort gab's sogar für das knöchelspiel platz auch hatte man dort mehr gesellschaft abakum füirov wie steht's mit dir bruder wo treibst du dich herum bist du an die wolga geraten und hast dich in deiner sehnsucht nach einem freien leben den treidlern angeschlossen hier hielt tschitschikow inne und wurde etwas nachdenklich worüber dachte er wohl nach über das schicksal des abakum füirov oder wurde er einfach nachdenklich wie es jeder russe von jedem alter stande und vermögen wird wenn er über die lust des freien lebens nachdenkt und in der tat wo mag jetzt dieser füirov stecken er bummelt laut und lustig am getreidestapelplatz herum nachdem er sich an kaufleute verdungen hat blumen und bänder am hute vergnügt sich die ganze treidlerbande und nimmt abschied von den schlanken großgewachsenen frauen und schätzen die mit perlenschnüren und bändern geschmückt sind reigen und lieder der ganze landungsplatz brodelt während die lastträger unter lärmen schreien und schimpfen sich mit einem haken neunputschwere lasten auf den rücken laden erbsen und weizen mit großem geräusch in die tiefen schiffe schütten und säcke mit hafer und graupen schleppen den ganzen platz füllen die säcke wie kanonenkugeln zu pyramiden aufgestapelt gewaltig ragt dieses ganze getreidearsenal bis es in die geräumigen schiffe verladen ist und die unendliche flotte wie ein zug gänse zugleich mit dem frühlingseise fortschwimmt nun beginnt eure arbeit ihr treidler ebenso vereint wie ihr bisher gebummelt und über die schnur gehauen habt so werdet ihr jetzt euch an die arbeit machen und schweißtriefend das schlepptau ziehen ein lied singen das ebenso endlos ist wie russland selbst ach so schon zwölf sagte endlich tschitschikow indem er auf die uhr blickte was verliere ich so viel zeit wenn ich noch wenigstens etwas gescheites getan hätte aber ich redete nur dummes zeug und wurde dann nachdenklich was bin ich für ein narr nachdem er dies gesagt vertauschte er sein schottisches kostüm mit einem europäischen zog sein volles bäuchlein mit der schnalle fester zusammen besprengte sich mit eau de cologne nahm seine warme mütze in die hand und die papiere unter den arm und begab sich auf die zivilkammer um die kaufverträge abzuschließen er beeilte sich nicht weil er etwa zu spät zu kommen fürchtete das brauchte er nicht zu fürchten denn der kammervorsitzende war sein guter bekannter und hatte die macht die amtsstunden nach belieben zu verlängern oder abzukürzen gleich dem alten zeus homers der die tage verlängerte und die nächte schneller eintreten ließ wenn er die kämpfe seiner lieblings heroen unterbrechen oder zum abschluss bringen lassen wollte er empfand aber noch immer eine gewisse unruhe und verlegenheit ab und zu kam ihm der gedanke dass die seelen doch nicht ganz echt seien und dass es in solchen fällen immer von vorteil wäre die last möglichst schnell loszuwerden kaum war er auf die straße getreten immer noch in diese gedanken versunken und zugleich auf den schultern einen mit braunem tuch gedeckten bären schleppend als er gleich an der ersten straßenkreuzung mit einem herrn zusammenstieß der gleichfalls einen mit braunem tuch gedeckten bären schleppte und eine warme mütze mit ohrenklappen auf hatte dieser herr schrie auf es war manilow sie schlossen einander in die arme und verblieben an die fünf minuten mitten auf der straße in dieser stellung die gegenseitigen küsse waren so heftig dass beiden nachher den ganzen tag die vorderzähne schmerzten manilows gesicht nahm vor freude einen solchen ausdruck an dass die augen vollständig verschwanden und nur noch die nase und die lippen übrig blieben etwa eine viertelstunde lang hielt er tschitschikows hand mit seinen beiden händen fest und machte sie gehörig warm in den feinsten und angenehmsten wendungen erzählte er wie er herbei geflogen sei um pawel ivanovich zu umarmen er schloss seine rede mit einem kompliment das man höchstens einem jungen mädchen zu sagen pflegt mit dem man zu tanze geht tschitschikow öffnete den mund ohne noch recht zu wissen wie er sich bedanken solle als manilow plötzlich eine mit einem rosa bändchen umwundene papierrolle aus seinem pelze hervorholte was ist denn das die bäuerlein ach so tschitschikow entfaltete das papier überflog es mit den augen und wunderte sich über die sorgfalt und schönheit der schrift es ist so schön geschrieben sagte er dass man es gar nicht ins reine zu schreiben braucht und dann diese schöne einfassung rundherum wer hat die einfassung gemacht ach fragen sie lieber nicht sagte manilow sie meine frau mein gott ich geniere mich wirklich daß ich ihnen solche mühe gemacht habe für pawel ivanovich gibt es keine zu große mühe tschitschikow verbeugte sich dankbar als manilow erfuhr dass er auf die zivilkammer ging um die kaufverträge abzuschließen erklärte er sich bereit ihn zu begleiten die freunde fassten sich unter und setzten den weg gemeinsam fort bei jeder kleinen erderhöhung bei jedem hügel und jeder stufe stützte manilow tschitschikow wobei er ihn mit der hand beinahe in die höhe hob mit einem angenehmen lächeln fügte er hinzu daß er es nicht zulassen werde daß pawel ivanovich sich seine füßchen verstauche tschitschikow genierte sich sehr und wußte gar nicht wie ihm zu danken denn er war sich seines schweren gewichtes wohl bewußt unter gegenseitigen dienstleistungen erreichten sie endlich den platz auf dem das amtsgebäude stand ein großes zweistöckiges steinernes haus so weiß wie kreide wohl um die seelenreinheit der in ihm wirkenden beamten zu versinnbildlichen die übrigen gebäude die sich auf diesem platze befanden entsprachen an größe in keiner weise dem amtsgebäude dies waren ein schilder häuschen vor dem ein soldat mit einem gewehr stand zwei oder drei fuhrmanns buden und schließlich lange bretter zäune mit den bekannten mit kohle oder kreide hingekritzelten inschriften und zeichnungen sonst befand sich auf diesem einsamen oder wie man sich bei uns auszudrücken pflegt schönen platze nichts aus den fenstern des ersten und zweiten stocks blickten die unbestechlichen häupter der priester der themis heraus die sofort wieder verschwanden weil wohl in diesem moment ein vorgesetzter ins zimmer trat die freunde gingen nicht sondern liefen die treppe hinauf weil chichikov um sich nicht von manilow stützen zu lassen die schritte beschleunigte und weil manilow seinerseits um chichikov nicht müde werden zu lassen vorauseilte darum keuchten die beiden schwer als sie den dunklen korridor betraten weder die gänge noch die zimmer setzten ihre blicke durch reinlichkeit in erstaunen damals war man um die reinlichkeit noch wenig besorgt und alles was schmutzig war blieb eben schmutzig ohne ein anziehendes äußere anzunehmen göttin themis empfing ihre gäste ganz wie sie war im negligee und im schlafrock eigentlich müssten wir auch die kanzleiräume beschreiben die unsere helden durchschritten der autor empfindet aber eine große scheu vor allen amts lokalitäten selbst wenn er mal zufällig diese lokalitäten in glänzender und veredelter gestalt mit lackierten fußböden und tischen zu durchschreiten hatte so machte er es immer im schnellsten tempo die augen zu boden gesenkt darum hat er auch keine ahnung davon wie dort alles blüht und gedeiht unsere helden sahen viel für konzepte wie auch für die reinschrift bestimmtes papier gesenkte köpfe breite nacken frecke und röcke vom bekannten schnitt der gouvernements schneider und sogar eine einfache hellgraue joppe die von den anderen sehr abstach und deren träger den kopf auf die seite gebeugt und beinahe ans papier gedrückt schnell und mit schwung ein protokoll abschrieb das wohl von der beschlagnahme eines gutes handelte welches sich irgendein friedlicher gutsbesitzer der seine tage ruhig im anklagezustand verbrachte und unter diesem fremden obdache kinder und enkel gezeugt widerrechtlich angeeignet hatte ab und zu fielen kurze heisere worte leihen sie mir bitte den akt nummer 368 immer müssen sie den stöpsel vom amtlichen tintenfasse verlegen zuweilen erklang befehlend eine majestätischere stimme die offenbar von einem vorgesetzten herrührte da schreib das ins reine sonst lasse ich dir die stiefel ausziehen und du bleibst mir hier sechs tage sitzen und kriegst nichts mehr zu essen die schreibfedern erzeugten ein lautes geräusch und es klang als führen mehrere wagen mit reisig durch einen wald wo der boden einen viertel arsch schien hoch mit trockenem laub bedeckt sei ende von abschnitt 13 gelesen von ifa k abschnitt 14 von die toten seelen von nikolai wasilewitsch gogol diese librivox aufnahme ist in der public domain erster teil siebentes kapitel zwei tschitschikow und manilow gingen auf den ersten tisch zu an dem zwei jugendliche beamte saßen und fragten gestatten sie wo ist hier die abteilung für kaufverträge was wünschen sie denn fragten die beiden beamten indem sie sich umwandten ich möchte ein gesuch einreichen was haben sie denn gekauft ich möchte zuvor wissen wo die betreffende abteilung ist hier oder anderswo nein sagen sie mir zuvor was sie gekauft haben und zu welchem preis dann werden wir ihnen sagen wo diese abteilung ist sonst können wir es nicht wissen tschitschikow merkte sofort dass die beamten wie alle jungen beamten einfach neugierig waren und sich in ihrer tätigkeit mehr gewicht und bedeutung verleihen wollten hört mal meine lieben sagte er ich weiß sehr gut dass alle kaufverträge um welchen kaufpreis es sich auch handeln mag an einer stelle erledigt werden darum bitte ich euch uns die betreffende abteilung zu zeigen wenn ihr euch aber hier nicht auskennt so werden wir jemand anderen fragen die beamten gaben darauf keine antwort und der eine von ihnen zeigte bloß mit einem finger auf einen winkel wo ein alter mann vor einem tische saß und irgendwelche papiere nummerierte tschitschikow und manilow begaben sich zwischen den tischen zu ihm der alte mann war in seine arbeit mit großem fleiß vertieft gestatten sie die frage sagte tschitschikow mit einer verbeugung ist hier die abteilung für kaufverträge der alte mann hob die augen und sagte langsam nein hier ist nicht die abteilung für kaufverträge wo denn in der expedition für kaufverträge und wo ist die expedition für kaufverträge bei iwan antonowitsch und wo ist iwan antonowitsch der alte mann zeigte mit dem finger auf eine andere zimmerecke tschitschikow und manilow begaben sich zu iwan antonowitsch iwan antonowitsch hatte schon auf sie ein auge geworfen und sie von der seite gemustert doch im gleichen augenblick vertiefte er sich gleich wieder in seine schreibarbeit gestatten sie die frage sagte tschitschikow mit einer verbeugung ist hier die abteilung für kaufverträge iwan antonowitsch tat so als ob er nichts hörte er vertiefte sich in seine papiere und gab keine antwort man sah ihm gleich an dass er ein vernünftiger reifer herr war und kein junger schwätzer und leichtfuß iwan antonowitsch schien hoch in den vierzigern zu sein seine haare waren dicht und schwarz die ganze mittlere gesichtspartie trat hervor und strebte der nase zu es war eines der gesichter das man im alltagsleben mit kannenmaul zu bezeichnen pflegt darf ich fragen ist hier die abteilung für kaufverträge fragte tschitschikow ja hier sagte iwan antonowitsch indem er sein kannenmaul von ihm wegwandte und sich wieder in die schreibarbeit vertiefte ich komme mit folgender sache ich habe von einigen gutsbesitzern des hiesigen kreises bauernzwecks übersiedlung erworben die kaufverträge sind aufgesetzt sie müssen nur noch vollzogen werden sind die verkäufer zur stelle einige sind zur stelle und von den anderen liegen vollmachten vor haben sie das gesuch mitgebracht ich habe auch das gesuch mitgebracht ich möchte gern ich habe einige eile könnte man die sache nicht schon heute erledigen ja heute heute geht es nicht sagte iwan antonowitsch man muss noch erkundigungen einziehen ob den verkäufen keine gerichtlichen verfügungen im wege stehen übrigens was die beschleunigung der sache betrifft so ist iwan grigoryevich der kammervorsitzende mein guter freund iwan grigoryevich ist nicht der einzige es sind auch andere da sagte iwan antonowitsch streng tschitschikow verstand die anspielung iwan antonowitschs und entgegnete auch die anderen sollen nicht zu kurz kommen ich habe selbst gedient und kenne die sache gehen sie zu iwan grigoryevich sagte iwan antonowitsch etwas freundlicher soll er nur dem den es angeht befehl geben an uns soll es nicht fehlen tschitschikow holte aus der tasche eine banknote hervor und legte sie vor iwan antonowitsch der sie gar nicht bemerkte und sofort mit einem buche zudeckte tschitschikow wollte ihn auf die note aufmerksam machen aber jener gab ihm durch ein kopfnicken zu verstehen dass er es nicht zu tun brauchte dieser da wird sie in den sitzungssaal führen sagte iwan antonowitsch er nickte mit dem kopf und einer der anwesenden priester der themis der der göttin mit solchem eifer opferte dass seine beiden ärmel geplatzt waren und aus ihnen schon längst das unterfutter hervorquoll wofür er auch seinerzeit den rang eines kollegienregistrators erhalten hatte gesellte sich als führer zu unseren freunden wie einst vergil zu dante und führte sie in den sitzungssaal wo nur ein einziger breiter sessel stand und in diesem vor einem tische mit dem gerichtsspiegel und zwei dicken büchern einsam wie die sonne der kammervorsitzende thronte hier zeigte der neue vergil schon heilige scheu daß er es nicht wagte den fuß über die schwelle zu setzen und sofort den rücken kehrte der glatt gerieben wie eine bastecke war und an dem eine hühnerfeder klebte als sie den saal betraten sahen sie daß der vorsitzende nicht allein war an seiner seite saß ganz vom gerichtsspiegel verdeckt das erscheinen der gäste löste freudige ausrufe aus und der regierungssessel wurde geräuschvoll zurückgeschoben auch sabakewitsch erhob sich von seinem platze und wurde in ganzer figur mit seinen langen ärmeln sichtbar der vorsitzende schloß tschitschikow in die arme und der saal hallte wieder von den küssen man fragte einander nach dem befinden es zeigte sich daß die beiden leichte kreuzschmerzen hatten was sofort der sitzenden lebensweise zugeschrieben wurde der vorsitzende war schon anscheinend von sabakewitsch über den kauf unterrichtet weil er sofort unseren helden zu beglückwünschen begann was den letzteren etwas verlegen machte um so mehr als er die beiden verkäufer sabakewitsch und manilow mit jedem von denen er das geschäft unter vier augen abgeschlossen hatte nun einander gegenüberstehen sah er dankte jedoch dem vorsitzenden und wandte sich gleich an sabakewitsch mit der frage und wie ist ihr befinden gottlob ich kann mich nicht beklagen sagte sabakewitsch und er durfte sich auch tatsächlich nicht beklagen viel eher könnte sich ein stück eisen erkälten und zu husten anfangen als dieser so wunderbar konstruierte ja sie waren immer als gesund und kräftig berühmt sagte der vorsitzende auch ihr seliger herr vater war ein kräftiger mann ja der pflegte allein gegen einen bären loszugehen antwortete sabakewitsch mir scheint aber sagte der vorsitzende daß auch sie einen bären umwerfen könnten wenn sie gegen einen losziehen würden nein ich könnte keinen umwerfen antwortete sabakewitsch mein seliger vater war doch kräftiger als ich er seufzte und fuhr fort nein heute sind die menschen ganz anders selbst wenn man mein leben betrachtet was ist das für ein leben es ist gar nicht so extra warum ist denn ihr leben nicht gut fragte der vorsitzende es ist gar nicht gut sagte sabakewitsch und schüttelte den kopf urteilen sie selbst iwan grigorjewitsch ich habe schon meine fünfzig auf dem buckel und bin noch nie krank gewesen wenn ich doch wenigstens einmal halsschmerzen ein geschwür oder einen vorunkel gehabt hätte nein das bedeutet nichts gutes früher oder später werde ich das noch büßen müssen hier versank sabakewitsch in melancholie ist das ein kerl dachten sich gleichzeitig tschitschikow und der vorsitzende worüber der sich beklagt ich habe einen brief an sie sagte tschitschikow indem er plushkins brief aus der tasche holte von wem denn fragte der vorsitzende nachdem er den brief entfaltet rief er aus ach so von plushkin der lebt noch immer auf der welt ist das ein schicksal was ist er doch für ein kluger und reicher mensch gewesen und jetzt ein hund sagte sabakewitsch ein gauner hat alle seine leute verhungern lassen gerne gerne sagte der vorsitzende nachdem er den brief gelesen ich will gerne die vertretung übernehmen wann wollen sie den kaufvertrag abschließen jetzt oder später sagte tschitschikow ich möchte sie sogar bitten womöglich heute weil ich morgen schon die stadt verlasse ich habe die verträge und das gesuch mitgebracht das ist alles sehr schön aber wir werden sie nicht so bald fortreisen lassen die kaufverträge werden heute erledigt doch sie müssen noch einige zeit bei uns verleben gleich gebe ich den befehl mit diesen worten öffnete er die türe der kanzleistube die voller beamten war diese schwärmten wie fleißige bienen um ihre waben wenn nur der vergleich der bienenwaben mit den kanzleiakten angängig wäre ist iwan antonowitsch hier er ist hier antwortete eine stimme aus dem innern des zimmers schickt ihn mal her der den lesern schon bekannte iwan antonowitsch mit dem kannenmaul erschien im sitzungssaal und machte eine respektvolle verbeugung hier iwan antonowitsch nehmen sie mal alle kaufverträge dieses herrn vergessen sie nicht iwan grigorjewitsch fiel ihm sobakewitsch ins wort daß auch zeugen notwendig sind wenigstens zwei für jede partei lassen sie mal gleich den staatsanwalt kommen er ist ein müßiger mensch und sitzt wohl zu hause alles besorgt für ihn sein faktotum solatucha der größte dieb in der welt auch der inspektor der medizinalverwaltung ist ein müßiger mensch und sitzt wohl zu hause wenn er nicht irgendwo hingefahren ist um karten zu spielen es gibt auch viele leute die näher wohnen truchatschewski birguschkin die fallen nur der erde zur last gewiss gewiss sagte der vorsitzende und schickte sofort einen kanzleidiener um alle die zeugen herbeizuschaffen ich möchte sie noch bitten sagte tschitschikow den bevollmächtigten einer kutsbesitzerin kommen zu lassen mit der ich gleichfalls ein geschäft abgeschlossen habe es ist der sohn des protopopen per kirill er ist hier bei ihnen angestellt gewiss wir wollen auch ihn holen lassen sagte der vorsitzende es soll alles geschehen den beamten bitte ich sie aber nichts zu geben meine freunde brauchen nichts zu zahlen nach diesen worten erteilte er iwan antoniewicz irgendeinen befehl der diesem offenbar sehr missfiel die verträge machten auf den kammervorsitzenden anscheinend einen guten eindruck umso mehr als er sah dass die gesamtsumme beinahe hunderttausend rubel ausmachte einige minuten lang blickte er tschitschikow mit dem ausdrucke höchster zufriedenheit in die augen und sagte schließlich so 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 geht es pawel iwanowitsch so haben sie also einiges erworben ja ich habe mir einiges erworben antwortete tschitschikow ein gutes werk wirklich ein gutes werk ja ich sehe selbst dass ich ein besseres werk gar nicht habe unternehmen können wie dem auch sei der lebenszweck eines menschen ist nur dann bestimmt wenn er auf festem grunde und nicht auf irgendeiner freigeistigen schimäre der jugend fußt bei dieser gelegenheit tadelte er und mit recht alle jungen leute für ihre liberale gesinnung merkwürdigerweise klangen aber diese seine worte etwas unsicher wie wenn er sich dabei dächte tu lügst mein bester und nicht zu knapp er vermied sogar sopakiewitsch und manilow anzublicken da er in ihren gesichtern etwas zu lesen fürchtete seine furcht war aber unbegründet sopakiewitsch zuckte mit keiner wimper und manilow schüttelte nur von tschitschikows worten bezaubert billigend den kopf und nahm dabei den ausdruck eines musikliebhabers an welcher hört wie eine sängerin die geige übertönt und einen so hohen ton von sich gibt wie ihn selbst keine vogelkehle hervorbringen kann warum wollen sie dem iwan grigorjewitsch nicht sagen bemerkte sopakiewitsch was sie erworben haben und warum fragen sie ihn nicht iwan grigorjewitsch worin seine erwerbungen bestehen was das für leute sind ich sage ihnen das reinste gold ich habe ihm ja den wagenbauer michejev verkauft tatsächlich auch den michejev sagte der vorsitzende ich kenne den wagenbauer michejev er ist ein wunderbarer meister er hat mir einmal eine droschke umgearbeitet aber gestatten sie sie haben mir doch selbst gesagt er sei gestorben wer michejev gestorben sagte sopakiewitsch ohne die fassung zu verlieren sein bruder ist gestorben er aber ist munter und fidel dieser tage hat er mir einen wagen gebaut wie man ihn nicht mal in moskau herstellen kann im grunde genommen hätte er nur für den kaiser arbeiten sollen ja michejev ist ein wunderbarer meister sagte der vorsitzende und ich wundere mich sogar dass sie sich von ihm haben trennen können als ob es michejev allein wäre und der zimmermann stepan probka der ofensetzer miluschkin der schuster maxim teljadnikov alle sind weg alle habe ich verkauft und als der vorsitzende ihn fragte warum er diese im hauswesen so notwendigen leute verkauft habe winkte sopakiewitsch mit der hand und sagte es war so eine dumme laune von mir ich will sie verkaufen sagte ich mir und verkaufte sie aus bloßer dummheit darauf ließ er seinen kopf hängen als ob er die sache wirklich bereute und fügte hinzu da habe ich schon graues haar bin aber immer noch nicht gescheiter geworden aber gestatten sie pawel iwanowitsch fragte der vorsitzende wie kaufen sie die bauern ohne land etwa zwecksübersiedlung ja zwecksübersiedlung das ist freilich eine andere sache und wo sollen sie hin ins chersonna gouvernement oh dort ist ein vorzügliches land sagte der vorsitzende und äußerte sich sehr lobend über den dortigen gras wuchs und haben sie auch genügend land genügend gerade so viel als ich für die gekauften bauern brauche ist dort ein fluss oder ein teich ein fluss es gibt übrigens auch einen teich nach diesen worten blickte tschitschikow zufällig sopakiewitsch an obwohl dessen gesicht noch immer unbeweglich war glaubte tschitschikow darin zu lesen gott wie du lügst es gibt dort wohl weder einen fluss noch einen teich noch das land selbst während dieser gespräche erschienen ein zeuge nach dem anderen der dem leser schon bekannte staatsanwalt mit dem blinzelnden auge der inspektor der medizinalverwaltung druhatschewski byeguschkin und die sonstigen leute die nach sopakiewitschs worten bloß der erde zur last fielen viele von ihnen waren tschitschikow gänzlich unbekannt die noch fehlenden zeugen wurden dem personal der zivilkammer entnommen man schaffte nicht nur den sohn des protopopen piekiril herbei sondern auch den protopopen selbst ein jeder von diesen zeugen malte seine unterschrift mit allen seinen titeln und auszeichnungen hin der eine in steiler der andere in schräger schrift ein dritter setzte die buchstaben beinahe auf den kopf und gebrauchte buchstaben die man im russischen alphabet kaum je gesehen hat der bekannte iwan antonowitsch machte die sache sehr schnell die verträge wurden verzeichnet datiert ins buch und wo es sich sonst noch gehört eingetragen für die anzeige im amtsblatte wurde das halbe prozent erhoben und tschitschikow hatte nur eine kleinigkeit zu bezahlen der präsident gab sogar befehl von ihm nur die hälfte der vorgeschriebenen gebühr zu erheben während die andere hälfte auf eine unerklärliche weise von einem anderen gesuchsteller getragen werden musste so sagte der vorsitzende jetzt bleibt uns nur noch übrig den kauf zu begießen sehr gern sagte tschitschikow wollen sie mir nur den zeitpunkt angeben es wäre auch sünde meinerseits wenn ich einer so angenehmen gesellschaft nicht ein paar flaschen schaumwein spendierte nein sie haben mich missverstanden den schaumwein wollen wir selbst spendieren sagte der vorsitzende das ist unsere pflicht und schuldigkeit sie sind unser gast wir müssen sie bewirken wissen sie was meine herren wir wollen uns nicht lange den kopf zerbrechen und sofort zum polizeimeister gehen er ist doch ein wahrer wundertäter er braucht nur mit dem auge zu zwinkern wenn er an den fischläden oder den weinhandlungen vorbeigeht und wir haben sofort das schönste frühstück bei dieser gelegenheit wollen wir auch eine kleine partie whist spielen auf diesen vorschlag konnte niemand nein sagen die zeugen spürten schon bei der bloßen erwähnung der fischläden appetit alle griffen sofort nach ihren mützen und hüten und die amtshandlung war zu ende als sie durch die kanzlei gingen sagte iwan antonowitsch mit dem kannenmaul mit einer höflichen verbeugung leise zu tschitschikow sie haben für hunderttausend rubel bauern gekauft und mir für meine mühe nur einen fünfundzwanziger gegeben was sind das auch für bauern antwortete ihm tschitschikow ebenso leise schlechtes unbrauchbares volk sie sind nicht mal die hälfte davon wert iwan antonowitsch begriff dass der besucher einen festen charakter hatte und nichts mehr geben würde und was haben sie dem pluschk ihn für die seelen bezahlt flüsterte ihm sabakewitsch ins andere ohr und warum haben sie den worabier mit eingetragen antwortete ihm darauf tschitschikow was für einen worabier fragte sabakewitsch nun das frauenzimmer jelisawieta worabier aus der sie einen jelisawiet gemacht haben ich habe keinen worabier eingetragen sagte sabakewitsch und gesellte sich zu den anderen gästen endlich erreichten die gäste in einem großen haufen das haus des polizeimeisters der polizeimeister war in der tat ein wundertäter sobald er von der sache hörte rief er sofort den revieraufseher einen flinken burschen in laxstiefeln herbei und flüsterte ihm höchstens zwei worte ins ohr denen er nur noch hinzufügte verstehst du infolgedessen erschienen im nächsten zimmer während die gäste ihren whist spielten auf dem tische weißlachs störe salm presskaviar malassolkaviar heringe geräucherte fische käse aller sorten geräucherte zungen und störrücken dies alles hatte der fischmarkt beigesteuert dann kamen noch die spenden des hausherrn und die erzeugnisse seiner küche eine pastete mit den knorpeln und dem kopf eines neuen putschweren störes eine andere pastete mit schwemmen ferner butterbrezeln pastetchen und der polizeimeister war gewissermaßen der vater und wohltäter der stadt er bewegte sich unter den bürgern wie in eigener familie und besuchte ihre läden und geschäfte wie seine eigene speisekammer überhaupt füllte er wie man so sagt seinen platz durchaus aus und hatte sein amt vollkommen erfaßt es war schwer zu sagen ob er für sein amt oder sein amt für ihn geschaffen war er packte die sache so geschickt an dass er doppelt so viel einnahmen als alle seine vorgänger hatte dabei aber die liebe der ganzen stadt genoß vor allem liebten ihn die kaufleute weil er so gar nicht stolz war er hob ihre kinder aus der taufe stand bei ihnen gevatter schröpfte sie zwar zuweilen erbarmungslos machte das aber außerordentlich geschickt er klopfte dabei einen freundlich auf die schulter lachte oder traktierte ihn mit tee versprach zuweilen zu einer partie dame zu kommen und erkundigte sich nach allem wie die geschäfte gingen wenn er hörte dass ein kind erkrankt sei empfahl er eine arznei mit einem worte ein braver kerl wenn er in seiner drosch gefuhr um nach der ordnung zu sehen rief er dem einen oder dem anderen zu nun wie ist es micheic wollen wir unsere partie nicht einmal zu ende spielen ja alexei iwanowitsch antwortete jener die mütze ziehend das sollten wir nun bruder ilja paramonic besuch mich doch mal und sieh dir meinen traber an spann auch den deinigen in den rennwagen wir wollen mal um die wette fahren der kaufmann der auf seinen traber ganz versessen war lächelte besonders aufgeräumt strich sich den bart und sagte wir wollen es mal versuchen alexei iwanowitsch selbst alle ladenangestellten die so einem gespräch mit entblößten köpfen beiwohnten blickten einander vergnügt an als wollten sie sagen alexei iwanowitsch ist doch ein guter mensch mit einem worte er hatte die größte popularität erworben und die kaufleute waren von ihm der meinung alexei iwanowitsch schröpft zwar gehörig verrät aber einen nicht als der polizeimeister sah dass der tisch fertig gedeckt war schlug er den gästen vor den whist nach dem frühstück zu ende zu spielen und alle begaben sich in das andere zimmer aus dem schon längst ein geruch drang der die nasen der gäste auf die angenehmste weise kitzelte und in das sapakewitsch schon längst durch die türe hineingeschaut wobei er einen auf einer großen platte etwas abseits liegenden stör ins auge gefasst hatte die gäste tranken je ein gläschen von einem dunklen olivgelben schnaps von der farbe wie sie nur bei gewissen sibirischen halbedelsteinen vorkommt aus denen man in russland petschaften zu machen pflegt traten dann mit gabeln bewaffnet von allen seiten an den tisch und begannen wie man so sagt ihre charaktere und neigungen zu zeigen indem der eine sich auf den kaviar der andere auf den salm und der dritte auf den käse verlegte sapakewitsch schenkte allen diesen kleinigkeiten nicht die geringste beachtung und machte sich gleich an den stör heran während die anderen sprachen verzehrte er ihn in etwas mehr als einer viertelstunde vollständig sodass als der polizeimeister sich des fisches erinnerte und mit den worten und was sagen sie zu diesem naturprodukt meine herren mit einer gabel bewaffnet und von den anderen begleitet an die fischplatte herantrat von dem naturprodukt nur noch der schwanz übrig geblieben war sapakewitsch tat aber so als ob er mit der sache nichts zu tun hätte trat vor einen etwas abseits stehenden teller und begann mit der gabel in einem winzigen gedörrten fischchen herumzustochern nachdem er mit dem stör fertig geworden setzte sich sapakewitsch in einen sessel aß und trank nichts mehr sondern kniff nur die augen zusammen der polizeimeister schien mit den weinen nicht zu geizen die toaste wollten gar kein ende nehmen der erste toast galt wie die leser vielleicht selbst erraten haben dem neuen chersoner gutsbesitzer dann trank man auf das wohlergehen seiner bauern und auf deren erfolgreiche übersiedlung dann auf das wohl seiner künftigen schönen frau was unserem helden ein angenehmes lächeln entlockte man trat an ihn von allen seiten heran und suchte ihn zu überreden wenigstens noch zwei wochen in der stadt zu bleiben nein pawel iwanowitsch das geht wirklich nicht das hieße ja nur die stube kalt machen über die schwelle herein und gleich wieder hinaus nein sie müssen noch einige zeit mit uns verleben wir wollen sie auch verheiraten nicht wahr iwan grigorjewitsch wir werden ihn verheiraten gewiß werden wir ihn verheiraten stimmte der kammervorsitzende zu und wie sehr sie sich auch mit händen und füßen dagegen wehren wir verheiraten sie doch nein väterchen wenn sie schon einmal hergeraten sind so dürfen sie nicht klagen wir verstehen keinen spaß warum sollte ich mich mit händen und füßen wehren sagte tschitschikow lächelnd die heirat ist doch nicht eine solche sache wenn nur eine braut da wäre es wird auch eine braut da sein warum soll ich keine finden alles wird sich finden lassen was sie nur wünschen nun wenn sich eine finden läßt bravo er bleibt schrien alle vivat hurra babil iwanowitsch hurra und alle traten mit ihren gläsern auf ihn zu um mit ihm anzustoßen tschitschikow stieß mit allen an nein nein noch einmal riefen die keckerin und er stieß mit ihnen zum zweitenmal an dann wollten sie noch zum drittenmal anstoßen und er stieß auch zum drittenmal an in ganz kurzer zeit bemächtigte sich aller eine außerordentlich lustige stimmung der kammervorsitzende der in heiterem zustande ein wirklich netter mann war schloss tschitschikow einige mal in die arme und sagte mit herzlichem gefühl du mein herz mein mamachen er knipste sogar mit den fingern und tanzte um ihn herum wobei er das bekannte lied sang ach du hundesohn kamarinski muschik nach dem champagner entkorkte man einige flaschen ungarwein der die stimmung noch mehr hob und die gesellschaft noch mehr erheiterte den whist hatte man vollkommen vergessen man stritt schrie und redete über alles mögliche über politik sogar über das kriegswesen und äußerte dabei höchst freiheitliche gedanken für die man zu einer anderen zeit seine eigenen kinder durchgeprügelt hätte man löste eine menge höchst schwieriger fragen tschitschikow hatte sich noch nie so lustig gefühlt er kam sich tatsächlich als ein khersoner gutsbesitzer vor sprach von allerlei reformen von der dreifelderwirtschaft vom glück und der seligkeit zweier seelen und fing an sabakewitsch eine epistel werthers an charlotte in versen zu deklamieren wozu jener in seinem sessel sitzend nur schwer die lieder bewegte da er nach dem störrecht schläfrig geworden war tschitschikow merkte auch selbst daß er sich zu sehr gehen ließ bat um eine ekipage und bekam die droschke des staatsanwaltes der kutscher des letzteren war wie es sich unterwegs zeigte ein erfahrener bursche er lenkte das pferd nur mit einer hand während er mit der anderen hinter seinem rücken den fahrgast festhielt so erreichte er mit der droschke des staatsanwaltes seinen gasthof wo ihm noch lange allerlei unsinn auf die zunge kam eine blonde braut mit roten backen und einem grübchen auf der rechten chersoner besitztümer und kapitalien selifan bekam von ihm sogar den auftrag alle neu angesiedelten bauern zu versammeln und namentlich aufzurufen selifan hörte ihm sehr lange schweigend zu verließ dann das zimmer und sagte zu petruschka geh kleide den herrn aus petruschka begann ihm die stiefel auszuziehen und zog mit ihnen beinahe auch den herrn selbst auf den boden herunter die stiefel waren schließlich ausgezogen der herr entkleidete sich ordentlich drehte sich zuerst einige mal auf seinem bette das unter ihm unbarmherzig knarrte hin und her und schlief bald als überzeugter chersoner gutsbesitzer ein petruschka trug indessen die hose und den frack von preiselbeerfarbenem tuch mit glanz in den korridor hinaus breitete sie auf dem hölzernen kleiderhalter aus und begann mit einem klopfer und einem besen drauf zu hauen so dass der ganze korridor sich mit staub füllte im begriffe die kleider vom halter herunter zu nehmen blickte er von der galerie hinunter und sah selifan der eben aus dem stalle kam ihre blicke trafen sich und sie verstanden sich sofort ohne worte der herr ist schlafen gegangen also könnte man irgendwo hineinschauen petruschka brachte sofort den frack und die hose aufs zimmer kam zu selifan hinunter und die beiden machten sich auf den weg unterwegs sprachen sie nicht vom ziele ihrer reise sondern schwatzten von allerlei gleichgültigen dingen der spaziergang war recht kurz sie gingen nur über die straße zu einem hause das dem gasthof gegenüber stand und traten durch eine niederer verrauchte glastüre in einen kellerraum wo hinter einfachen tischen bereits allerlei leute saßen mit bart und ohne bart in schafspelzen in hemden und auch in friesmänteln was selifan und petruschka hier trieben weiß gott allein als sie aber nach einer stunde wieder herauskamen hielten sie sich untergefasst sprachen kein wort und erwiesen einander an jeder ecke besondere aufmerksamkeit hand in hand ohne einander loszulassen stiegen sie dann eine geschlagene viertelstunde die treppe hinauf und langten endlich oben an petruschka stand eine minute lang vor seinem niederen bett und überlegte sich wie er sich wohl am besten hinlegen könnte schließlich legte er sich quer über das bett so dass seine füße gegen den fußboden stießen auch selifan legte sich auf dasselbe bett den kopf auf petruschkas bauch und schien ganz vergessen zu haben dass er gar nicht hier sondern vielleicht in der gesindestube oder gar im stalle bei den pferden hätte schlafen sollen beide schliefen augenblicklich ein und erhoben dabei ein sonores geschnarche das der herr aus seinem zimmer mit einem feinen pfeifen durch die nase begleitete bald wurde alles still und der gasthof versank in tiefen schlaf nur in einem kleinen fenster brannte noch licht hier wohnte der leutnant aus rizan der offenbar großer liebhaber von stiefeln war denn er hatte sich bereits vier paare bestellt und probierte nun unermüdlich das fünfte einige mal trat er ans bett um die stiefel auszuziehen und sich hinzulegen brachte es aber nicht übers herz die stiefel waren in der tat wunderbar genäht und lange hob er noch das bein in die höhe und betrachtete den herrlich gearbeiteten absatz ende von abschnitt 14 gelesen von eva k abschnitt 15 von die toten seelen von nikolai wassilevic gogol diese librivox aufnahme ist in der public domain erster teil achtes kapitel 1 tschitschikows käufe waren bereits zu einem stadtgespräch geworden in der stadt sprach und diskutierte man viel darüber ob es vorteilhaft sei bauern ohne landzwecks übersiedlung zu kaufen unter den ansichten die bei diesen debatten geäußert wurden zeichneten sich viele durch große sachkenntnis aus gewiss sagten manche dagegen lässt sich nicht streiten das land in den südlichen gouvernements ist wirklich gut und fruchtbar wie werden aber die bauern tschitschikows ohne wasser leben können es gibt dort ja keinerlei fluss das ist noch das geringste dass es dort kein wasser gibt das wäre noch nicht so schlimm stepan dmitrievich aber die ansiedlung selbst ist eine unsichere sache man weiß ja wie so ein bauer ist wenn er in eine ganz neue gegend gebracht wird und ackerbau treiben soll aber nichts hat weder haus noch hof so brennt er durch so gewiß wie zweimal zwei vier ist er brennt durch und man findet nicht mal seine spur nein alexei iwanowitsch sie erlauben schon ich bin mit ihrer ansicht dass tschitschikows bauer durchbrennen wird nicht einverstanden der russe ist zu allem fähig und gewöhnt sich an jedes klima wenn sie ihn auch nach kamtschatka schicken und ihm nur ein paar warme handschuhe geben so wird er erst die hände gegeneinander klopfen dann die axt nehmen und sich ein neues haus zimmern du hast aber etwas sehr wichtiges außer acht gelassen iwan grigorjewitsch du hast gar nicht gefragt was für leute die tschitschikowschen bauern sind du hast vergessen daß der gutsbesitzer einen guten bauern nicht verkaufen wird ich setze meinen kopf dafür ein daß tschitschikows bauern lauter diebe säufer und faulenzer von äußerst ausgelassenem betragen sind gewiss dem stimme ich zu daß kein gutsbesitzer gute bauern verkaufen wird und daß tschitschikows bauern säufer sind aber man muß in betracht ziehen daß gerade hierin die moral steckt jetzt sind sie taugenichtse wenn sie aber in eine neue gegend kommen können sie plötzlich zu ausgezeichneten untertanen werden dafür hat es in der welt nicht wenig beispiele gegeben und auch in der welt geschichte das wird niemals sein sagte der direktor der staatsfabriken glauben sie mir niemals denn die bauern tschitschikows werden zwei mächtige feinde vor sich haben der erste feind ist die nähe der kleinrussischen gouvernements wo bekanntlich freier branntweinverkauf besteht ich versichere sie in zwei wochen werden sie dem suff erliegen der andere feind ist aber der hang zum vagabunden leben den die bauern während der übersiedlung erwerben tschitschikow müßte sie immer beaufsichtigen sehr streng halten und für jede bagatelle bestrafen und zwar dürfte er sich dabei nicht auf einen anderen verlassen sondern alles selbst tun und persönlich die ohrfeigen und genickstöße austeilen warum soll sich denn tschitschikow selbst damit abgeben und die genickstöße austeilen er kann sicher auch einen verwalter nehmen hier finden sie ihm einen verwalter die sind alle spitzbuben sie sind spitzbuben weil sich die herren selbst nicht um die sache kümmern das stimmt bestätigten viele wenn der herr auch nur etwas von der wirtschaft versteht und einige menschenkenntnis hat so findet er immer einen guten verwalter der direktor der staatsfabriken sagte aber daß man für weniger als 5000 rubel keinen guten verwalter finden könne doch der kammervorsitzende meinte daß man auch schon für 3000 einen haben könne aber der direktor der staatsfabriken fragte wo finden sie einen solchen höchstens in ihrer nase nein nicht in der nase sondern im hiesigen landkreise es ist ein gewisser pyotr petrowitsch samahilow er ist gerade der richtige verwalter wie ihn die bauern tschitschikows brauchen viele versetzten sich mit großer teilnahme in tschitschikows lage und hatten große angst vor der übersiedlung einer solchen menge von bauern sie fürchteten sogar daß unter so unruhigen elementen wie es die bauern tschitschikows seien leicht ein aufruhr ausbrechen könnte darauf wandte der polizeimeister ein daß man einen aufruhr nicht zu befürchten brauche da zur verhinderung solcher vorkommnisse die macht der polizeihauptleute bestehe der polizeihauptmann brauche nicht mal persönlich hinzufahren es genüge schon wenn er seine mütze hinschicke die mütze allein sei schon imstande die bauern ohne irgendwelche schwierigkeiten nach dem orte ihrer ansiedlung zu bringen viele machten ihre vorschläge wie der aufrührerische geist der tschitschikowschen bauern auszurotten sei diese vorschläge waren sehr verschiedener art es waren solche darunter die eine beinahe übermäßige militärische grausamkeit und härte atmeten andere dagegen zeugten von großer milde der postmeister meinte daß tschitschikow eine heilige aufgabe vor sich habe daß er gewissermaßen der vater seiner bauern werden und unter ihnen sogar die segensreiche aufklärung verbreiten könne bei dieser gelegenheit äußerte er sich sehr lobend über die lancastersche methode des wechselseitigen unterrichts so sprach und diskutierte man in der stadt und viele teilten tschitschikow von aufrichtiger teilnahme bewegt ihre vorschläge mit und empfahlen ihm sogar die bauern der größeren sicherheit wegen an ihren neuen wohnsitz durch eine militär eskorte begleiten zu lassen tschitschikow dankte für die ratschläge versprach diese bei gelegenheit in betracht zu ziehen verzichtete aber sehr entschieden auf die eskorte in dem er sagte dass diese absolut unnötig sei da die von ihm gekauften bauern sich durch einen außerordentlich friedlichen charakter auszeichneten und selbst eine große neigung für die übersiedlung hätten so daß ein aufruhr unter ihnen völlig ausgeschlossen sei alle diese debatten und erörterungen hatten übrigens für tschitschikow die denkbar besten folgen es kam nämlich das gerücht auf daß er nicht mehr und nicht weniger als ein millionär sei die stadtbewohner hatten wie wir es schon im ersten kapitel sahen tschitschikow auch ohnehin herzlich liebgewonnen um die wahrheit zu sagen waren sie lauter gutmütige menschen lebten in eintracht behandelten einander auf die freundschaftlichste weise und ihre gespräche trugen immer den stempel einer ganz besonderen treuherzigkeit und intimität liebster freund ilja iljitsch hör mal bruder antipater zacharjewitsch du übertreibst mamachen iwan grigorjewitsch dem postmeister welcher iwan andrejewitsch hieß sagte man immer sprechen sie deutsch iwan andrejitsch mit einem worte alles ging höchst familiär zu viele waren nicht ohne bildung der kammerpräsident kannte die ludmila von schukowski die damals noch eine ganz frische novität war auswendig und rezitierte aus ihr meisterhaft viele stellen besonders gut gelangen ihm der wald schläft ein die täler ruhen im schlummer und das wort horch so daß man tatsächlich die täler schlafen sah um die illusion zu vergrößern schloß er sogar die augen der postmeister neigte mir der philosophie zu und las höchst fleißig selbst bei nacht die nächte von young und den schlüssel zu den geheimnissen der natur von eckartshausen aus dem letzteren werke machte er sogar längere exzerpte welcher art diese aber waren wußte niemand im übrigen war er sehr witzig gebrauchte gerne erlesene ausdrücke und liebte es wie er sich selbst ausdrückte seine rede zu würzen er würzte seine rede mit einer menge von partikeln und wendungen wie verehrtester herr wissen sie verstehen sie denken sie sich nur beziehungsweise gewissermaßen und ähnlichen die er mit vollen händen ausstreute er würzte seine rede ferner recht geschickt durch blinzeln und zwinkern mit dem einen auge was vielen seiner satirischen andeutungen einen recht bissigen ausdruck verlieh auch die anderen waren mehr oder weniger aufgeklärte menschen der eine las karamsin der andere die moskauer nachrichten und ein dritter las überhaupt nichts der eine war was man eine schlafmütze nennt das heißt ein mensch den man nur durch einen fußtritt in bewegung setzen konnte ein anderer war einfach ein siebenschläfer der sein ganzes leben verschlief und den zu wecken es sich überhaupt nicht lohnte er würde sowieso nicht aufstehen was das äußere betrifft so machten alle wie schon bekannt einen durchaus zuverlässigen eindruck schwindsüchtige gab es unter ihnen nicht es waren lauter männer denen die gattinnen bei zärtlichen gesprächen unter vier augen folgende kosenamen zu geben pflegten fässchen dickerchen bäuchlein und so weiter doch im allgemeinen waren es liebe gastfreundliche menschen und einer der mit ihnen zu mittag gegessen oder einen abend lang whist gespielt hatte wurde von ihnen sofort ins herz geschlossen dies war ganz besonders bei tschitschikow der fall der über bezaubernde eigenschaften und manieren verfügte und das große geheimnis den menschen zu gefallen wirklich kannte sie hatten ihn so sehr liebgewonnen daß er gar keine möglichkeit sah aus der stadt heraus zu kommen er hörte nichts als nun noch eine woche nur eine einzige woche bleiben sie hier bei uns pavil ivanovich mit einem worte man trug ihn förmlich auf den händen doch unvergleichlich bemerkenswerter war der eindruck den tschitschikow auf die damen machte dieser war direkt erstaunlich um diese erscheinung einigermaßen verständlich zu machen müsste man eigentlich vieles über die damen selbst und über ihre gesellschaft sagen und ihre seelischen eigenschaften sozusagen mit lebendigen farben schildern aber dem autor fällt dieses sehr schwer einerseits gebietet ihm hier die unbeschränkte achtung vor den gattinnen der hohen beamten halt und andererseits andererseits ist es einfach schwer die damen der stadt n waren nein ich bringe es nicht fertig ich empfinde wirklich eine scheu an den damen der stadt n war am bemerkenswertesten es ist sogar sonderbar ich kann nicht mal die feder heben wie wenn sie mit blei gefüllt wäre also gut ich muss es einem dessen farben lebendiger sind und der ihrer mehr auf seiner palette hat überlassen sich über ihren charakter zu äußern wir beschränken uns aber nur auf zwei drei worte über ihr äußeres und einige der oberflächlichen züge die damen der stadt n waren das was man präsentabel nennt und in dieser beziehung könnte man sie allen anderen als ein vorbild hinstellen was den guten ton die etikette die menge der feinsten anstandsregeln besonders aber die beobachtung der mode in ihren letzten einzelheiten betrifft so hatten sie in dieser beziehung selbst die petersburger und die moskauer damen überflügelt sie kleideten sich mit großem geschmack fuhren durch die stadt in den schönsten ekipagen wie es die neueste mode vorschrieb mit goldbetressten lakaien hinten auf dem trittbrett eine visitenkarte galt selbst wenn sie auf einer treff zwei oder einem karo ass gedruckt war als ein heiliger gegenstand wegen eines solchen gegenstandes entzweiten sich sogar einmal zwei damen die vorher große freundinnen gewesen und sogar miteinander verwandt waren weil eine von ihnen einen gegenbesuch mankiert hatte wie sehr sich ihre männer und verwandten nachher auch bemühten sie wieder zu versöhnen es gelang ihnen nicht es zeigte sich daß alles auf der welt zu erreichen ist nur das eine nicht zwei damen zu versöhnen die sich wegen eines mankierten gegenbesuches entzweit haben so verblieben denn diese beiden damen in gegenseitiger abneigung wie man es in der guten gesellschaft der stadt nannte streitigkeiten wegen des vorranges führten gleichfalls zu einer menge sehr heftiger auftritte die den männern zuweilen durchaus großmütige begriffe von ihrem ritteramt einflößten zu duellen kam es natürlich nicht weil sie doch alle zivilbeamte waren dafür suchten sie einander bei jeder gelegenheit ein bein zu stellen was bekanntlich zuweilen viel unangenehmer ist als jedes duell in ihren sitten waren die damen der stadt n sehr streng von einer edlen entrüstung gegen alles lasterhafte und ärgerniserregende erfüllt und bestraften jede schwäche ohne nachsicht und wenn unter ihnen auch manches passierte so passierte es immer im geheimen so daß niemand etwas davon merkte die ganze würde blieb gewahrt und der gatte selbst war dermaßen vorbereitet daß er wenn er manches sah oder davon hörte mit dem kurzen und vernünftigen sprichworte antwortete wen geht es was an daß die gevatterin neben dem gevatter saß es muß noch erwähnt werden daß die damen der stadt n sich gleich vielen petersburger damen durch eine große vorsicht und feinen takt in der wahl der ausdrücke auszeichneten niemals sagten sie ich habe mich geschneuzt ich habe geschwitzt ich habe ausgespuckt sie sagten stattdessen ich habe mir die nase erleichtert ich habe vom taschentuch gebrauch gemacht unter keinen umständen durfte man sagen dieses glas oder dieser teller stinkt man durfte sogar nichts sagen was einer anspielung darauf gleich käme man sagte stattdessen dieses glas benimmt sich nicht gut oder etwas ähnliches um die russische sprache noch mehr zu veredeln hatten sie fast die hälfte aller worte gestrichen und mußten daher sehr oft zu französischen greifen wenn man aber schon französisch sprach so war es eine ganz andere sache dann durfte man weit härtere worte gebrauchen als die oben erwähnten das ist alles was von den damen der stadt n wenn man sich auf das oberflächliche beschränkt zu sagen ist wollte man aber tiefer hinein blicken so würden noch manche andere dinge zum vorschein kommen doch es ist sehr gefährlich in damenherzen tief hinein zu blicken wir beschränken uns daher auf das oberflächliche und fahren fort die damen hatten bisher sehr wenig von tschitschikow gesprochen im übrigen aber seinen angenehmen umgangsformen volle gerechtigkeit gezollt als aber das gerücht von seinem millionen reichtum aufkam fanden sie an ihm auch noch andere vorzüge die damen waren übrigens an seinem reichtum in keiner weise interessiert das wort millionär nicht der millionär als solcher sondern nur das bloße wort war an allem schuld denn schon im bloßen klange dieses wortes ist ganz abgesehen von der vorstellung des etwas enthalten was in gleicher weise auf die gemeinen menschen auf solche die weder fleisch noch fisch sind und auf die guten mit einem worte auf alle menschen wirkt der millionär hat den vorteil dass er die vollkommen uneigennützige gemeinheit die reine gemeinheit die auf keinerlei eigennützigen motiven beruht zu sehen bekommt viele wissen sehr gut dass sie von ihm nichts bekommen werden und auch gar keinen anspruch darauf haben von ihm etwas zu bekommen und doch müssen sie unbedingt vor ihm herlaufen ihm wenigstens zulächeln wenigstens den hut vor ihm ziehen wenigstens sich als gast zu einem mittagessen aufdrängen zu dem der millionär eingeladen ist man kann nicht behaupten dass diese zarte neigung zur gemeinheit auch von den damen empfunden worden wäre doch man äußerte in vielen salons dass tschitschikow wenn auch nicht gerade der schönste mann auf dem erdenrund dafür aber gerade so beschaffen sei wie ein mann beschaffen sein solle dass es schon nicht mehr gut wäre wenn er ein wenig dicker oder voller wäre bei dieser gelegenheit wurde sogar eine recht verletzende bemerkung über die dünnen männer gemacht diese seien mehr zahnstocher als männer an den damentoiletten zeigten sich allerlei veränderungen im städtischen kaufhause herrschte auf einmal großes gedränge es entstand sogar eine art korso so viele equipagen sammelten sich da an die kaufleute waren erstaunt als sie sahen daß einige stoffe die sie von der messe mitgebracht hatten und die infolge des als zu hoch angesehenen preises unverkauft geblieben waren plötzlich viel verlangt wurden und im nu ausverkauft waren während des gottesdienstes bemerkte man bei einer der damen unten am kleide einen so üppigen besatz dass der rock die halbe kirche füllte und der zufällig in der nähe anwesende polizeikommissar das volk zum portal zurückdrängen lassen musste damit die toilette ihrer hochwohl geboren nicht zerdrückt werde sogar tschitschikow selbst musste schließlich diese ihm entgegengebrachte ungewöhnliche aufmerksamkeit wahrnehmen als er einmal nach hause zurückkehrte fand er auf seinem tische einen brief vor von wem der brief stammte und wer ihn gebracht hatte ließ sich nicht feststellen der gasthofdiener meldete nur jemand habe den brief gebracht ihm aber verboten zu sagen von wem der brief sei der brief fing in einem sehr entschiedenen tone an und zwar nein ich muß dir schreiben dann war die rede davon dass es eine geheime sympathie zwischen den seelen gäbe diese wahrheit war durch mehrere punkte bekräftigt die beinahe eine halbe zeile füllten weiter folgten einige so treffende gedanken dass wir es beinahe für notwendig halten sie hier zu zitieren was ist unser leben ein tal in dem die leiden wohnen was ist die welt ein haufen von menschen die nichts fühlen die schreiberin berichtete ferner dass sie die zeilen ihrer zärtlichen mutter die schon vor fünfundzwanzig jahren gestorben sei mit ihren tränen benetze tschitschikow wurde aufgefordert in die wüste zu ziehen und die stadt wo die menschen in ihren dumpfen mauern keine luft atmen für immer zu verlassen das ende des briefes drückte sogar absolute verzweiflung aus er schloß mit den versen zwei turteltauben zeigen dir meine asche haus und girren in den zweigen sie starb und weinte sich die augen aus in der letzten zeile stimmte zwar das versmaß nicht allein das machte nichts der brief war ganz im geiste der damaligen zeit geschrieben es fehlte jede unterschrift weder name noch vorname noch das datum waren angegeben im postscriptum hieß es nur daß das eigene herz des adressaten die schreiberin erraten müsse und daß auf dem morgen stattfindenden ball beim gouverneur das original selbst anwesend sein werde das interessierte ihn außerordentlich in der anonymität lag so viel verlockendes und die neugierde reizendes daß er den brief noch ein zweites und ein drittes mal las und schließlich sagte es wäre doch recht interessant zu erfahren wer ihn geschrieben hat mit einem wort die sache schien eine ernste wendung nehmen zu wollen länger als eine stunde dachte er darüber nach dann spreizte er die arme neigte den kopf und sagte der brief ist doch sehr kunstvoll geschrieben zuletzt faltete er den brief selbstverständlich zusammen und legte ihn in die schatulle neben einen theaterzettel und eine familienanzeige die seit sieben jahren an der gleichen stelle lag etwas später brachte man ihm tatsächlich eine einladung zum ball beim gouverneur solche bälle sind in den gouvernementsstädten durchaus gewöhnlich denn ohne einen ball kann der gouverneur gar nicht auf die liebe und den respekt des adels rechnen alles nicht zur sache gehörige wurde sofort zur seite geschoben und alle seine sinne richteten sich auf die vorbereitungen zum ball denn er hatte in der tat viele anspornende gründe dafür dafür ist aber wohl seit der erschaffung der welt noch nie so viel zeit auf die toilette verwendet worden eine ganze stunde war nur dem betrachten des gesichts im spiegel gewidmet er versuchte ihm eine ganze menge der verschiedensten ausdrücke zu verleihen bald einen würdigen und soliden bald einen respektvollen mit einem gewissen lächeln bald einen einfach respektvollen ohne lächeln er machte gegen den spiegel mehrere verbeugungen die er mit einigen unartikulierten lauten begleitete die wie französisch klangen obwohl tschitschikow kein wort französisch verstand er bereitete sich selbst eine menge angenehmster überraschungen indem er sich mit den augenbrauen und mit den lippen zuzwinkerte und sogar einige bewegungen mit der zunge machte was macht der mensch nicht alles wenn er allein ist sich seiner schönheit bewusst und obendrein auch überzeugt ist dass niemand durch eine türspalte hereinguckt zuletzt streichelte er sich leicht das kinn und sagte ach du nettes kerlchen hierauf begann er sich anzukleiden während des ganzen ankleideprozesses befand er sich in der zufriedensten stimmung als er die hosenträger anknöpfte und sich die krawatte umband machte er kratzfüße und verbeugungen obwohl er nie im leben getanzt hatte machte er dennoch einen luftsprung dieser luftsprung hatte auch einige kleine harmlose folgen die kommode erzitterte und die bürste fiel vom tisch sein erscheinen auf dem ball erregte ein ungewöhnliches aufsehen das ganze publikum wandte sich ihm zu der eine mit in der hand der andere im interessantesten punkte eines gespräches nachdem er gerade gesagt hatte und die niedere instanz des kreisgerichts antwortete darauf was aber das kreisgericht antwortete das verschwieg er und eilte unserem helden entgegen um ihn zu begrüßen pavel ivanowitsch ach mein gott pavel ivanowitsch liebster pavel ivanowitsch verehrtester pavel ivanowitsch mein herz pavel ivanowitsch da sind sie also pavel ivanowitsch da ist er unser pavel ivanowitsch lassen sie sich ans herz drücken pavel ivanowitsch laßt ihn mal mir ich will ihn recht fest umarmen und küssen meinen teuren pavel ivanowitsch tschitschikow fühlte sich zugleich von mehreren menschen umarmt er hatte sich noch nicht ganz aus der umarmung des kammervorsitzenden befreit als er schon in den armen des polizeimeisters lag der polizeimeister übergab ihn dem inspektor der medizinalverwaltung der inspektor der medizinalverwaltung dem brandweinpächter der brandweinpächter dem stadtarchitekten als der gouverneur der gerade in gesellschaft einiger damen stand und in der einen hand eine bonbonhülle und in der anderen ein bologneser hündchen hielt ihn erblickte ließ er sofort wie die bonbonhülle so auch das bologneser hündchen zu boden fallen das hündchen winselte nur mit einem worte tschitschikow verbreitete eine ungewöhnliche freude und heiterkeit da gab es kein einziges gesicht das nicht das größte vergnügen zeigte oder wenigstens das allgemeine vergnügen widerspiegelte das kann man an den gesichtern von beamten beobachten wenn ein hoher vorgesetzter zur revision ins amt gekommen ist nachdem der erste schreck vorüber ist sehen sie dass ihm manches gefallen hat und dass er sogar zu scherzen das heißt mit einem angenehmen lächeln einige worte zu sagen geruht dann lachen die sich um ihn drängenden beamten doppelt so laut außerordentlich herzlich lachen diejenigen die die von ihm gesprochenen worte nur schlecht gehört haben und selbst der ganz weit an der türe stehende polizist der in seinem leben noch nie gelacht und der kurz vorher dem volke mit der faust gedroht hat auch dieser zeigt nach den unveränderlichen gesetzen der reflexion etwas wie ein lächeln obwohl dieses lächeln mehr dem ausdruck gleich den man nach einer starken prise schnupftabak unmittelbar vor dem schnupfen annimmt unser held beantwortete jede liebenswürdigkeit und fühlte sich ungewöhnlich leicht beschwingt er verbeugte sich nach rechts und nach links zwar etwas schief wie es seine gewohnheit war doch vollkommen ungezwungen so daß alle bezaubert waren die damen umringten ihn sofort als glänzende girlande die ganze wolken von wohlgerüchen jeder art ausströmte die eine atmete rosenduft die andere roch nach frühling und feilchen die dritte war stark mit reseden parfümiert tschitschikow hob nur die nase in die höhe und schnüffelte die toiletten zeigten ein wahres meer von geschmack die muslin atlas und gage stoffe waren von den modernen blassen tönen für die es so gar keinen namen gibt so raffiniert war der geschmack die bänder und blumensträuße umschwebten die kleider in der malerischsten unordnung obwohl diese unordnung von manchem tüchtigen kopf reiflich durchdacht war ein leichter kopfschmuck war nur an den ohren befestigt und schien sagen zu wollen paßt auf gleich fliege ich davon schade nur daß ich die schöne nicht mitnehmen kann die taillen waren stramm umspannt und zeigten feste und für die augen angenehme formen es ist zu bemerken daß alle damen der stadt n im allgemeinen etwas voll waren sich aber so kunstvoll zu schnüren verstanden und so angenehme manieren hatten daß man diese fülle gar nicht sah alles war bei ihnen mit ungewöhnlichem scharfsinn durchdacht und vorgesehen der hals und die schultern waren gerade so tief entblößt als es nötig war und auch nicht um ein haar tiefer eine jede zeigte ihre besitzungen gerade so weit als diese nach ihrer eigenen überzeugung imstande waren einen menschen zugrunde zu richten alles übrige war mit ungewöhnlichem geschmack versteckt bald umschlang ein leichtes bändchen leichter als das gebäck das unter dem namen baiser bekannt ist ätherisch den hals bald ragten an den schultern aus dem kleide kleine gezackte hüllen aus feinstem batist hervor die man sittsamkeiten nennt diese sittsamkeiten verhüllten vorne und hinten alles was den menschen nicht mehr zugrunde richten konnte erregten aber zugleich die meinung daß gerade unter ihnen das verderben stecke die langen handschuhe waren nicht bis zu den ärmeln hinaufgezogen sondern ließen mit absicht die leidenschaft erregenden teile der arme oberhalb des ellbogens die bei vielen eine beneidenswerte fülle atmeten entblößt bei manchen waren die glacé handschuhe bei den versuchen sie höher hinaufzuziehen sogar geplatzt mit einem worte alles schien die etikette zu tragen nein das ist keine gouvernementsstadt das ist die residenz das ist paris nur hier und da guckte irgendeine noch nie dagewesene haube hervor oder eine feder vielleicht sogar eine pfauenfeder die im widerspruch zu jeder mode nur dem eigenen geschmack der trägerin entsprach ohne das geht es aber nicht ab das ist schon einmal die eigenschaft der gouvernementsstadt irgendwie muss sie sich immer blamieren während tschitschikow die damen betrachtete dachte er welche mag wohl die schreiberin des briefes sein er versuchte sogar seine nase hervorzustrecken doch diese geriet sofort in einen strudel von ellenbogen aufschlägen ärmeln schleifenenden duftigen chemisetten und kleidern die galopade fegte wie toll dahin die postmeisterin der polizeihauptmann eine dame mit einer blauen feder eine dame mit einer weißen feder der georgische fürst tschiprei chilicew ein beamter aus petersburg ein beamter aus moskau der franzose kuku ein herr perchunowski ein herr bären kendowski alles erhob sich und raste dahin so nun ist die gouvernementsstadt los sagte tschitschikow zurückweichend sobald die damen auf ihren plätzen saßen begann er wieder auszuschauen ob es sich nicht an dem ausdruck eines gesichts oder eines augenpaares erkennen ließe wer die briefschreiberin war aber weder der gesichtsausdruck noch der ausdruck der augen verrieten die briefschreiberin an allen sah er etwas unfassbar feines etwas furchtbar raffiniertes nein sagte tschitschikow zu sich selbst die frauen sind so eine sache hier winkte er mit der hand und fuhr fort darüber ist überhaupt nichts zu sagen versuch nur einer mit worten alles was über ihr gesicht läuft alle diese ausstrahlungen und andeutungen wiederzugeben nein das lässt sich gar nicht wiedergeben die augen allein sind schon ein so grenzenloses reich dass ein mensch der hineingerät unrettbar verloren ist dann kann man ihn weder mit einem haken noch mit einem anderen werkzeug herausziehen versuch nur einer ihren glanz allein zu beschreiben er ist feucht samtweich zuckersüß gott allein weiß was er nicht alles ist hart und weich sogar schmachtend oder wie es manche nennen trunken vor wonne und auch ohne wonne das gefährlichste aber ist wenn er wonne trunken ist dann dringt er einem tief ins herz hinein oder fährt über die seele wie ein fiedelbogen nein man findet einfach kein wort dafür es ist eben die galanteriebranche des menschengeschlechts und sonst nichts pardon dem munde unseres helden ist glaube ich ein auf der straße aufgefangener ausdruck entschlüpft was ist zu machen so ist einmal die lage des schriftstellers in russland übrigens wenn ein wort aus der straße ins buch geraten ist so ist es nicht die schuld des schriftstellers sondern die der leser und vor allem der leser aus den höheren gesellschaftsschichten von ihnen bekommt man nie ein anständiges russisches wort zu hören französische deutsche und englische worte setzen sie einem wohl in solcher menge vor dass man kaum zuhören mag sie gebrauchen sie sogar unter beibehaltung der verschiedenen aussprachen sprechen sie französisch dann unbedingt mit dem französischen r und durch die nase das englische reden sie wie ein vogel und nehmen sogar den gesichtsausdruck eines vogels an sie lachen einen sogar aus der dieses vogelgesicht nicht nachmachen kann ein russisches wort setzen sie aber einem niemals vor höchstens dass sie aus patriotismus bei sich auf dem lande einen bau in russischem stil aufführen so sind also die leser aus den höheren schichten und auch alle die sich selbst zu den höheren schichten rechnen und dabei kommen sie noch mit ansprüchen sie verlangen dass alles in einer korrekten gereinigten und edlen sprache abgefasst sei mit einem worte sie verlangen dass die russische sprache fertig verfeinert ganz von selbst aus den wolken falle und sich ihnen gerade auf die zunge setze so dass sie nur den mund zu öffnen und die zunge herauszustrecken brauchen die weibliche hälfte des menschengeschlechts ist allerdings recht diffizil doch die geehrten leser sind zuweilen offengestanden noch diffiziler tschitschikow war indessen ganz ratlos welche von den damen wohl die briefschreiberin gewesen sei als er gespannter hinzublicken versuchte sah er dass auch die damengesichter etwas ausdrückten was zugleich hoffnungen und süße qualen in den herzen der armen sterblichen weckte und schließlich sagte er sich nein man kann es unmöglich erraten dies tat jedoch der frohen gemüts verfassung in der er sich befand keinen abbruch er wechselte ungezwungen und sehr gewandt einige angenehme worte mit einigen der damen und trippelte bald auf die eine bald auf die andere mit kleinen schrittchen zu wie es gewöhnlich die kleinen galanten greise auf hohen absätzen zu tun pflegen die sehr geschickt um die damen herumscharwenzeln nachdem er sich so mit kleinen schrittchen recht geschickt nach rechts und nach links bewegt hatte scharrte er mit dem fuße und beschrieb dabei einen kurzen schnörkel oder eine art komma die damen waren überaus zufrieden und fanden an ihm nicht nur eine menge angenehmer und liebenswürdiger eigenschaften sondern auch einen majestätischen gesichtsausdruck sogar etwas martialisches und kriegerisches was bekanntlich den damen gut gefällt seinetwegen entstanden sogar kleine streitigkeiten da sie merkten dass er gewöhnlich vor der türe stand suchten manche die plätze in der nähe der türe zu besetzen als es der einen gelang den anderen zuvor zu kommen kam es beinahe zu einem unangenehmen auftritt und diese frechheit erschien vielen die eigentlich das gleiche tun wollten allzu stark ende von abschnitt 15 gelesen von eva k tschitschikow war so sehr von den gesprächen mit den damen hingerissen oder wurde vielmehr von den damen die einen ganzen haufen komplizierter und raffinierter allegorischer andeutungen die er sämtlich zu erraten hatte nur so aus dem ärmel schüttelten so dass ihm sogar der schweiß auf die stirne trat beschäftigt daß er die erste anstandspflicht vernachlässigte und es unterließ sich zuerst der dame des hauses zu widmen dieses fiel ihm erst dann ein als er die stimme der gouverneurin selbst hörte die schon seit einigen minuten vor ihm stand die gouverneurin sprach mit freundlicher und schelmischer stimme mit anmutigem kopfnicken so sind sie also pawel ivanovich ich kann die worte der gouverneurin nicht genau wiedergeben sie sagte aber etwas was von großer freundlichkeit erfüllt war und zwar in dem stile in dem die damen und die kavaliere in den erzählungen unserer salonschriftsteller die es lieben die höhere welt zu schildern und mit der kenntnis des höheren tones zu prahlen zu sprechen pflegen also etwa hat man sich denn ihres herzens schon so gänzlich bemächtigt daß darin kein plätzchen für die von ihnen so erbarmungslos vergessenen übrig geblieben ist unser held wandte sich augenblicklich zu der gouverneurin und war schon bereit ihr eine antwort zu geben die in keiner weise schlechter gewesen wäre als die antworten die in den modischen erzählungen alle die swonskis linskis lidins grämins und die glänzenden offiziere zu geben pflegen als er unwillkürlich die augen hob und sich plötzlich wie von einem schlage betäubt fühlte vor ihm stand nicht die gouverneurin allein sie hielt ein sechzehnjähriges junges mädchen an der hand eine frische blondine mit feinen und anmutigen gesichtszügen mit etwas spitzem kinn und einem wunderbar gerundeten oval des gesichts das ein künstler wohl zu einem modell für eine madonna gewählt hätte und wie man es in russland nur selten trifft wo alles gerne in die breite geht berge wälder steppen gesichter lippen und füße dieselbe blondine der er unterwegs begegnet war als er von nostriow fuhr als infolge der dummheit der kutscher oder der pferde ihre equipagen so merkwürdig zusammenstießen das geschirr durcheinander geriet und onkel mitsjaj und onkel minjaj die sache zu entwirren versuchten tschitschikow wurde so verlegen daß er kein vernünftiges wort zu sagen wußte und weiß der teufel was stammelte was ein grämin ein swonski oder ein lidin keineswegs gesagt hätten kennen sie meine tochter noch nicht sagte die gouverneurin sie kommt soeben aus dem institut er antwortete daß er bereits das vergnügen gehabt hätte sie zufälligerweise kennenzulernen er versuchte noch etwas hinzuzufügen aber das etwas misslang ihm völlig die gouverneurin sagte noch einige worte und begab sich mit ihrer tochter ans andere ende des saales zu den anderen gästen tschitschikow stand aber noch immer unbeweglich auf dem gleichen fleck wie ein mensch der in froher laune auf die straße getreten ist um einen kleinen spaziergang zu machen mit augen die bereit sind alles aufzunehmen und der plötzlich stehen geblieben ist weil er sich erinnert hat dass er etwas vergessen hat es gibt keinen dümmeren anblick als den den der mensch in diesem zustande bietet der sorgenlose ausdruck hat sich sofort von seinem gesichte verflüchtigt er bemüht sich darauf zu kommen was er eigentlich vergessen hat das taschentuch doch das taschentuch ist in der tasche das geld auch das geld ist in der tasche er scheint alles bei sich zu haben und doch raunt ihm ein unbekannter geist zu daß er etwas vergessen habe er blickt ratlos und geistesabwesend auf die an ihm vorüberwogende menge auf die vorübersausenden ekipagen auf die helme und gewehre eines vorbeimarschierenden regiments auf ein aushängeschild und sieht eigentlich nichts so stand auch tschitschikow auf einmal allem was um ihn her geschah fremd gegenüber indessen richteten an ihn duftende damenlippen eine menge von anspielungen und fragen die von feinheit und liebenswürdigkeit durch und durch erfüllt waren ist es uns armen erdbewohnerinnen gestattet uns zu erkühnen sie zu fragen woran sie denken wo liegen die seligen gegenden wo ihre gedanken flattern darf man den namen derjenigen erfahren die sie in dieses süße tal der versunkenheit versetzt hat er aber schenkte allen diesen fragen nicht die geringste beachtung und die angenehmen phrasen verflogen wie rauch er war sogar so unliebenswürdig daß er alle die damen verließ und sich in eine andere gegend des saales begab um festzustellen wohin die gouverneurin mit ihrer tochter gegangen war die damen wollten ihn aber wohl nicht so leicht loslassen eine jede fasste innerlich den entschluss alle mittel anzuwenden die unseren herzen so gefährlich sind und alles schönste was sie nur hatte als waffe zu gebrauchen es ist zu erwähnen dass einige damen ich sage einige also durchaus nicht alle eine kleine schwäche haben wenn sie an sich etwas schönes wissen sei es die stirne der mund oder die hände so sind sie überzeugt dass dieser schönere teil allen sofort in die augen fallen muss und dass alle wie aus einem munde sagen werden schaut nur schaut nur was sie für eine schöne griechische nase hat oder welch eine herrliche regelmäßige stirn eine die schöne schultern hat ist im voraus überzeugt dass alle jungen leute hingerissen sind und so oft sie an ihnen vorbeigeht wiederholen werden ach was sie für herrliche schultern hat ihr gesicht die haare die nase die stirne werden sie aber gar nicht anschauen und wenn sie sie auch anschauen so doch nur als etwas ganz nebensächliches so denken manche damen jede dame gab sich innerlich das gelübde beim tanze möglichst bezaubernd zu erscheinen und im größten glanze alle die vorzüge zu zeigen die sie überhaupt hatte die postmeisterin neigte beim walzer ihren kopf so schmachtend auf die seite dass der eindruck wirklich überirdisch war eine sehr liebenswürdige dame welche als sie vom hause aufbrach gar nicht die absicht hatte zu tanzen infolge einer wie sie sich selbst ausdrückte kleinen inkommodität am rechten fuße in gestalt eines kleinen hühnerauges was sie sogar veranlaßte hausschuhe aus plüsch anzuziehen hielt es dennoch nicht aus und tanzte einige runden in den hausschuhen nur damit sich die postmeisterin nicht allzu viel einbildete das alles verfehlte aber bei tschitschikow die beabsichtigte wirkung er sah sogar die tanzenden damen gar nicht an sondern reckte sich nur immer auf den zehenspitzen um über die köpfe hinweg auszuspähen wohin die interessante blondine wohl verschwunden sein möge er hockte sich auch hin und blickte zwischen den schultern und rücken hindurch bis er sie endlich fand sie saß neben ihrer mutter die einen majestätischen orientalischen turban mit schwankender feder trug es hatte den anschein als wollte er sie im sturm nehmen war das die wirkung des frühlings oder stieß ihn jemand von hinten jedenfalls drängte er sich koste es was es wolle vor der brandweinpächter bekam von ihm einen so starken stoß dass er wankte und sich nur mit mühe auf einem beine festhielt sonst hätte er wohl die ganze reihe umgeschmissen der postmeister taumelte zurück und blickte ihn mit verwunderung an zu der sich auch eine feine ironie gesellte tschitschikow sah sie aber gar nicht an er sah nur in der ferne die blondine die gerade einen langen handschuh anzog und zweifellos vor verlangen brannte über das parkett zu fliegen etwas abseits tanzten aber schon vier paare eine mazurka die absätze durchlöcherten fast den boden und ein stabshauptmann von der linie arbeitete mit leib und seele mit armen und beinen und vollführte solche paas wie sie wohl noch kein mensch selbst im traume vollführt hat tschitschikow huschte an der mazurka vorbei glitt beinahe über die absätze hinweg und flog geradezu an den platz wo die gouverneurin mit ihrer tochter saß er trat jedoch sehr scheu an sie heran bewegte nicht mehr so flink und elegant die füße schien sogar etwas ratlos und alle seine bewegungen zeugten von einer gewissen verlegenheit es lässt sich nicht mit bestimmtheit sagen ob in unserem helden wirklich die liebe erwacht war es ist sogar sehr zweifelhaft ob die herren von seinem schlag als solche die nicht gerade dick aber auch nicht gerade dünn sind überhaupt der liebe fähig sind und doch steckte in alledem etwas seltsames etwas von dieser art was er sich selbst nicht erklären konnte es kam ihm so vor wie er es nachträglich selbst eingestand als wäre der ganze ball mit seinem ganzen gerede und lärm für einige minuten in die ferne zurückgetreten die geigen und die trompeten tönten irgendwo hinter den bergen und alles war in einen nebel gehüllt der an eine nachlässig hingeschmierte partie eines bildes erinnerte und aus diesem nachlässig auf die leinwand hingeworfenen nebel traten nur die feinen züge der bezaubernden blondine klar und deutlich hervor ihr rundliches gesichtsoorval ihre feine schmale taille wie sie nur ein junges mädchen in den ersten monaten nach dem austritt aus dem institut hat ihr weißes beinahe einfaches kleidchen das leicht und fließend ihre jungen schlanken glieder umspannte welche wunderbar reine linien zeigten sie schien ganz einem mit fester hand aus elfenbein geschnitzten spielzeuge zu gleichen sie allein leuchtete weiß durchsichtig und hell aus der trüben und undurchsichtigen masse hervor offenbar ist es auf dieser welt immer so offenbar werden auch die tschitschikows für einige minuten in ihrem leben zu dichtern aber das wort dichter wäre doch schon etwas zu viel jedenfalls fühlte er sich wie ein junger mann beinahe wie ein husar als er neben dem jungen mädchen und ihrer mutter einen freien stuhl bemerkte nahm er ihn sofort ein das gespräch wollte anfangs nicht recht in fluß kommen aber nach einiger zeit ging die sache besser er fühlte sogar einigen mut aber hier müssen wir zu unserem größten leidwesen bemerken daß die soliden männer und solche die wichtige ämter bekleiden in gesprächen mit damen meist etwas schwerfällig sind meister in dieser beziehung sind die herren leutnants doch nur solange sie nicht zu hauptleuten befördert worden sind wie sie das anstellen das weiß gott allein es ist doch wahrhaftig nichts besonderes was sie erzählen und doch schüttelt sich so ein junges mädchen auf ihrem stuhle vor lachen ein staatsrat dagegen erzählt gott weiß was entweder bringt er die rede darauf dass russland ein weitaus gedehntes reich sei oder lässt ein kompliment los das zwar nicht ohne geist erdacht ist aber entsetzlich nach einem buche riecht und wenn er etwas komisches sagt so lacht er darüber unvergleichlich mehr als diejenige die ihm zuhört diese bemerkung machte ich hier damit die leser begreifen warum die blondine während der erzählungen unseres helden zu gähnen anfing unser held merkte dies aber gar nicht als er eine menge von unangenehmen dingen vorbrachte die er schon bei ähnlichen anlässen an verschiedenen orten vorzubringen die gelegenheit gehabt hatte im simbirsker gouvernement bei safron iwanowitsch bespecni bei dem sich damals seine tochter adelaida safronowa mit ihren drei schwägerinnen marja gavrilowna alexandra gavrilowna und adel heide gavrilowna aufhielt bei fjodor fjodorowitsch perekrojev im rezaner gouvernement bei fräul vasiljewitsch papjedanosny im pensarschen gouvernement und bei dessen bruder pjotr vasiljewitsch im beisein von dessen schwägerin katerina michailowna und deren kusinen zweiten grades rosa fjodorowna und emilia fjodorowna im viatsker gouvernement bei pjotr varsiljewitsch im beisein der schwester seiner schwiegertochter pelageya jegorowna deren nichte sofja rastislavowna und deren beiden stiefschwestern sofja alexandrowna und maklatura alexandrowna dieses benehmen tschitschikows missfiel allen damen eine von ihnen ging absichtlich an ihm vorbei um ihm dies zu verstehen zu geben sie streifte sogar die blondine recht ungeniert mit ihrem dick aufgebauschten kleide und richtete es zugleich so ein dass die scherpe die um ihre schulter flatterte die blondine mit einem ende gerade ins gesicht traf gleichzeitig entfuhr einem damenmunde hinter seinem rücken zugleich mit dem feilchen geruch eine recht giftige und boshafte bemerkung diese bemerkung hörte er aber nicht oder tat nur so als ob er sie nicht hörte das war aber nicht gut getan denn man darf die meinung von damen nicht ignorieren dies bereute er auch später doch erst als es schon zu spät war eine in vielen beziehungen gerechte empörung malte sich in vielen zügen tschitschikow mochte ein noch so großes gewicht in der gesellschaft haben und als millionär gelten sein gesicht mochte einen noch so majestätischen und selbst martialischen und kriegerischen ausdruck zeigen aber es gibt dinge die die damen keinem menschen verzeihen wer er auch sei und dann ist alles verloren es gibt fälle wo eine frau so schwach und ohnmächtig ihr charakter im vergleich mit dem eines mannes auch ist plötzlich nicht nur fester als der mann sondern als alles in der welt wird die von tschitschikow beinahe unbeabsichtigte geringschätzung stellte unter den damen sogar die einigkeit wieder her die früher anlässlich des kampfes um den stuhl in seiner nähe beinahe zusammengebrochen war in einigen trockenen ganz gewöhnlichen worten die er ohne jede böse absicht gebraucht hatte erblickte man bissige anspielungen um das unglück voll zu machen verfasste einer der anwesenden jungen leute ein satirisches gedicht auf die ganze tanzgesellschaft ohne dass es bei den bällen in den gouvernementsstädten bekanntlich niemals abgeht dieses gedicht wurde sofort tschitschikow zugeschrieben die empörung wuchs und die damen begannen in den verschiedenen ecken des saales in einem recht ungünstigen sinne über ihn zu sprechen die arme institutsschülerin war aber vollkommen vernichtet und ihr todesurteil war unterschrieben inzwischen blühte unserem helden eine überaus unangenehme überraschung während die blondine gähnte und er ihr allerlei geschichten aus den verschiedensten zeitaltern auftischte und sogar den griechischen philosophen diogenes berührte erschien aus dem nebenzimmer kam er aus dem buffet gelaufen oder aus dem kleinen grünen salon wo ein bedenklicheres spiel als der gewöhnliche whist gespielt wurde kam er freiwillig oder hatte man ihn herausgeworfen jedenfalls erschien er heiter lustig den staatsanwalt am arme haltend den er offenbar schon seit einiger zeit mit sich herumschleppte denn der arme staatsanwalt hob und senkte seine buschigen augenbrauen als suchte er nach einem mittel sich von dieser freundschaftlichen begleitung zu befreien diese war auch in der tat unerträglich nasdrjow der um sich mut zu machen zwei tassen tee natürlich nicht ohne rum getrunken hatte log das blaue vom himmel herunter als tschitschikow ihn von ferne sah entschloss er sich sogar zu einem opfer das heißt er wollte seinen beneidenswerten posten aufgeben und sich so schnell als möglich entfernen diese begegnung verhieß ihm nichts gutes doch zu seinem unglück erschien jetzt auf der bildfläche der gouverneur der seine große freude darüber äußerte dass er pawel iwanowitsch endlich gefunden habe und ihn ersuchte den schiedsrichter in seinem streite mit zwei damen zu machen es handelte sich um die frage ob die weibliche liebe von dauer sei oder nicht nasdrjow hatte ihn aber schon bemerkt und ging direkt auf ihn zu ah der khersoner gutsbesitzer der khersoner gutsbesitzer schrie er näher kommend und so laut lachend daß seine frischen und wie frühjahrsrosen roten backen erzitterten nun hast du viele tote eingekauft sie kennen ihn noch nicht exzellenz schrie er sich an den gouverneur wendend er handelt mit toten seelen bei gott hör einmal tschitschikow du bist ja ich sage es dir in aller freundschaft wir alle sind deine freunde auch seine exzellenz ist dabei ich würde dich aufhängen lassen bei gott ich würde dich aufhängen lassen tschitschikow wußte nicht mehr wo er sich befand sie werden es nicht glauben wollen exzellenz fuhr nasdrjow fort als er mir sagte verkauf mir deine toten seelen platzte ich fast vor lachen wie ich herkomme erzählt man mir dass er für drei millionen rubel bauern gekauft hat um sie auf seinen gütern anzusiedeln was ist das für eine ansiedlung von mir hat er bloß tote kaufen wollen hör einmal tschitschikow du bist ein vieh bei gott ein vieh auch seine exzellenz ist dabei nicht wahr staatsanwalt doch der staatsanwalt tschitschikow und selbst der gouverneur waren so bestürzt daß sie gar nicht wußten was darauf zu sagen nasdrjow schenkte dem keine beachtung und fuhr in seiner nicht ganz nüchternen rede fort hör mal bruder du du ich lasse dich nicht ehe du mir sagst wozu du die toten seelen gekauft hast du solltest dich schämen tschitschikow du weißt doch selbst dass du keinen besseren freund hast als mich auch seine exzellenz ist da nicht wahr staatsanwalt sie werden gar nicht glauben wollen exzellenz wie wir aneinander hängen wenn sie mich so wie ich hier stehe fragen nasdrjow sag auf ihr und gewissen wer ist dir lieber dein leiblicher vater oder tschitschikow so antworte ich tschitschikow bei gott erlaube mir mein herzchen dass ich dir einen kuss gebe gestatten sie exzellenz dass ich ihn abküsse ja tschitschikow wehre dich nicht lass mich dir ein küsschen auf deine schneeweiße wange drücken nasdrjow wurde aber mit seinem küsschen so heftig zurückgestoßen daß er beinahe hinfiel alle menschen wandten ihm den rücken und hörten ihm nicht mehr zu aber seine worte vom kaufe der toten seelen waren doch so laut ausgesprochen und von einem so lauten gelächter begleitet worden daß sie selbst die aufmerksamkeit derjenigen auf sich lenkten die in den entferntesten ecken des saales standen diese neuigkeit kam allen so seltsam vor daß alle mit einem hölzernen dumm fragenden ausdruck gleichsam erstarrten tschitschikow merkte wie einige damen blicke wechselten und dabei giftig und boshaft lächelten im ausdrucke einiger gesichter glaubte er etwas zweideutiges zu lesen was seine verwirrung nur noch vergrößerte dass nasdrjow ein abgefeimter lügner war das wussten alle und kein mensch wunderte sich wenn er von ihm irgendeinen haarsträubenden unsinn zu hören bekam doch der sterbliche es ist in der tat schwer zu begreifen wie so ein sterblicher beschaffen ist wie albern eine neuigkeit auch sei er wird sie unbedingt wenn es nur eine neuigkeit ist einem anderen sterblichen mitteilen und wenn auch nur um zu sagen schauen sie nur was man für lügen verbreitet der andere sterbliche leiht ihm aber mit vergnügen sein ohr und wenn er auch hinterher erklärt es ist ja eine ganz alberne lüge die nicht die geringste beachtung verdient und gleich darauf macht er sich auf die suche nach einem dritten sterblichen um die lüge diesem zu erzählen und dann gleich mit ihm zusammen in edler entrüstung auszurufen welch eine gemeine lüge so macht die neuigkeit die runde durch die ganze stadt und alle sterblichen soviel ihrer da sind reden sich satt und erklären hinterher die ganze sache verdiene keine beachtung und sei es nicht wert dass man über sie spreche dieser anscheinend belanglose vorfall verdarb unserem helden sichtlich die laune so dumm auch die reden eines narren sein mögen genügen sie zuweilen doch um auch einen klugen verlegen zu machen er fühlt sich auf einmal unbehaglich und ungemütlich als wäre er mit einem schön geputzten stiefel in eine schmutzige stinkende pfütze getreten mit einem wort er fühlte sich gar nicht wohl er versuchte nicht mehr daran zu denken er bemühte sich sich zu zerstreuen er setzte sich an den whistisch aber alles ging schief wie ein krummes rad zweimal spielte er eine fremde farbe aus dann vergaß er daß eine karte nur einmal geschlagen werden darf holte mit der hand aus und schlug dummerweise seine eigene karte der kammervorsitzende konnte unmöglich begreifen wie pawel iwanowitsch der das spiel so gut und man kann wohl sagen fein verstand derartige fehler machen und sogar seinen eigenen piekkönig auf den er wie er sich selbst ausdrückte so fest wie auf den lieben gott gebaut hatte in den tod schicken konnte der postmeister der kammerpräsident und sogar der polizeimeister machten sich über unseren helden ein wenig lustig er sei sicher verliebt sein herz sei bekanntlich verwundet und alle wüssten von wem es verwundet sei dies alles vermochte ihn jedoch nicht zu trösten so sehr er sich auch bemühte zu lächeln und die witze mit witzen zu parieren auch beim abendessen konnte er nicht mehr in die richtige stimmung kommen obwohl die gesellschaft bei tisch sehr angenehm war und man nosdröf schon längst hinausgeschmissen hatte weil schließlich auch die damen meinten daß sein benehmen gar zu skandalös geworden sei mitten im cotillon hatte er sich nämlich auf den fußboden gesetzt und angefangen die tanzenden bei den kleidern und frackschößen zu packen was nach dem ausdruck der damen schon ganz unmöglich war das abendessen war sehr lustig alle gesichter die zwischen den dreiarmigen leuchtern den blumen dem konfekt und den flaschen sichtbar waren strahlten vor ungezwungener zufriedenheit die offiziere die damen und die frackträger alle waren auf einmal von einer liebenswürdigkeit erfüllt die schon beinahe zu süß war die herren sprangen von ihren stühlen auf und entrissen den dienern die platten um sie mit ungewöhnlicher geschicklichkeit den damen zu reichen ein oberst präsentierte einer dame einen teller mit soße auf dem ende seines bloßen degens die herren reiferen alters unter denen auch tschitschikow saß debattierten laut und nahmen zu jedem vernünftigen wort ein stück fisch oder fleisch das sie zuvor dick mit senf bestrichen sie debattierten über gegenstände für die sich tschitschikow sonst immer interessiert hatte jetzt war er aber wie ein mensch der von einer langen reise ermüdet und zerschlagen ist der keine kraft mehr hat etwas zu verstehen oder in etwas einzudringen er wartete nicht einmal das ende der abendtafel ab und fuhr viel früher nach hause als er es sonst zu tun pflegte im gasthofe im zimmer das dem leser so gut bekannt ist mit der kommode vor der türe und den ab und zu aus den ecken hervorguckenden kakerlaken war die verfassung seiner gedanken und seines geistes ebenso unbehaglich wie der sessel in dem er saß es war ihm so unangenehm und wirr zumute irgendeine lästige leere war in seinem herzen zurückgeblieben hol doch der teufel alle die diese bälle erfunden haben sprach er in seiner wut was freuen sich diese narren im gouvernement ist eine missernte und eine teuerung und sie denken nur an die bälle diese freude putzen sich in weiberlumpen ein kunststück das manche für mehr als tausend rubel solcher lumpen am leibe hat das geht doch auf die kosten der abgaben die die bauern zahlen oder was noch ärger ist auf kosten unseres eigenen gewissens alle wissen warum unsereins sich bestechen läßt oder sonstwie sündigt alles nur um der frau einen teuren schal oder eine robe zu kaufen weiß der teufel wie alle diese dinge heißen und wozu das alles damit irgendeine hure sidorovna nicht sage die postmeisterin habe ein besseres kleid angehabt und dieser spaß kostet tausend rubel sie schreien ein ball ein ball wie lustig so ein ball ist einfach eine schweinerei er ist ganz gegen den russischen geist gegen die russische natur holst der teufel ein erwachsener mündiger mann springt plötzlich ganz in schwarz glatt wie ein gerupfter teufel heraus und wirft die beine hin und her ein anderer steht neben seiner dame unterhält sich dabei mit einem anderen herrn über eine wichtige sache und beschreibt zur gleichen zeit mit den beinen wie ein junger bock allerlei figuren nach rechts und nach links das kommt alles von der nachäfferei weil der franzose mit vierzig jahren noch dasselbe kind ist wie er es mit fünfzehn gewesen so müssen wir auch so sein nein wirklich nach jedem ball fühle ich mich so als ob ich irgendeine sünde begangen hätte ich möchte sogar später nicht mehr daran denken im kopfe ist es so leer wie nach dem gespräch mit einem salon menschen von allen möglichen dingen redet er alles berührt er sagt alles was er aus allerlei büchern zusammen gelesen hat es ist bunt und schön doch im kopfe bleibt nichts zurück später sieht man ein daß sogar ein gespräch mit einem einfachen kaufmann der nur sein geschäft kennt es aber gut und sicher kennt mehr wert ist als dieses ganze geplapper was kann man nur an einem solchen balle gewinnen wenn es zum beispiel irgendeinem schriftsteller einfiele diese szene so zu beschreiben wie sie in wirklichkeit war dann würde sie auch im buche ebenso sinnlos erscheinen wie in der wirklichkeit man würde sich fragen ist es eine sittliche oder eine unsittliche sache der teufel soll sich da auskennen man spuckt aus und klappt das buch zu so ungünstig äußerte sich tschitschikow über die bälle im allgemeinen er wird wohl aber auch einen anderen grund für seine entrüstung gehabt haben er ärgerte sich weniger über den ball als über seine blamage daß er plötzlich vor allen leuten als gott weiß was dastand und eine seltsame zweideutige rolle gespielt hatte natürlich wenn er alles mit dem auge eines vernünftigen menschen erblickte sah er daß alles nicht der rede wert sei daß ein dummes wort keine bedeutung habe besonders jetzt wo die hauptsache schon so wie es sich gehört erledigt war so merkwürdig ist einmal der mensch ihn kränkte die mangelnde sympathie derselben geschöpfe die er missachtete über die er sich so scharf geäußert und über deren eitelkeit und putzsucht er geschimpft hatte dies ärgerte ihn umso mehr als er selbst den grund dazu gegeben hatte sich selbst zürnte er jedoch nicht und hatte darin natürlich recht wir alle haben die kleine schwäche uns ein wenig zu schonen und bemühen uns einen von unseren nächsten auszusuchen und an ihm unseren ärger auszulassen zum beispiel an einem diener an einem uns untergebenen beamten der uns gerade in den weg kommt an unserer frau oder schließlich am stuhl den wir weiß der teufel wohin an die türe schleudern so dass die arm und rückenlehne abspringt soll er nur wissen was unser zorn bedeutet so fand auch tschitschikow bald einen nächsten der auf seinen buckel alles nehmen musste was ihm sein ärger eingab dieser nächste war nastrov und man muss wohl sagen dass er ihn von allen seiten so kräftig beschimpfte wie nur irgendein betrügerischer dorfschulze oder ein postkutscher von einem erfahrenen vielgereisten hauptmann zuweilen auch von einem general beschimpft wird der zu der menge von ausdrücken die schon zu klassischen geworden sind auch eine menge von noch unbekannten hinzufügt die er selbst erfunden hat der ganze stammbaum nastrov wurde durchgenommen und viele mitglieder seiner familie in aufsteigender linie kamen dabei zu schaden während er aber von seinen gedanken und von der schlaflosigkeit geplagt in seinem harten sessel saß und nastrov samt seiner gesamten verwandtschaft aufs eifrigste durchnahm während vor ihm ein talglicht brannte dessen docht schon längst von einer schwarzen rußkappe bedeckt war und das jeden augenblick zu verlöschen drohte während zu ihm ins fenster die blinde dunkle nacht hereinblickte bereit in blaue morgendämmerung überzugehen und in der ferne mehrere hähne krähten während vielleicht irgendein unglücklicher von unbekanntem namen und rang in einem friesmantel durch die schlafende stadt schlich ein mensch der leider nur den einen vom liederlichen russischen volk ausgetretenen weg kennt um diese selbe zeit spielte sich am anderen ende der stadt ein ereignis ab dem es beschieden war die unangenehme lage unseres helden noch unangenehmer zu machen durch die entlegenen straßen und gassen der stadt rasselte nämlich ein höchst seltsames fuhrwerk für welches es recht schwer wäre einen namen zu finden es glich weder einem reisewagen noch einer kutsche noch einer equipage sondern eher einer dickbackigen wassermelone die man auf räder gesetzt hatte die backen dieser melone das heißt die wagentüren die noch spuren einer gelben bemalung zeigten schlossen sehr schlecht infolge des schlechten zustandes der klinken und der schlösser die nur notdürftig mit stricken zusammengebunden waren die wassermelone war angefüllt mit kattunkissen in form von tabaksbeuteln von rollen und auch von gewöhnlichen kissen mit säcken voll brot semmeln brezeln und kringeln aus hefenteig eine pastete mit hühnerfüllsel und eine mit gurkenfüllsel guckten sogar heraus auf dem hinteren trittbrett befand sich eine person des lakaienstandes in einer joppe aus hausgewebtem buntem leinen mit unrasiertem leicht ergrautem kinn eine person die man bursch zu nennen pflegt der lärm und das gerassel der eisernen beschläge und verrosteten schrauben weckten am anderen ende der stadt einen nachtwächter der seine helle barde hob und schlaftrunken aus vollem halse wer da schrie als er jedoch merkte daß niemand kam und nur das gerassel zu hören war fing er ein tier das auf seinem kragen saß ging auf die laterne zu und richtete es eigenhändig mittels seines fingernagels hin worauf er die helle barde wieder wegstellte und nach den satzungen seines rittertums von neuem einschlief den pferden knickten immer wieder die vorderbeine ein weil sie nicht beschlagen waren und das bequeme stadtpflaster offenbar noch nicht kannten die fuhre machte noch einige wendungen bog schließlich an der kleinen st nikolauspfarrkirche vorbei in eine dunkle gasse ein und hielt vor dem tore des hauses der protopopenfrau aus dem wagen sprang ein mädel in einem wams und kopftuch und hieb mit beiden fäusten so stark gegen das tor wie es auch ein mann nicht besser machen könnte der bursche in der bunten jacke wurde erst später an den beinen heruntergezogen denn er schlief wie eine leiche die hunde fingen zu bellen an das tor ging auf und verschlang schließlich nicht ohne mühe dieses plumpe erzeugnis eines wagenbauers die equipage kam in einen engen hof der fast ganz von aufgestapeltem holz hühnerstellen und allerlei anbauten eingenommen war der equipage entstieg die gnädige diese gnädige war die gutsbesitzerin und kollegiensekretärin die alte war bald nach der abreise unseres helden in solche unruhe wegen eines möglichen betruges geraten daß sie nach drei schlaflosen nächten den entschluß faßte nach der stadt zu fahren obwohl ihre pferde nicht beschlagen waren um dort etwas sicheres darüber zu erfahren welche preise für tote seelen gezahlt werden und ob sie nicht gott behüte eine große dummheit begangen und die seelen viel zu billig verkauft habe welche folgen ihre ankunft hatte kann der leser aus einem gespräch erfahren das zwischen zwei gewissen damen stattfand dieses gespräch es soll aber lieber erst im nächsten kapitel stattfinden ende von abschnitt 16 gelesen von eva k die toten seelen von nikolaj wassiljewitsch gogol diese librivox aufnahme ist in der public domain erster teil neuntes kapitel eins zur frühen morgenstunde noch vor der zeit die in der stadt n für visiten bestimmt ist flatterte aus der türe eines orange gelben hölzernen hauses mit einem mezzanin und blauen säulen eine dame in einem eleganten karierten überwurf begleitet von einem lakai in einem mantel mit mehreren kragen und goldenen tressen auf dem glänzenden hut die dame flatterte sofort mit ungewöhnlicher eile die herabgelassene stufe der vor dem hause wartenden ekipage hinauf der lakai schlug die wagentür hinter ihr zu warf das trittbrett hinauf klammerte sich an den riemen hinten fest und rief dem kutscher zu vorwärts die dame hatte eine neuigkeit die sie soeben gehört hatte bei sich und fühlte einen unüberwindlichen drang sie so schnell als möglich jemand anderem mitzuteilen jeden moment blickte sie aus dem wagenfenster hinaus und stellte zu ihrem unsagbaren ärger fest daß noch immer die hälfte des weges übrig blieb jedes haus schien ihr heute länger als sonst das weiße steinerne spital mit den schmalen fenstern zog sich unerträglich in die länge so daß sie es schließlich nicht mehr aushielt und rief der verfluchte bau er will gar kein ende nehmen der kutscher hatte schon zweimal den befehl bekommen schneller schneller andryuschka du fährst heute unerträglich langsam endlich war das ziel erreicht die ekipage hielt vor einem gleichfalls hölzernen zweistöckigen haus von dunkelgrauer farbe mit kleinen weißen bassreliefs über den fenstern mit einem hohen hölzernen gitter dicht vor den fenstern und einem schmalen vorgärtchen hinter dessen gitter die schmächtigen bäumchen ganz weiß von dem sie immer bedeckenden straßenstaub waren in den fenstern erblickte man blumentöpfe einen papagei der sich in seinem käfig schaukelte in dem er sich mit dem schnabel am ring festhielt und zwei hündchen die in der sonne schliefen in diesem hause wohnte eine intime freundin der dame die soeben angekommen der autor ist in verlegenheit wie er die beiden damen so nennen soll daß keine von ihnen ihm zürne wie man es einst zu tun pflegte einen familiennamen erfinden wäre gefährlich welchen namen man auch erfinden mag immer wird sich in irgendeinem winkel unseres landes das ja groß genug ist jemand finden der diesen namen trägt dieser könnte dem autor ernsthaft böse werden und sagen dass er absichtlich im geheimen hingereist sei um alles auszuspionieren und zu erfahren was für ein mensch er sei was für einen pelz ertrage was für eine agrafjona iwanowna er zu besuchen pflege und was er gern esse wolle man die menschen aber mit ihrem rang bezeichnen so könnte es gottbehüte noch gefährlicher werden alle stände und rangklassen sind bei uns jetzt dermaßen gereizt dass ihnen alles was sie in einem gedruckten buche finden als eine persönliche anspielung erscheint diese stimmung hängt einmal in der luft wenn man bloß sagt daß in einer gewissen stadt ein dummer mensch wohnt so wird das gleich als eine persönliche beleidigung aufgefasst sofort tritt ein herr von ehrwürdigem äußeren vor und ruft auch ich bin ein mensch folglich bin auch ich dumm mit einem worte er errät sofort den zusammenhang darum wollen wir die dame die eben den besuch empfing so nennen wie sie fast einstimmig in der stadt n genannt wurde die in allen beziehungen angenehme dame diesen namen hatte sie auf eine rechtmäßige weise erworben denn sie hatte kein mittel gespart um als im höchsten grade liebenswürdig zu erscheinen obwohl durch diese liebenswürdigkeit zuweilen eine unheimliche gewandtheit des weiblichen charakters hindurch schimmerte in manchem ihrer angenehmen worte steckte ein höchst gefährlicher stachel und was erst in ihrem herzen kochte gegen jede die sich auf irgendeine weise oder durch irgendein mittel den ersten platz zu erkämpfen suchte davor möchte gott einen jeden behüten dies alles war aber in den feinsten anstand gehüllt den man in einer gouvernementsstadt überhaupt treffen kann jede ihre bewegungen war mit feinem geschmack berechnet sie liebte sogar ferse sie hielt sogar zuweilen ihren kopf träumerisch gesenkt und alle waren sich darin einig dass sie wirklich eine in allen beziehungen angenehme dame sei die andere dame das heißt die die soeben gekommen war hatte keinen so vielseitigen charakter und darum wollen wir sie die einfach angenehme dame nennen der besuch weckte die beiden hündchen die in der sonne schliefen die zottige adele die sich fortwährend in ihren eigenen langen haaren verfing und den rüden potpourri mit den dünnen beinchen beide hunde trugen bellend ihre geringelten schwänze ins vorzimmer wo der besuch seinen umhang ablegte und plötzlich in einem kleid von moderner farbe und muster mit langen schwänzen am halse dastand durchs zimmer zog ein duft von jasmin sobald die in allen beziehungen angenehme dame von der ankunft der einfach angenehmen dame erfahren hatte lief sie sofort ins vorzimmer hinaus die beiden damen griffen sich bei den händen küssten sich und schrien auf wie die institutsschülerinnen aufzuschreien pflegen wenn sie sich bald nach der entlassung aus der anstalt begegnen und ihre mütter ihnen noch nicht erklärt haben dass der vater der einen ärmer sei und im range tiefer stehe als der vater der anderen der kuß schallte so laut dass die beiden hündchen wieder zu bellen anfingen wofür sie einen klaps mit dem taschentuch bekamen und die beiden damen begaben sich in den salon der selbstverständlich blau war und ein sofa einen ovalen tisch und sogar eine efeu umwundene spanische wand enthielt ihnen folgten knurrend die zottige adele und der schlanke potpourri auf seinen dünnen beinchen hierher hierher in diese ecke sagte die hausfrau den besuch in eine ecke des sofas nötigend ja so ja so da haben sie auch ein kissen mit diesen worten stopfte sie ihr hinter den rücken ein kissen auf dem mit bunter wolle ein ritter gestickt war und zwar so wie man solche ritter immer auf khanewas zu sticken pflegt die nase bildete eine treppe und der mund ein viereck wie freue ich mich daß sie ich höre eben jemand vorfahren und frage mich wer mich wohl so früh besuchen könnte parascha sagt es ist die vizegouverneurin und ich sage da ist wieder die dumme gans gekommen um mich zu langweilen ich wollte schon sagen lassen ich sei nicht zu hause die eben angekommene dame wollte zur sache schreiten und ihre neuigkeit mitteilen aber ein ausruf den die in allen beziehungen angenehme dame in diesem augenblick von sich gab lenkte das gespräch in eine andere richtung ach was für ein lustiger kattun rief die in allen beziehungen angenehme dame das kleid der einfach angenehmen dame betrachtend ja er ist sehr lustig praskowja fjodorowna findet aber dass es schöner wäre wenn die karos etwas kleiner und die punkte nicht braun sondern blau wären meiner schwester schickte ich neulich einen stoff das ist etwas so entzückendes dass man es mit worten gar nichts sagen kann denken sie sich nur schmale ganz schmale streifchen so schmal wie sich die menschliche fantasie nur ausmalen kann der grund ist blau und zwischen je zwei streifchen sind immer äuglein und pfötchen äuglein und pfötchen äuglein und pfötchen mit einem worte unvergleichlich man darf entschieden behaupten dass es auf der welt noch nichts ähnliches gegeben hat liebste das ist doch zu bunt ach nein es ist gar nicht bunt ach es ist zu bunt es ist zu erwähnen dass die in allen beziehungen angenehme dame in gewisser beziehung materialistin und zur negation und zu zweifeln geneigt war und vieles im leben verneinte die einfach angenehme dame erklärte ihr aber daß es durchaus nicht zu bunt sei und rief ach ja ich gratuliere ihnen man trägt keine falbeln mehr wieso trägt man keine mehr statt ihrer trägt man nur noch kleine festons ach das kann nicht schön sein lauter festons überall festons die pelerine aus festons an den ärmeln festons epaulettes aus festons unten festons überall festons das kann nicht schön sein wenn überall festons sind es ist entzückend anna grigorjewna gar nicht zu sagen wie entzückend das ist sie werden mit zwei säumchen genäht und haben oben einen breiten hohlsaum aber jetzt kommt etwas worüber sie sich noch mehr wundern werden sie werden sagen dass es also staunen sie denken sie sich nur die tallien werden jetzt noch länger getragen vorn haben sie einen vorsprung und das vordere fischbein ragt ganz aus dem rahmen hinaus der rock wird rundherum gerafft wie man es bei den alten reifröcken hatte hinten wird er sogar ein wenig wattiert so daß es ganz bellfern wirkt nun da muß ich gestehen sagte die in allen beziehungen angenehme dame den kopf mit großer würde schüttelnd ja sie haben ganz richtig bemerkt da muß ich gestehen entgegnete die einfach angenehme dame sie können sagen was sie wollen diese mode mache ich nicht mit auch ich nicht nein wirklich wenn man bloß bedenkt was die mode sich nicht alles erlaubt das ist schon wirklich zu viel ich habe sogar meine schwester um ein schnittmuster gebeten nur zum scherz meine malania ist schon beim nähen sie haben also ein schnittmuster rief die in allen beziehungen angenehme dame nicht ohne eine sichtliche innere bewegung gewiß meine schwester hat es mir mitgebracht liebste geben sie es mir um gottes willen ach ich habe es schon praskowja iwanowna versprochen höchstens nach ihr wer wird es denn nach praskowja iwanowna tragen wollen das wäre sehr merkwürdig von ihnen wenn sie eine fremde ihrer freundin vorzögen sie ist doch meine tante zweiten grades ach was ist sie für eine tante doch nur seitens ihres mannes nein sofja iwanowna davon will ich gar nichts hören es sieht so aus als wollten sie mich beleidigen offenbar sind sie meiner überdrüssig offenbar wollen sie die bekanntschaft mit mir abbrechen die arme sofja iwanowna wußte gar nicht was anzufangen sie fühlte selbst dass sie zwischen zwei mächtige feuer geraten war das kommt davon wenn man prahlen will sie wäre bereit sich zur strafe dafür ihre dumme zunge mit nadeln zu zerstechen nun was hört man von unserem herzensbrecher fragte indessen die in allen beziehungen angenehme dame ach mein gott wie kann ich bloß so da sitzen das ist wirklich schön wissen sie anna grigorjewna was ich ihnen für eine neuigkeit bringe der atem der angenehmen dame stockte die worte waren im begriff wie die habichte einander nachzujagen und nur solch ein unmensch wie es ihre intime freundin war konnte es übers herz bringen sie hier zu unterbrechen sie können ihn noch so loben und preisen sagte sie viel lebhafter als sie sonst zu sprechen pflegte ich werde ihnen aber ganz offen sagen ich werde es auch ihm ins gesicht sagen dass er ein nichtswürdiger mensch ist ein nichtswürdiger ein ganz nichtswürdiger mensch hören sie doch nur was ich ihnen erzählen will man hat die ansicht verbreitet dass er ein hübscher mann sei er ist aber gar nicht hübsch und auch seine nase auch seine nase ist höchst unangenehm lassen sie mich ihnen erzählen liebste liebste anna grigorjewna lassen sie mich erzählen das ist doch eine ganze geschichte verstehen sie eine geschichte sagte die angenehme dame mit verzweifeltem ausdruck und flehender stimme es schadet nicht zu bemerken dass das gespräch der beiden damen sehr viele fremdsprachige worte und sogar ganze französische sätze enthielt aber so sehr auch der autor den heilsamen nutzen anerkennt den die französische sprache unserer heimat bringt so groß auch seine ehrfurcht vor der lobenswerten gewohnheit unserer höheren klassen ist diese sprache zu allen stunden des tages natürlich nur aus tiefster liebe für ihr vaterland zu gebrauchen trotzdem kann er sich unmöglich entschließen in dieses russische poem einen satz aus irgendeiner fremden sprache aufzunehmen darum fahren wir auf russisch fort was ist das für eine geschichte ach liebste anna grigorjewna wenn sie sich doch nur die lage vorstellen könnten in der ich mich befand denken sie nur da kommt zu mir heute die protopopenfrau die frau des per kirill und was denken sie unser stiller sanfter gast was der bloß angestellt hat wie hat er denn auch der protopopenfrau den hof gemacht ach anna grigorjewna wenn er ihr bloß den hof gemacht hätte das wäre noch nicht so schlimm hören sie nur was mir die protopopenfrau erzählte es kam zu ihr die gutsbesitzerin karobotschka ganz außer sich vor schreck und bleich wie der tod und erzählte ihr gott was sie ihr erzählte hören sie nur es ist ein ganzer roman plötzlich zur mitternachtsstunde als alles im hause schläft ertönt vor dem tore ein lärm so schrecklich wie man ihn sich gar nicht vorstellen kann und eine stimme schreit macht auf macht auf sonst wird das tor eingeschlagen wie gefällt ihnen das ist das nicht ein reizender mensch wie ist denn diese karobotschka ist sie hübsch und jung keine spur ein altes weib das ist ja entzückend so hat er sich an die alte herangemacht einen guten geschmack haben unsere damen die sich in ihn verliebten aber nein anna grigorjewna es ist etwas ganz anderes als sie glauben denken sie sich nur er erscheint vom kopf bis zu den füßen bewaffnet wie ein rinaldo rinaldini und verlangt verkaufen sie mir alle seelen die gestorben sind die karobotschka antwortet ihm ganz vernünftig ich kann sie nicht verkaufen denn sie sind tot nein sagt er sie sind nicht tot es ist meine sache sagt er zu wissen ob sie tot sind oder nicht sie sind nicht tot sie sind nicht tot schreit er sie sind nicht tot mit einem worte er macht einen furchtbaren skandal das ganze dorf läuft zusammen die kinder weinen alle schreien keiner versteht den anderen kurz horreur 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 aber sie können sich gar nicht vorstellen wie ich mich aufregte als ich das alles hörte liebste gnädige sagt mir maschka schauen sie doch nur in den spiegel wie blass sie sind ach was spiegel sag ich ihr ich muß sofort zu anna grigorjewna fahren und es ihr erzählen sofort befehle ich den wagen anzuspannen der kutscher andruschka fragt mich wohin er fahren soll aber ich kann kein wort hervorbringen ich schaue ihm nur ganz blöde in die augen ich glaube er dachte sich ich sei verrückt geworden ach anna grigorjewna wenn sie sich nur vorstellen könnten wie erschrocken ich war es ist doch wirklich merkwürdig sagte die in allen beziehungen angenehme dame was hat es wohl mit diesen toten seelen für eine bewandtnis ich gestehe dass ich gar nichts begreife schon zum zweitenmal höre ich von diesen toten seelen und mein mann sagt daß nasdrjow einfach lügt etwas wird aber schon wahr sein versetzen sie sich nur in meine lage anna grigorjewna wie es mir zumute war als ich dieses hörte nun weiß ich nicht sagt die karobotschka was ich tun soll er zwang mich sagt sie irgendein gefälschtes papier zu unterschreiben und warf mir fünfzehn rubel in banknoten hin ich bin sagt sie eine unerfahrene hilflose witwe ich weiß nichts ja das sind sachen wenn sie sich nur vorstellen könnten wie mich das alles aufgeregt hat sie können sich denken was sie wollen es handelt sich aber sicher nicht um die toten seelen es muß etwas anderes dahinter stecken auch ich muß gestehen sagte nicht ohne erstaunen die einfach angenehme dame und fühlte sofort die heftigste begierde zu hören was wohl dahinter stecken möge sie fragte sogar gedehnt was glauben sie steckt wohl dahinter nun was denken sie was ich mir denke ich muß gestehen ich bin ganz ratlos ich möchte doch gerne wissen was sie sich wohl darüber für gedanken machen doch die angenehme dame wusste nichts zu sagen sie hatte nur die fähigkeit sich aufzuregen doch irgendeine kluge kombination aufzustellen brachte sie nicht fertig und darum hatte sie mehr als jede andere das bedürfnis nach zärtlicher freundschaft und ratschlägen also hören sie ich will ihnen sagen was hinter diesen toten seelen steckt sagte die in allen beziehungen angenehme dame und die einfach angenehme dame wurde bei diesen worten ganz ohr ihre niedlichen ohren spitzten sich ganz von selbst sie richtete sich auf so dass sie fast nicht mehr auf dem sofa saß obwohl sie recht korpulent war wurde sie plötzlich leicht und dünn wie ein federflaum der beim leisesten lufthauch in die höhe steigt so wird ein russischer gutsbesitzer der auf hunde und auf die jagd versessen ist wenn er sich dem walde nähert aus dem jeden augenblick der von den treibern aufgescheuchte hase herausspringen kann mit seinem pferd und mit der zum schlage erhobenen peitsche zu einem erstarrten augenblick zu schießpulver das nur auf einen funken wartet seine augen bohren sich in die trübe luft er wird schon das tier einholen er wird ihm schon den garaus machen und wenn auch die ganze schneeverwehte steppe sich gegen ihn erhebt und seinen mund seinen schnurrbart seine augen und brauen und seine bibermütze mit silbernen sternen überschüttet die toten seelen sagte die in allen beziehungen angenehme dame was was fiel ihr die freundin ganz außer sich ins wort die toten seelen ach sagen sie es doch um gottes willen die toten seelen sind nur ein vorwand die sache ist aber folgende er will die gouverneurstochter entführen diese schlussfolgerung war in der tat höchst unerwartet und in jeder beziehung ungewöhnlich als die angenehme dame das hörte erstarrte sie zu stein erbleichte erbleichte wieder tot und bekam ernsthaft angst ach mein gott rief sie die hände zusammenschlagend das hätte ich wirklich niemals erwartet ich muss aber sagen dass ich gleich als sie den mund aufmachten schon ahnte worum es sich handelt entgegnete die in allen beziehungen angenehme dame was für einen wert hat nach all dem die institutserziehung anna gregorjevna was soll man von dieser unschuld halten eine nette unschuld ich hörte sie solche sachen sagen die ich gar nicht nachzusprechen wage wissen sie anna gregorjevna da bricht einem das herz entzwei wenn man sieht was für fortschritte die unsittlichkeit macht und die männer sind alle in sie vernarrt ich muss aber gestehen dass ich an ihr nichts finden kann sie ist ganz unerträglich affektiert ach liebste anna gregorjevna sie ist wie eine statue ohne den geringsten ausdruck im gesicht so affektiert so furchtbar affektiert mein gott wie affektiert wer sie das gelehrt hat weiß ich nicht aber ich habe noch nie ein weibliches wesen gesehen das so furchtbar affektiert wäre herzchen sie ist eine statue und bleich wie der tod ach sofja ivanovna sagen sie das nicht sie schminkt sich ja dass es eine wahre schande ist was sagen sie nur anna gregorjevna sie ist ein stück kreide kreide die reinste kreide liebste als ich neben ihr saß sah ich es die schminke ist fingerdick aufgetragen und bröckelt ab wie mörtel von der wand die mutter hat sie es gelehrt die mutter ist eine kokette doch die tochter wird die mutter noch überflügeln aber erlauben sie sie können mir selbst einen beliebigen eid auferlegen ich bin bereit sofort meine kinder meinen mann mein ganzes hab und gut hinzugeben wenn an ihr auch nur ein bißchen auch nur eine spur auch nur ein schatten von lebenswarmer farbe ist ach wie können sie das nur sagen sofja ivanovna rief die in allen beziehungen angenehme dame und schlug die hände zusammen es darf dem leser nicht wunderlich erscheinen dass beide damen verschiedene ansicht darüber waren was sie zur gleichen zeit gesehen hatten es gibt in der welt tatsächlich viele solche dinge die diese eigenschaft haben der einen dame erscheinen sie vollkommen weiß einer anderen dagegen so rot wie preiselbeeren hier haben sie noch einen beweis dafür dass sie blass ist fuhr die angenehme dame fort ich erinnere mich als ob es heute geschehen wäre wie ich neben manilow saß und zu ihm sagte schauen sie nur wie blass sie ist nein wirklich man muss schon so dumm sein wie es unsere männer sind um sie bezaubernd zu finden und unser herzensbrecher wie ekelhaft kam er mir vor sie können sich gar nicht vorstellen wie ekelhaft er mir vorkam anna grigorjewna ja und doch fanden sich gewisse damen die sie für ihn begeisterten meinen sie etwa mich anna grigorjewna das dürfen sie niemals sagen niemals niemals ich spreche doch gar nicht von ihnen als ob es außer ihnen keine anderen damen gäbe niemals niemals anna grigorjewna erlauben sie mir die bemerkung dass ich mich sehr gut kenne vielleicht meinen sie gewisse andere damen die die rolle von unnahbaren spielen sie müssen schon entschuldigen sophia ivanovna erlauben sie mir ihnen zu sagen dass ich mir noch nie etwas so skandalöses zu schulden kommen ließ vielleicht trifft das auf jemand anderen zu doch nie auf mich warum fühlen sie sich getroffen es waren ja auch noch andere damen da die sich des stuhles an der türe bemächtigen wollten um möglichst nahe bei ihm zu sitzen nach diesen worten der angenehmen dame hätte eigentlich unbedingt ein sturm losbrechen müssen doch zu unserem größten erstaunen wurden die beiden damen plötzlich still und es erfolgte nichts die in allen beziehungen angenehme dame erinnerte sich daß das schnittmuster zu dem modernen kleide sich noch nicht in ihren händen befand und der einfach angenehmen dame fiel es ein daß sie noch gar keine einzelheiten über die von ihrer intimen freundin gemachte entdeckung erfahren hatte darum wurde der frieden sehr schnell geschlossen man kann übrigens nicht sagen daß die beiden damen in ihrer natur das bedürfnis hätten einander unannehmlichkeiten zu bereiten in ihren charakteren war überhaupt nichts boshaftes allerdings wenn sie miteinander sprachen regte sich in ihnen zuweilen ohne daß sie es merkten ganz von selbst der wunsch einander einen kleinen stich zu versetzen es bereitete ihnen einfach eine kleine freude einander bei gelegenheit ein giftiges wort zu sagen da hast du es nimm und friss es die herzen des männlichen wie des weiblichen geschlechts haben nämlich zuweilen verschiedene bedürfnisse ich kann nur das eine nicht verstehen sagte die einfach angenehme dame wie konnte sich tschitschikow der hier doch nur auf der durchreise ist zu so einem kühnen streich entschließen es kann nicht sein dass er keine helfershelfer hätte glauben sie vielleicht dass er keine hat wer glauben sie könnte es sein nun zum beispiel nasdröf was nasdröf warum denn nicht das sähe ihm doch ähnlich sie wissen ja er wollte seinen leiblichen vater verkaufen oder genauer gesagt auf eine karte setzen und verlieren ach mein gott was für interessante neuigkeiten ich von ihnen höre ich hätte mir niemals gedacht daß auch nasdröf in diese geschichte verwickelt sei ich habe es mir aber immer gedacht wenn man bloß bedenkt was in der welt alles geschieht wer hätte es damals ahnen können als tschitschikow sie erinnern sich doch noch in unsere stadt kam daß er einen so seltsamen marsch durch die welt antreten würde ach anna grigorjewna wenn sie wüssten wie ich mich aufregte wenn nicht ihre zuneigung und ihre freundschaft ich wäre wirklich am rande eines abgrundes was hätte ich anfangen sollen meine maschka sieht dass ich bleich bin wie der tod liebe gnädige sagt sie zu mir sie sind bleich wie der tod maschka sage ich ihr was kümmert mich das jetzt so ein fall also ist auch nasdröf in die sache verwickelt eine schöne geschichte die angenehme dame wollte gern die weiteren einzelheiten über die entführung erfragen das heißt zu welcher stunde diese stattfinden sollte und so weiter aber ihr wunsch war unbescheiden die in allen beziehungen angenehme dame sagte einfach sie wisse nichts näheres sie konnte nicht lügen etwas kombinieren das ist eine andere sache und auch das konnte sie nur wenn die kombination sich auf eine tiefe innere überzeugung gründete wenn sie diese innere überzeugung wirklich hatte so verstand sie auch für sie einzutreten da hätte nur der geschickteste advokat berühmt durch seine kunst fremde ansichten zu widerlegen versuchen sollen ihr zu opponieren er würde sehen was tiefe innere überzeugung heißt ende von abschnitt 17 gelesen von eva k abschnitt 18 von die toten seelen von nikolai wasilewitsch gogol diese librivox aufnahme ist in der public domain erster teil neuntes kapitel zwei daß die beiden damen schließlich fest von der sache überzeugt waren die vorher nur eine kombination gewesen war ist durchaus nicht merkwürdig auch wir männer die wir uns für klug halten verfahren fast genauso und als beweis dafür können unsere gelehrten untersuchungen gelten so ein gelehrter packt die sache wie ein richtiger gauner an und beginnt schüchtern gemäßigt mit der bescheidensten frage kommt es vielleicht daher verdankt nicht dieses land seinen namen jener gegend oder gehört nicht diese urkunde in eine andere spätere zeit oder soll man nicht unter dieser bezeichnung das und das volk verstehen er zitiert sofort eine reihe von schriftstellern des altertums und sobald er nur irgendeine andeutung oder etwas was ihm als eine andeutung erscheint sieht wird er gleich kühn beginnt mit diesen schriftstellern des altertums wie mit seines gleichen zu sprechen richtet an sie fragen die er selbst für sie beantwortet und vergisst ganz dass er mit einer schüchternen hypothese angefangen hat es kommt ihm schon vor als ob er alles deutlich sähe als ob alles sonnenklar sei und er schließt seine untersuchung mit den worten so verhielt es sich also dieses volk ist also hier gemeint von diesem standpunkte aus muss also die sache angesehen werden dann verkündet er es öffentlich vom kathede herab und die neu entdeckte wahrheit tritt ihren marsch durch die welt an und gewinnt neue anhänger und verfechter während die beiden damen dieses so komplizierte problem so glücklich und geistreich gelöst hatten trat in den salon der staatsanwalt mit seinem ewig unbeweglichen gesicht den buschigen augenbrauen und dem immer blinzelnden auge die damen berichteten ihm um die wette von allen ereignissen erzählten vom kaufe der toten seelen von der absicht die gouverneurstochter zu entführen und machten ihn so konfus dass er solange er auch auf dem gleichen fleck stand mit dem linken auge blinzelte und sich mit dem taschentuch auf den bart schlug um ihn vom tabak zu reinigen absolut nichts begreifen konnte die beiden damen verließen ihn in diesem zustande und eine jede eilte in eine andere richtung um die stadt in aufruhr zu versetzen es gelang ihnen dieses unternehmen in kaum mehr als einer halben stunde zu vollenden die stadt war in aufruhr alles befand sich in gärung und kein mensch konnte etwas verstehen die damen brachten es fertig alle köpfe dermaßen zu verwirren dass alle besonders aber die beamten eine zeitlang ganz betäubt waren ihre lage glich in den ersten augenblicken der eines schuljungen dem seine kameraden die früher als er aufgestanden als er noch schlief einen husaren das heißt eine papiertüte mit tabak in die nase gesteckt haben nachdem er den ganzen tabak mit der ganzen kraft eines schlafenden in die nase eingezogen hat erwacht er springt auf glotzt wie ein narr nach allen seiten und kann nicht begreifen wo er ist und was mit ihm geschieht dann erst erkennt er die von den schrägen sonnenstrahlen beleuchteten wände hört das lachen der kameraden die sich in allen ecken versteckt haben und sieht den zum fenster hereinblickenden morgen mit dem erwachten wald in dem tausende von vogelstimmen zwitschern den in licht getauchten bach der hier und da in glänzenden windungen im dünnen schilfe verschwindet und voller nackter kinder ist die zum baden rufen dann erst merkt er daß ihm in der nase der husar sitzt genau so war im ersten augenblick die verfassung der bürger und der beamten der stadt ein jeder blieb wie ein hammel mit glotzenden augen stehen die toten seelen die gouverneurstochter und tschitschikow vermischten sich in den köpfen zu einem tollen durcheinander erst als die erste betäubung vorbei war fingen sie an diese dinge voneinander zu unterscheiden und gesondert zu sehen sie fingen an rechenschaft zu fordern und sich zu ärgern als sie sahen dass die sache sich durchaus nicht aufklären wollte was ist das für eine geschichte in der tat was ist das für eine geschichte mit den toten seelen in den toten seelen steckt doch gar keine logik wie kann man tote seelen kaufen was für ein narr wird tote seelen kaufen wollen wo wird er das geld dazu hernehmen was kann man bloß mit den toten seelen anfangen und was hat das ganze mit der gouverneurstochter zu tun wenn er sie entführen wollte was brauchte er dann die toten seelen zu kaufen und wenn einer schon die toten seelen kauft was brauchte er die gouverneurstochter zu entführen wollte er ihr etwa die toten seelen schenken was für einen unsinn verbreitet man in der stadt was ist das für eine geistesrichtung ehe man sich versieht lassen die leute ein gerüchtlos das nicht den geringsten sinn hat immerhin wird das gerücht verbreitet folglich muss auch etwas dahinter stecken aber was kann hinter den toten seelen stecken nicht der geringste anhaltspunkt lässt sich da entdecken es ist einfach ein unsinn albernes zeug gefasel da kennt sich der teufel aus mit einem worte man redete und redete und die ganze stadt sprach nur von den toten seelen von der gouverneurstochter und von tschitschikow und alles kam in aufruhr die stadt die bis dahin in schlaf versunken schien erhob sich wie von einem wirbelsturm erfasst alle sieben schläfer und faulpelze die in ihren schlafröcken seit jahren zu hause hockten und die schuld bald auf den schuster der ihnen die stiefel zu eng gemacht hatte bald auf den schneider und bald auf den versoffenen kutscher schoben kamen aus ihren löchern gekrochen alle die schon längst jeden verkehr mit ihren bekannten abgebrochen hatten und nur noch mit den gutsbesitzern liginski und schlafinski verkehrten berühmte termini techniki die von den verben liegen und schlafen stammen und in rußland ebenso verbreitet sind wie der ausdruck bei schnarchikow und schnaubitzki einkehren worunter das schlafen auf der seite auf dem rücken und jeder anderen lage mit schnarchen pfeifen durch die nase und sonstigen begleiterscheinungen verstanden wird alle die man nicht einmal durch eine einladung zu einer fischsuppe im werte von 500 rubel mit zwei ellenlangen sterletz und allerlei im munde schmelzenden pasteten aus dem hause locken konnte mit einem worte es zeigte sich dass die stadt groß und stark bevölkert war es tauchten sogar ein gewisser sisoi pafnuziewicz und ein gewisser mcdonald karlovich auf von denen man vorher noch nie etwas gehört hatte in den salons zeigte sich plötzlich ein unheimlich langer kerl mit durchschossenem arm von einer körpergröße wie man sie noch nie gesehen hatte auf den straßen erblickte man gedeckte droschken unbekannte kutschen allerlei fuhrwerke mit rasselnden und quietschenden rädern und die geschichte ging los zu einer anderen zeit und unter anderen umständen hätte man diesen gerüchten vielleicht gar keine bedeutung geschenkt die stadt n hatte aber schon seit langer zeit keinerlei neuigkeiten gehört im laufe der letzten drei monate hatte sich so gar nichts ereignet was man in den hauptstädten und was für eine gouvernementsstadt bekanntlich dasselbe bedeutet wie die zufuhr von lebensmitteln im städtischen geschwätz zeigten sich plötzlich zwei durchaus entgegengesetzte meinungen und bildeten sich zwei gänzlich entgegengesetzte parteien die männliche und die weibliche die männerpartei war die stupidere und wandte ihre aufmerksamkeit ausschließlich den toten seelen zu die weiberpartei widmete sich ausschließlich der entführung der gouverneurstochter zur ehre der damen muß hier festgestellt werden daß in dieser partei viel mehr ordnung und umsicht herrschte das brachte wohl die bestimmung der frauen gute wirtinnen zu sein und auf ordnung im hause zu sehen mit sich alles nahm bei ihnen eine lebendige bestimmte gestalt an kleidete sich in klare handgreifliche formen klärte und läuterte sich und ergab zuletzt ein vollkommenes bild es stellte sich heraus dass tschitschikow schon längst verliebt war dass er mit der betreffenden im garten bei mondenschein mehrere rendezvous gehabt hatte dass der gouverneur ihm seine tochter sogar gerne gegeben hätte weil tschitschikow so reich wie ein jude war wenn er nicht schon anderweitig war verheiratet wäre und seine frau sitzen gelassen hätte woher man erfahren hatte dass tschitschikow verheiratet war wußte niemand zu sagen dass tschitschikows frau die an ihrer hoffnungslosen liebe litt an den gouverneur einen rührenden brief gerichtet hatte worauf tschitschikow da er sah dass die eltern niemals einwilligen würden den entschluss fasste das mädchen zu entführen in anderen häusern wurde die geschichte etwas anders erzählt tschitschikow habe überhaupt keine frau da er aber ein fein berechnender und sicher gehender mann sei hätte er um mit der zeit die hand der tochter zu bekommen den anfang bei der mutter gemacht und mit dieser ein kleines techtel mächtel begonnen und dann erst um die hand der tochter angehalten die mutter aber hätte angst bekommen dass ein auch von der religion verdammtes verbrechen geschehen könne und von gewissensbissen geplagt tschitschikow die hand ihrer tochter aufs entschiedenste verweigert worauf sich dieser entschlossen habe die tochter zu entführen dazu kamen noch viele erklärungen und ergänzungen die immer anwuchsen je tiefer die gerüchte in die entlegensten gassen drangen in russland lieben es die niederen gesellschaftskreise überhaupt von klatschgeschichten aus den höheren gesellschaftskreisen zu sprechen darum fing man über diese sache auch in solchen häusern zu reden an wo man tschitschikow niemals gesehen hatte und gar nicht kannte und so kamen neue ergänzungen und kommentare auf der gegenstand wurde von minute zu minute interessanter nahm von tag zu tag immer bestimmte reformen an und kam schließlich in seiner letzten vollendung der gouverneurin selbst zu ohren die gouverneurin fühlte sich als familienmutter als die erste dame der stadt und schließlich als eine dame schlechthin die nichts ähnliches geahnt hatte durch diese geschichte aufs tiefste gekränkt und geriet in eine in jeder beziehung gerechte empörung die arme blondine hatte das unangenehmste tätertät zu bestehen das einem sechzehnjährigen jungen mädchen je beschieden war es kam eine ganze flut von fragen untersuchungen rügen drohungen vorwürfen und ermahnungen so daß das junge mädchen in tränen ausbrach sie schluchzte und konnte kein einziges wort verstehen der portier erhielt den strengsten befehl tschitschikow zu keiner stunde und unter keinem vorwande vorzulassen nachdem die damen ihr ziel bei der gouverneurin erreicht hatten machten sie sich an die männerpartei heran und versuchten sie für sich zu gewinnen indem sie die behauptung aufstellten dass die toten seelen erfunden seien um jeden verdacht abzulenken und die entführung erfolgreicher ausführen zu können viele von den männern ließen sich bekehren und traten der damenpartei bei obwohl sie sich den heftigsten vorwürfen seitens ihrer genossen aussetzten die sie frauenzimmer und weiberröcke nannten was bekanntlich vom männlichen geschlecht sehr übel genommen wird wie sehr sich die männer auch wappneten und wehrten mangelte es ihrer partei doch an der ordnung die in der damenpartei herrschte alles war bei ihnen roh ungehobelt ungeschickt unschön plump und hässlich in ihren köpfen herrschte ein durcheinander ihre gedanken waren verworren mit einem wort die hohle natur des mannes die rohe schwerfällige natur die weder haushalttalente hat noch herzlicher überzeugungen fähig ist die kleingläubige faule von ewigen zweifeln und ängsten erfüllte natur kam ganz unverhüllt zum vorschein sie sagten das sei unsinn die entführung der gouverneurstochter sei eher die sache eines husaren als eines zivilisten tschitschikow würde so etwas niemals tun die weiber schwatzen dummes zeug das weib sei überhaupt wie ein sack was man hineinlege das schleppe es mit sich herum der hauptgegenstand den man nicht aus den augen verlieren dürfe seien die toten seelen was dahinter stecke das wisse der teufel aber es stecke sicher etwas sehr übles dahinter warum die männer glaubten daß etwas übles dahinter stecke das werden wir sofort erfahren für dieses gouvernement war vor kurzem ein neuer generalgouverneur ernannt worden so ein ereignis versetzt die beamten bekanntlich immer in die größte unruhe es beginnen untersuchungen rügen rüffel und allerlei amtliche suppen mit denen der vorgesetzte seine untergebenen traktiert wenn er nur erfährt dachten sich die beamten daß in der stadt so dumme gerüchte verbreitet werden so kann ihn schon das allein fuchsteufelswild machen der inspektor der medizinalverwaltung erbleichte plötzlich und redete sich gott weiß was ein ob unter den toten seelen nicht die kranken gemeint seien die in großer zahl bei der typhus epidemie gegen die keinerlei maßnahmen ergriffen worden waren in den lazaretten und an anderen orten gestorben waren und ob tschitschikow nicht ein aus der kanzlei des generalgouverneurs zwecks einer geheimen untersuchung abkommandierter beamter sei diese vermutung teilte er dem kammervorsitzenden mit der kammervorsitzende antwortete dass es unsinn sei plötzlich erbleichte aber auch er selbst und fragte sich wie wenn die von tschitschikow gekauften seelen wirklich tot sind hat er doch selbst den abschluß der kaufverträge über diese seelen zugelassen und obendrein die rolle des vertreters von plushkin gespielt wenn das dem generalgouverneur zu ohren kommt was dann dies teilte er nur diesem und jenem mit und plötzlich erbleichten auch dieser und jener die angst ist ansteckender als die pest und teilt sich in einem augenblick mit alle entdeckten plötzlich an sich solche sünden die sie sogar niemals begangen hatten das wort tote seelen klang so unbestimmt dass sogar der verdacht aufkam ob es nicht eine anspielung auf zwei fälle sei die sich vor gar nicht länger zeit ereignet hatten wo zwei leichen voreilig begraben worden waren der erste fall betraf einige kaufleute aus solvi tschigotsk die in der stadt zum jahrmarkt gekommen waren und nach abschluss der geschäfte zu ehren ihrer freunde einiger kaufleute aus us tschigotsk ein trinkgelage veranstaltet hatten ein trinkgelage in russischem stil doch mit deutschen einführungen wie orgeaden punschen balsamen und so weiter das trinkgelage endete wie es so geht mit einer schlägerei die von solvi tschigotsk prügelten die von us tschigotsk zu tode obwohl sie dabei selbst eine anzahl kräftiger bauchgenick und rippenstöße abbekamen die von der ungeheuren größe der fäuste zeugten mit denen die verstorbenen begabt waren dem einen von den siegern war wie sich die faustkämpfer auszudrücken pflegten die luftpumpe eingetrieben das heißt die nase so gründlich zermalmt worden dass von ihr nur ein etwa einen halben fingerdickes stück auf dem gesicht zurückblieb die kaufleute gestanden ihre heldentat ein und gaben zu dass sie ein wenig über die schnur gehauen hätten ein gerücht meldete dass sie dieser erklärung je vier größere reichsscheine beigefügt hätten die sache war übrigens recht dunkel die angestellte untersuchung ergab dass die kaufleute von us tschigotsk an ofendunstvergiftung gestorben waren und sie wurden auch als solche beigesetzt der andere fall der sich vor kurzem ereignet hatte war folgender die der krone gehörenden bauern des dorfes vschivajaspies hatten sich mit den gleichfalls der krone gehörenden bauern des dorfes brovki auch zadirailova genannt verbündet und die landpolizei in person eines gewissen assessors drabjaschkin vom erdboden vertilgt und zwar weil die landpolizei das heißt der assessor drabjaschkin sich angewöhnt habe ihr dorf allzu oft zu besuchen was in gewissen fällen viel schlimmer ist als eine typhus epidemie der grund aber sei gewesen dass die landpolizei ein schwaches herz gehabt und ein zu großes interesse für die weiber und mädchen des dorfes gezeigt habe es ist darüber nichts sicheres bekannt obwohl die bauern in ihren aussagen geradezu erklärten die landpolizei sei lüstern wie eine katze gewesen sie hätten sie schon mehr als einmal gewarnt und einmal sogar ganz nackt aus einem bauernhause hinausgejagt in das sie sich irgendwie eingang verschafft hatte die landpolizei hatte die strafe für ihre herzensschwäche natürlich wohlverdient aber man durfte auch die bauern von shiva jaspies wie auch die von zadirailova vom eigenmächtigen verfahren nicht freisprechen wenn sie sich tatsächlich den mord zu schulden kommen lassen hatten die sache blieb aber dunkel die landpolizei hatte man auf der landstraße liegen gefunden ihre uniform und ihr rock waren zerfetzt und das gesicht ließ sich überhaupt nicht mehr erkennen die sache beschäftigte die gerichte und kam schließlich vor die kammer wo sie im folgenden sinne entschieden wurde da es unbekannt sei wer von den bauern an der sache beteiligt gewesen ihrer aber im ganzen recht viele waren da ferner drabiaschkin ein toter mann sei und folglich wenig nutzen davon haben würde wenn er die sache gewinne die bauern aber andererseits noch am leben seien und folglich ein interesse daran hätten dass die sache zu ihren gunsten entschieden werde so sei wie folgt zu beschließen der assessor drabiaschkin trage selbst die schuld da er die bauern der dörfer und zadirailov ungerechterweise unterdrückt habe was aber seinen tod betrifft so sei er als er in seinem schlitten heimfuhr einem schlaganfall erlegen die sache schien aufs beste erledigt doch die beamten bildeten sich man weiß nicht warum ein dass mit den toten seelen dieser fall gemeint sei als die herren beamten sich in dieser schwierigen lage befanden liefen beim gouverneur gleichzeitig zwei papiere ein das eine meldete dass nach den eingelaufenen berichten sich im gouvernement ein hersteller von falschen banknoten unter verschiedenen falschen namen aufhalte daher solle man unverzüglich eine strenge untersuchung anstellen das andere papier enthielt die mitteilung des gouverneurs des nachbargouvernements über einen räuber der vor der gesetzlichen verfolgung geflohen sei falls also im gouvernement ein verdächtiger mensch auftauchen sollte der weder einen pass noch sonst welche papiere vorweisen könnte so sei dieser sofort zu verhaften diese beiden papiere wirkten auf alle niederschmetternd alle bisherigen kombinationen und vermutungen stürzten zusammen natürlich konnte man unmöglich annehmen dass tschitschikow mit den beiden angelegenheiten auch das geringste zu tun hätte als aber ein jeder die sache für sich überlegte und sich erinnerte dass es ihnen gänzlich unbekannt war wer tschitschikow eigentlich sei und dass er sich selbst höchst unklar über seine person geäußert obwohl er auch gesagt hatte dass er den staatsdienst als opfer seines gerechtigkeitssinns hatte verlassen müssen was aber ebenfalls recht unklar klang als sie sich obendrein seiner erklärung erinnerten dass er viele feinde habe die ihm nach dem leben trachteten so wurden sie noch nachdenklicher seinem leben drohte eine gefahr also wurde er von jemand verfolgt folglich muß er etwas angestellt haben wer mochte er nun eigentlich sein man konnte natürlich nicht annehmen daß er falsche banknoten herstelle und um so weniger ein räuber sei sein äußeres war dazu viel zu bieder wer mochte er aber trotz alledem sein nun stellten sich die herren beamten eine frage die sie sich gleich am anfang das heißt im ersten kapitel unseres poems hätten stellen sollen es wurde beschlossen die leute auszufragen von denen er die toten seelen erworben hatte um wenigstens festzustellen was das für käufe gewesen seien und was unter diesen toten seelen zu verstehen wäre ob er nicht jemand zufällig so nebenbei etwas von seinen wahren absichten gesagt oder jemand erzählt hätte wer er sei zuallererst wandte man sich an die karobotschka konnte aber von ihr nicht viel erfahren er hätte für 15 rubel seelen gekauft er kaufe auch daunen und federn ein er hätte ihr versprochen ihr noch allerlei andere sachen abzukaufen auch liefere er schweineschmalz an die behörden darum sei er sicher ein schwindler denn es sei schon einmal so ein mann da gewesen der federn und daunen eingekauft und schweineschmalz an die behörden geliefert habe dieser aber hätte alle begaunert und auch die protopopenfrau um mehr als hundert rubel geprellt alle ihre weiteren aussagen waren nur eine wiederholung dessen was sie schon einmal gesagt hatte und die beamten sahen nur daß die karobotschka ein dummes altes weib sei manilow sagte aus daß er für pawel iwanowitsch stets wie für sich selbst bürgen werde er würde sein ganzes gut hingeben nur um einen hundertsten teil der eigenschaften des pawel iwanowitsch zu besitzen überhaupt äußerte er sich über ihn in den schmeichelhaftesten ausdrücken und fügte mit zusammengekniffenen augen einige sentenzen über die freundschaft im allgemeinen hinzu diese sentenzen zeugten in hinreichender weise von den zarten regungen seines herzens vermochten aber den beamten nichts von der sache zu erklären soporkewitsch sagte bei der vernehmung tschitschikow sei nach seiner ansicht ein anständiger mensch die bauern die er ihm verkauft habe seien lauter ausgesuchte und in jeder beziehung lebendige leute gewesen für die zukunft könne er aber nicht garantieren wenn sie bei der schwierigen übersiedlung unterwegs sterben so sei das nicht seine schuld das liege nur in gottes hand es gebe nicht wenig epidemien und tödliche krankheiten in der welt und man hätte schon fälle erlebt wo ganze dörfer ausgestorben seien die herren beamten wandten noch ein mittel an das zwar nicht sehr edel ist das man aber zuweilen doch anzuwenden pflegt sie ließen die beiden diener tschitschikows auf umwegen unter zu hilfenahme ihrer bekanntschaften in lakaienkreisen ausfragen ob sie nicht irgendwelche einzelheiten aus dem vorleben ihres herrn wüssten aber auch auf diesem wege erfuhren sie nicht viel von petruschka bekamen sie nur den bewussten muffigen geruch zu riechen und von silifan hörten sie daß sein herr im staatsdienste gewesen und früher bei einem zollamte gedient habe und sonst nichts diese klasse von menschen hat eine höchst seltsame angewohnheit wenn man sie direkt nach etwas fragt so wissen sie nichts zu sagen es will ihnen nichts einfallen und sie antworten einfach dass sie nichts wissen wenn man sie aber nach etwas anderem fragt so kommen sie gerade auf das gewünschte zu sprechen und bringen sogar solche einzelheiten vor die man gar nicht wissen will alle die von den beamten angestellten untersuchungen zeigten ihnen nur das eine nämlich dass sie nichts sicheres darüber wußten wer tschitschikow eigentlich war dass er aber doch sicher etwas sein mußte endlich beschlossen sie diese sache endgültig zu besprechen und sich wenigstens darüber zu einigen was sie zu tun hätten was für maßregeln zu ergreifen wären und wer tschitschikow eigentlich sei ob ein mensch den man als unzuverlässig verhaften müßte oder einer der sie selbst alle als unzuverlässig verhaften könne zu diesem zweck wollte man einmal beim polizeimeister zusammenkommen dem den lesern schon bekannten vater und wohltäter der stadt ende von abschnitt 18 gelesen von eva k abschnitt 19 von die toten seelen von nikolaj wassiljewitsch gogol diese librivox aufnahme ist in der public domain erster teil zehntes kapitel eins beim polizeimeister dem den lesern schon bekannten vater und wohltäter der stadt versammelt hatten die beamten gelegenheit aneinander festzustellen wie sie infolge all dieser sorgen und aufregungen abgemagert waren und in der tat die ernennung des neuen generalgouverneurs die eingelaufenen papiere von so ernstem inhalt und alle die unheimlichen gerüchte dies alles hatte sichtbare spuren auf ihren gesichtern hinterlassen und vielen von ihnen waren sogar die frecke zu weit geworden alle waren getroffen der kammervorsitzende war abgemagert der inspektor der medizinalverwaltung war abgemagert der staatsanwalt war abgemagert und selbst ein gewisser simjon ivanovic dessen familiennamen niemals genannt wurde und der einen ring am zeigefinger trug den er den damen zu zeigen pflegte war abgemagert natürlich fanden sich auch wie es immer geht einige tapfere die den mut nicht sinken ließen ihre waren aber nicht viele es war eigentlich nur der postmeister allein sein stets gleichmäßiger charakter hatte nicht die geringste veränderung erfahren und er pflegte bei solchen gelegenheiten immer zu sagen wir kennen die herren generalgouverneure es werden ihrer vielleicht drei oder vier abwechseln ich aber sitze schon seit dreißig jahren auf meinem platz sehr verehrter herr darauf pflegten die anderen beamten zu erwidern du hast es gut sprechen sie deutsch iwan andrejitsch deine sache ist die post du hast nur die poststücke anzunehmen und zu befördern der einzige betrug den du verüben kannst ist daß du das postamt eine stunde zu früh schließt um dann von einem kaufmann der mit seinem brief zu spät gekommen ist eine kleinigkeit zu erpressen oder daß du ein paket das nicht befördert werden darf dennoch beförderst an deiner stelle kann natürlich ein jeder ein heiliger sein wenn du aber einen posten hättest wo dich der teufel jeden tag in versuchung brächte so daß man dir auch wenn du nichts nehmen wolltest dennoch etwas in die hand drückte du hast es auch nicht schwer du hast bloß einen jungen denke dir aber den fall bruder gott hat deine praskovia fjodorowna so gesegnet daß sie dir jedes jahr ein kind schenkt bald eine praskuschka bald einen petruschka dann würdest du schon ein anderes lied singen so sprachen die beamten ob aber ein mensch die kraft hat der versuchung des teufels zu widerstehen darüber maßt sich der autor kein urteil an in der versammlung die dieses mal zusammentrat fehlte in einer recht fühlbaren weise das was man sinn und ordnung zu nennen pflegt überhaupt sind wir für repräsentanten versammlungen nicht geschaffen bei allen unseren zusammenkünften von den bauern versammlungen bis zu den sitzungen der verschiedenen gelehrten und sonstigen komitees herrscht wenn nicht ein kluger kopf das ganze leitet ein ordentliches durcheinander es ist sogar schwer zu sagen warum das so ist es wird wohl eine nationale eigentümlichkeit sein daß uns nur solche beratungen gelingen in denen über irgendeine zecherei oder ein essen verhandelt wird also alle die klubsitzungen und ähnliche veranstaltungen auf deutscher manier die bereitwilligkeit hierzu ist hingegen immer vorhanden wenn gerade der richtige wind weht gründen wir ihm nun alle möglichen wohltätigkeits unterstützungs und sonstigen vereine das ziel wird immer sehr schön sein es wird aber trotzdem nichts herauskommen vielleicht beruht das darauf dass wir gleich bei beginn befriedigt sind und die sache damit als erledigt ansehen wenn wir zum beispiel irgendeinen verein zur unterstützung von armen gegründet und beträchtliche summen gespendet haben so veranstalten wir sofort um unser lobenswertes beginnen zu feiern ein diner für die ersten beamten der stadt was natürlich die hälfte der gespendeten gelder kostet für den rest wird für das komitee eine großartige wohnung mit beheizung und bedienung gemietet zuletzt bleiben für die armen von der ganzen summe fünf und ein halber rubel übrig bei der verteilung dieser summe zeigen sich unter den komitee mitgliedern unstimmigkeiten und jeder empfiehlt irgendeine arme gefatterin übrigens war die sitzung über die wir hier berichten ganz anderer art sie war ja aus dringender notwendigkeit zustande gekommen es handelte sich nicht um irgendwelchen armen oder abseits stehenden die sache ging jeden beamten persönlich an es handelte sich um ein ungemach das allen in gleicher weise drohte daher mußte man notgedrungen einmütiger und in engerer gemeinschaft vorgehen trotz alledem kam dabei der teufel weiß was heraus ganz abgesehen von den meinungsverschiedenheiten die eine eigentümlichkeit aller solcher beratungen bilden zeigte sich in den ansichten der versammelten eine ganz unfassbare unsicherheit der eine sagte tschitschikow sei ein banknotenfälscher fügte aber gleich darauf hinzu vielleicht auch nicht der andere behauptete er sei ein beamter aus der kanzlei des generalgouverneurs erklärte aber gleich darauf übrigens weiß der teufel was er ist es steht ihm doch nicht auf der stirn geschrieben gegen die vermutung daß er ein verkleideter räuber sei sprachen sich alle ablehnend aus alle fanden daß schon abgesehen von seinem äußern daß an sich die biederkeit selbst sei auch in seinen worten nichts läge was auf einen menschen mit gewalttätigen neigungen schließen ließe plötzlich rief der postmeister der einige minuten in tiefe nachdenklichkeit versunken war ganz unerwartet aus wissen sie meine herren wer er ist die stimme mit der er dies sagte klang dermaßen erschütternd daß alle wie aus einem munde schrien wer ist er denn meine herren er ist niemand anders als der hauptmann capekin mein sehr verehrter herr und als alle wie aus einem munde fragten und wer ist dieser hauptmann capekin antwortete der postmeister wie sie wissen nicht wer der hauptmann capekin ist alle antworteten sie hätten keine ahnung davon wer der hauptmann capekin sei der hauptmann capekin sagte der postmeister indem er seine tabaksdose nur halb öffnete da er fürchtete es könnte jemand von den in der nähe sitzenden seine finger hineinstecken an deren sauberkeit er nicht recht glaubte er pflegte sogar manchmal zu sagen ich weiß es schon väterchen sie haben mit ihren fingern vielleicht gott weiß woherum gewühlt der tabak ist aber eine sache die reinlichkeit verlangt der hauptmann capekin wiederholte er nachdem er eine prise genommen hatte wenn ich es ihnen übrigens erzähle so kann es sogar für einen schriftsteller höchst interessant werden es ist gewissermaßen ein ganzes poem alle anwesenden äußerten den wunsch diese wie sich der postmeister ausdrückte für einen schriftsteller höchst interessante geschichte gewissermaßen ein ganzes poem zu hören und er begann wie folgt die geschichte von hauptmann capekin nach der kampagne von 1812 mein sehr verehrter herr begann der postmeister obwohl im zimmer nicht ein herr sondern ihrer sechs saßen nach der kampagne von 1812 wurde mit den anderen verwundeten auch der hauptmann capekin heimgeschickt ein hitzkopf launisch wie der teufel hatte schon auf der hauptwache und im arrest gesessen und alles gekostet was es nur auf der welt gibt bei krasneue oder bei leipzig hatte ihm ein geschoß denken sie sich nur einen arm und ein bein weggerissen damals waren wegen der verwundeten wissen sie noch keinerlei verfügungen erlassen worden der invalidenfonds wurde wie sie es sich denken können gewissermaßen erst viel später gegründet der hauptmann capekin sieht dass er arbeiten muss er hat aber sehen sie nur den einen linken arm er kam nach hause zu seinem vater aber der vater sagte ihm ich habe nichts um dich zu ernähren ich stellen sie es sich nur vor ich kann mir selbst kaum mein brot verdienen nun entschloß sich der hauptmann capekin mein sehr verehrter herr nach petersburg zu gehen um sich bei der vorgesetzten behörde zu bemühen so und so er habe gewissermaßen und sozusagen sein leben geopfert und sein blut vergossen so kam er also wissen sie mit dem train oder mit staatsfuhren mit einem wort er kam mein sehr verehrter herr irgendwie nach petersburg nun stellen sie sich vor so ein hauptmann capekin ist plötzlich in eine hauptstadt geraten die in der ganzen welt nicht ihresgleichen hat er sieht vor sich plötzlich eine welt gewissermaßen ein feld des lebens sie wissen wohl so eine märchenhafte scheherzade so einen niewski prospekt oder wissen sie so eine garachowaja oder irgendeine holst der teufel litienaja straße da ragt so eine fahnenstange in die luft brücken hängen wie durch einen zauber ganz ohne stützpunkte mit einem worte die reinste semiramis mein sehr verehrter herr er versucht sich eine wohnung zu mieten aber die preise sind furchtbar gemein lauter gardinen vorhänge allerlei teufelszeug teppiche das reinste persien mein sehr verehrter herr man tritt sozusagen kapitalien mit den füßen man geht durch die straßen und die nase wittert schon aus der ferne die tausende die staatsbank meines hauptmanns capekin besteht aber sie werden es wohl begreifen aus zehn fünf rubelscheinen und etwas silbergeld ein dorf kann man sich dafür nicht kaufen das heißt man kann schon eins kaufen wenn man vierzigtausend dazulegt diese vierzigtausend müßte man aber erst beim könig von frankreich pumpen kurz und gut er fand schließlich in einem rivaler wirtshaus unterkunft für einen rubel pro tag das mittagessen besteht aus einer kohlsuppe und einem stück klops er sieht dass es keinen sinn hat allzu lange da zu bleiben er erkundigt sich wohin er sich zu wenden habe ja das ist eine frage sagt man ihm die höchsten behörden sind noch nicht in der hauptstadt sie verstehen alles war noch in paris die armee war noch nicht zurückgekehrt es gibt aber sagt man ihm eine provisorische kommission versuchen sie es dort vielleicht kann die für sie etwas tun gut ich gehe in die kommission sagt capekin und erkläre ihnen dort so und so ich habe gewissermaßen mein blut vergossen habe bildlich gesprochen mein leben geopfert so stand er eines morgens recht früh auf schabte sich mit der linken hand den bart denn ein barbier hätte wohl ein vermögen gekostet zog seine uniform an und humpelte stellen sie sich vor auf seinem holzfuß zum vorsitzenden der kommission er erkundigt sich wo dieser vorsitzende wohnt hier sagt man ihm in diesem hause am sie können sich wohl so ein bauernhäuschen vorstellen die fensterscheiben sind spiegelscheiben von anderthalb klafter höhe nichts als marmor und lack mein sehr verehrter herr mit einem worte zum verrückt werden irgendeine türklinke aus metall ist ein komfort erster qualität so dass man zuerst in den nächsten laden laufen sich für einen groschen seife kaufen und sich dann gewissermaßen an die zwei stunden die hände reiben muss ehe man so eine klinke anrührt schon der portier vor dem eingang mit dem stab in der hand so eine grafen physiognomie batist kragen ganz wie ein gemästeter fetter mobs capekin schleppt sich auf seinem holzfuß in den empfangssaal drückt sich in eine ecke um nicht mit dem arm irgend so ein amerika oder indien bildlich gesprochen so eine vergoldete porzellan vase umzustoßen es versteht sich von selbst dass er lange genug stehen musste denn er kam zu einer stunde als der vorsitzende gewissermaßen noch kaum aufgestanden war und sein kammerdiener ihm so eine silberne schüssel zu allerlei waschungen reichte mein capekin wartet an die vier stunden als der diensthabende beamte eintrifft und meldet gleich erscheint der vorsitzende das zimmer ist schon voller epaulettes und achselbänder die menschen drängen sich wie die bohnen auf einer schüssel endlich kommt der vorsitzende mein sehr verehrter herr nun sie können sich vorstellen wie so ein vorsitzender aussieht in seinem gesicht ist sozusagen seinem dienstrange entsprechend sie verstehen mich wohl so ein ausdruck in jeder bewegung ein großstädter er geht auf den einen und auf den anderen zu und fragt was wollen sie was wünschen sie in welcher angelegenheit sind sie hier endlich kommt er mein sehr verehrter herr zum capekin capekin sagt so und so habe mein blut vergossen und gewissermaßen einen arm und ein bein verloren ich kann nicht arbeiten darum erlaube ich mir die anfrage ob ich nicht auf eine unterstützung rechnen darf ob nicht eine verfügung wegen einer sozusagen gratifikation oder pension zu erwarten ist sie verstehen es doch der vorsitzende sieht vor ihm steht ein mann mit einem holzbein und der rechte arm ist leer an den waffenrock festgesteckt gut sagt er fragen sie in einigen tagen wieder nach mein capekin ist ganz begeistert nun denkt er sich die sache ist gemacht er ist sie können es sich wohl denken in bester laune hüpft auf dem trottoir macht einen sprung ins restaurant parkin um einen schnaps zu nehmen ist im gasthause zur stadt london zu mittag lässt sich einen kotelett mit kapern geben dann eine polarde mit allerlei kram dazu eine flasche wein geht abends ins theater mit einem worte er macht sich einen guten tag auf dem trottoir sieht er plötzlich eine engländerin daher schweben sie können sich wohl denken schön und schlank wie ein schwan mein capekin sein blut kommt sie begreifen doch in wallung humpelt ihr auf seinem holzbein nach lieber nicht sagt er sich dann ich will das kurschneiden einstweilen aufstecken nachher wenn ich die pension schon bekommen habe ich bin schon ganz aus rand und band geraten so hatte er an einem tage wollen sie es beachten beinahe die hälfte seines vermögens durchgebracht nach drei oder vier tagen kommt er mein sehr verehrter herr wieder in die kommission zum vorsitzenden jawohl ich komme sagt er um mich zu erkundigen so und so krankheitshalber und infolge meiner verwundungen habe gewissermaßen mein blut vergossen und so weiter sie verstehen wohl in amtlichem ton ach was sagt der vorsitzende vor allen dingen muss ich ihnen mitteilen dass wir in ihrer sache ohne genehmigung der höchsten stelle nichts machen können sie sehen doch selbst was jetzt für eine zeit ist die militärischen operationen sind sozusagen noch nicht endgültig abgeschlossen gedulden sie sich bis zur ankunft des herrn ministers sie können überzeugt sein dass man sie nicht übersehen wird und wenn sie inzwischen nichts zum leben haben so nehmen sie dies das ist alles sagt er was ich für sie tun kann sie verstehen er gab ihm nicht viel aber doch so viel dass capekin damit bei einiger sparsamkeit doch noch bis zu der entscheidung hätte auskommen können capekin strebte aber nach etwas anderem er stellte sich vor man würde ihm schon morgen einige tausende auszahlen hier hast du es mein lieber trink und amüsiere dich stattdessen sagt man ihm aber wart und gibt ihm so gar keinen termin an im kopfe hat er aber die engländerin und allerlei soupletts und koteletts düster wie ein uhu tritt er auf die straße oder wie ein pudel den der koch mit wasser begossen hat hat den schwanz eingeklemmt und lässt die ohren hängen er hat schon geschmack am petersburger leben gefunden hat auch schon manches gekostet da soll er aber der teufel weiß wie leben und nichts süßes zu kosten bekommen er ist aber ein frischer lebhafter mensch und hat einen richtigen wolfshunger wenn er an so einem restaurant vorübergeht so ist der koch sie können sich wohl denken ein ausländer ein franzose mit solch einem offenen gesicht hat holländische wäsche an und eine schürze die sich sozusagen nur mit schnee vergleichen läßt er arbeitet an irgendeinem fin erb an einem kotelett mit trüffeln mit einem worte an einer solchen delikatesse dass man vor lauter appetit sich selbst auffressen möchte und wenn er an den meliutinschen läden vorbeigeht so schaut aus einem fenster sozusagen irgendein räucherlachs heraus kirschen zu fünf rubeln das stück oder ein omnibus von einer wassermelone die nur auf einen dummkopf wartet der für sie hundert rubel bezahlt mit einem wort auf schritt und tritt versuchungen das wasser läuft ihm bildlich gesprochen im munde zusammen er muß aber warten versetzen sie sich nur in seine lage einerseits sozusagen der räucherlachs und die wassermelone und andererseits reicht man ihm ein bitteres gericht unter dem namen morgen sollen sie dort machen sagt er sich was sie wollen ich gehe aber hin bringe die ganze kommission und alle vorsitzenden auf die beine und sage ihnen nein ganz wie sie wollen aber so geht das nicht und in der tat er ist zudringlich und frech hat nicht so viel grütze im kopf dafür aber keckheit mehr als man braucht er kommt also in die kommission was gibt's fragt man ihn was kommen sie schon wieder man hat ihnen doch schon mal gesagt ach was sagt er ich kann mich so nicht durchschlagen ich muß sagt er auch ein kotelett essen und eine flasche französischen wein trinken auch muß ich mich ein wenig zerstreuen will auch mal ins theater gehen sie verstehen schon da müssen sie schon entschuldigen sagt der vorsitzende dazu hat der mensch gewissermaßen sozusagen die geduld man hat ihnen vorläufig einige mittel bewilligt damit sie sich ernähren können bis ihre sache entschieden ist sie werden ohne zweifel ordentlich belohnt werden denn es hat bisher noch keinen fall gegeben daß bei uns in russland ein mann der sozusagen seinem vaterlande gedient hat ohne versorgungen geblieben wäre wenn sie sich aber mit koteletts und theaterbesuchen verwöhnen wollen so müssen sie schon entschuldigen in solchem falle müssen sie sich selbst die mittel dazu verschaffen und sich selbst helfen aber mein kapekin lässt sich nicht beirren die worte prallen von ihm ab wie erbsen von der wand er erhob ein großes geschrei und ließ an der ganzen gesellschaft kein gutes haar er begann auf alle die amtsvorstände sekretäre und sonstigen beamten zu schimpfen sie sind sagt er dies sagt er und sie sind jenes sie sagt er kennen ihre pflichten nicht sie sind sagt er gesetzesverächter sagt er alle bekamen von ihm was ab ganz zufällig war dort wissen sie ein general von einem ganz anderen ressort anwesend und auch der bekam von ihm mein sehr verehrter herr was ab es war ein richtiger aufruhr was soll man nur mit einem solchen satan anfangen der vorsitzende sieht dass man gewissermaßen sozusagen zu strengen maßregeln greifen muss gut sagt er wenn sie sich damit nicht begnügen wollen was man ihnen gibt und nicht geneigt sind hier in der hauptstadt gewissermaßen ruhig auf die entscheidung ihrer sache zu warten so werde ich sie nach ihrem wohnort spedieren man hole sagt er einen feldjäger her damit er ihn nach seinem wohnort transportiert der feldjäger aber wissen sie steht schon hinter der tür ein dreiellen langer kerl mit einer hand wissen sie die schon von der natur selbstbestimmt ist um den postkutschern die rücken zu bearbeiten mit einem worte so ein dentist so setzt man den knecht gottes in den wagen und schiebt ihn mit dem feldjäger ab nun denkt sich capekin so brauche ich wenigstens kein fahrgeld zu zahlen ich bin auch dafür dankbar so fährt er mein sehr verehrter herr mit dem feldjäger und wie er so gewissermaßen mit dem feldjäger fährt überlegt er sich schön sagt er sich du sagst mir ich solle mir selbst die mittel verschaffen und mir selbst helfen gut sagt er ich werde mir schon die mittel verschaffen nun wie man ihn an den bestimmungsort befördert und wohin man ihn eigentlich gebracht hat darüber ist nichts sicheres bekannt so versanken alle nachrichten über den hauptmann capekin in den strom der vergessenheit in so eine lete wie es die dichter nennen aber gestatten sie meine herren hier fängt eben der faden unseres romans an was aus dem capekin geworden ist das weiß niemand aber es vergingen keine zwei monate als in den wäldern von rezan eine räuberbande auftauchte und der hauptmann dieser bande war mein sehr verehrter herr niemand anders als aber erlaube einmal iwan andrejewitsch sagte plötzlich der polizeimeister ihn unterbrechend dem hauptmann capekin fehlen wie du selbst sagst ein arm und ein bein tschitschikow aber der postmeister schrie auf schlug sich mit aller kraft auf die stirn und nannte sich öffentlich in aller gegenwart einen schafskopf er konnte nicht begreifen wieso ihm dieser umstand nicht gleich am anfang der erzählung eingefallen war und mußte zugeben daß das sprichwort der russe ist hinterher am klügsten durchaus berechtigt sei aber schon eine minute später fing er zu klügeln an und versuchte sich aus der affäre zu ziehen indem er behauptete in england sei übrigens wie man es aus den zeitungen ersehen könne die mechanik sehr vervollkommnet und einer hätte sogar hölzerne beine erfunden die nach dem druck auf eine verborgene sprungfeder den menschen gott weiß wohin fort trügen so daß man ihn hinterher überhaupt nicht mehr auffinden könne alle zweifelten aber sehr dass tschitschikow der hauptmann capekin sei und fanden daß der postmeister doch etwas zu weit gegangen sei im übrigen zeigten sie daß auch sie nicht auf den kopf gefallen waren und gingen durch die geistreiche vermutung des postmeisters angeregt vielleicht noch weiter als er unter den vielen in ihrer art gescheiten vermutungen war eine die sogar seltsam klingt daß tschitschikow vielleicht der verkleidete napoleon sei die engländer beneideten schon längst russland wegen seiner größe und ausdehnung und man habe schon öfter karikaturen gesehen auf denen der russe im gespräch mit einem engländer dargestellt sei der engländer hält hinter seinem rücken einen hund an der leine und unter diesem hund sei napoleon zu verstehen nimm dich in acht sagt der engländer wenn mir etwas nicht passt so lasse ich gleich diesen hund gegen dich los vielleicht hätten sie ihn jetzt von st telena losgelassen nun versuche er unter der maske tschitschikows nach russland zu kommen tschitschikow sei also in wirklichkeit gar nicht tschitschikow die beamten wollten dieser geschichte natürlich nicht recht glauben wurden aber immerhin nachdenklich und ein jeder fand wenn er sich die sache für sich überlegte daß tschitschikows gesicht wenn er einem sein profil zuwende in der tat eine große ähnlichkeit mit napoleon wie er auf den bildern dargestellt sei habe der polizeimeister der die kampagne von 1812 mitgemacht und napoleon persönlich gesehen hatte mußte zugeben daß napoleon durchaus nicht größer als tschitschikow und von statur weder allzu dick noch allzu dünn gewesen sei vielleicht werden manche leser dieses unwahrscheinlich finden auch der autor ist bereit ihnen zuliebe es unwahrscheinlich zu finden aber leider hat sich die geschichte gerade so abgespielt wie es hier berichtet wird und zwar was am erstaunlichsten ist in einer stadt die nicht irgendwo in einer wildnis sondern gar nicht weit von den beiden hauptstädten lag es muß übrigens festgestellt werden daß dies alles sich bald nach der glorreichen vertreibung der franzosen abspielte um jene zeit waren alle unsere gutsbesitzer beamten kaufleute handlungsgehilfen und alle des lesens kundigen wie auch unkundigen leute für wenigstens acht jahre passionierte politiker geworden die moskauer nachrichten und der sohn des vaterlandes wurden dermaßen zerlesen daß sie den letzten leser in form von fetzen die zu nichts mehr zu gebrauchen waren erreichten anstelle der fragen wie teuer haben sie das maß hafer gekauft väterchen oder wie haben sie den gestrigen schlittenweg ausgenützt fragte man nur was schreibt man in den zeitungen hat man napoleon nicht wieder von seiner insel losgelassen die kaufleute waren in größter sorge denn sie glaubten fest an die prophezeiung eines propheten der schon seit drei jahren im zuchthaus saß dieser prophet war kein mensch wußte woher in bastschuhen und einem nackten schafspelz welcher fürchterlich nach faulen fischenroch erschienen und hatte verkündigt dass napoleon der antichrist sei und an einer steinernen kette hinter sechs mauern und sieben mehren sitze später einmal werde er aber die kette zerreißen und sich der ganzen welt bemächtigen der prophet kam wegen dieser prophezeiung so wie es sich gehört ins zuchthaus aber er hatte schon seine sache gemacht und die kaufmannschaft in aufruhr versetzt lange noch pflegten die kaufleute wenn sie selbst die lohnendsten geschäftsabschlüsse im wirtshaus mit tee feierten über den antichrist zu reden auch viele von den beamten und vom adel dachten unwillkürlich darüber nach und sahen vom mystizismus angesteckt der damals bekanntlich in mode war in jedem buchstaben des wortes napoleon einen tieferen sinn viele entdeckten in ihm sogar die apokalyptischen zahlen daher ist es durchaus nicht merkwürdig daß die beamten anfingen über diesen punkt nachzudenken bald kamen sie aber wieder zur besinnung und merkten daß ihre fantasie durchgegangen war und daß sie nicht auf dem richtigen wege waren lange dachten und redeten sie und kamen endlich zum schluss dass es vielleicht gar nicht so dumm wäre nasdrjow ordentlich auszufragen da er als erster die geschichte von den toten seelen verbreitet hatte da er wie man so sagt irgendwelche intimen beziehungen zu tschitschikow unterhielt und zweifellos manches von seinen lebensumständen wissen musste so wollte man mal hören was nasdrjow sagen würde ende von abschnitt 19 gelesen von eva k abschnitt 20 von die toten seelen von nikolaj wasiljewitsch gogol diese librivox aufnahme ist in der public domain erster teil zehntes kapitel 2 merkwürdige menschen sind doch diese herren beamten und mit ihnen auch die übrigen stände alle wußten doch sehr gut daß nasdrjow ein lügner war und daß man keinem seiner worte selbst in der unbedeutendsten angelegenheit glauben schenken dürfe und doch wandten sie sich gerade an ihn was soll man bloß mit manchem menschen anfangen er glaubt nicht an gott glaubt aber dass er wenn ihn sein nasenrücken juckt ganz gewiss sterben werde er schenkt dem werke eines dichters welches so klar wie der tag und ganz von harmonie und der höchsten weisheit der einfachheit durchdrungen ist keine beachtung stürzt sich aber auf ein machwerk in dem irgendein frechling alles durcheinander gebracht und aus der natur ein zerrbild gemacht hat dieses machwerk gefällt ihm und er ruft aus das ist die echte herzenskenntnis sein ganzes leben lang hält er nichts von ärzten wendet sich aber zuletzt an ein altes weib das die krankheiten mit besprechen und spucken kuriert oder erfindet was noch besser ist selbst ein dekockt aus irgendeinem dreck das ihm gott weiß warum als das richtige mittel gegen seine krankheit erscheint natürlich könnte man die herrenbeamten mit ihrer schwierigen lage entschuldigen der ertrinkende klammert sich wie man sagt an einen strohhalm und es fällt ihm in diesem augenblick gar nicht ein dass auf so einem strohhalm höchstens eine fliege reiten kann während er beinahe vier oder sogar fünf put wiegt dieser gedanke kommt ihm gar nicht in den sinn und er klammert sich an den strohhalm so klammerten sich unsere herren schließlich an nasdrjow der polizeimeister schrieb ihm sofort ein billett indem er ihn zum abend einlud und ein revieraufseher in reiterstiefeln und mit sympathischen roten backen lief sofort seinen degen im laufen festhaltend zu nasdrjow dieser war gerade mit einer sehr wichtigen sache beschäftigt seit vier tagen kam er nicht aus seinem zimmer ließ keinen menschen herein und bekam sogar das mittagessen durchs fenster mit einem wort er war sogar abgemagert und grün im gesicht geworden die sache erforderte die größte aufmerksamkeit es handelte sich um die auswahl eines kartenspiels aus einigen hundert tallien auf das er ebenso sicher bauen könnte wie auf den besten freund er hatte daran noch wenigstens zwei wochen zu arbeiten während dieser zeit mußte parfiri dem kleinen bullenbeißer den nabel mit einem besonderen bürstchen reinigen und ihn dreimal am tage mit seife waschen nasdrjow war sehr aufgebracht dass man ihn in seiner einsamkeit gestört hatte zunächst schickte er den revieraufseher zum teufel als er jedoch dem billett des polizeimeisters entnahm dass sich heute abend vielleicht etwas verdienen ließe da irgendein neuling erwartet werde ließ er sich sofort erweichen schloss sein zimmer in aller eile ab zog die ersten besten kleidungsstücke die ihm in die hand kamen an und begab sich zu den beamten die aussagen behauptungen und vermutungen nasdrjows standen in einem so krassen widerspruch zu denen der herren beamten dass auch ihre letzten hypothesen zusammenstürzten nasdrjow war entschieden ein mann für den es überhaupt keine zweifel gab so unsicher und schüchtern die beamten in ihren vermutungen waren so sicher und überzeugt trat er auf er beantwortete alle punkte ohne zu stocken erklärte tschitschikow habe für einige tausend rugel tote seelen eingekauft und er habe ihm selbst welche verkauft weil er keinen grund sehe warum er ihm keine verkaufen solle auf die frage ob tschitschikow kein spion sei und nicht etwas ausspionieren wolle antwortete nasdrjow dass er wohl ein spion sei schon in der schule wo sie zusammen gewesen wären hätte man ihn stets einen spion genannt und alle mitschüler darunter auch er hätten ihn wegen seiner angebereien einmal so verprügelt dass man ihm nachher an den schläfen allein 240 blutegel ansetzen musste er wollte eigentlich 40 sagen aber die 200 kamen ihm irgendwie ganz von selbst von den lippen auf die frage ob tschitschikow nicht falsche banknoten herstelle antwortete er dass er wohl welche herstelle bei dieser gelegenheit erzählte er eine anekdote die von tschitschikows ungewöhnlicher geschicklichkeit zeugte als die behörden erfahren hatten dass er in seinem hause für zwei millionen falsche banknoten habe hatten sie alle türen des hauses versiegelt und wo jede türe je zwei wachtposten gestellt tschitschikow brachte es aber fertig sämtliche banknoten in einer nacht zu vertauschen sodass man am nächsten morgen als man die siegel abnahm nur echte banknoten vorfand auf die frage ob tschitschikow wirklich die absicht gehabt habe die gouverneurstochter zu entführen und ob es wahr sei dass er nasdreow es übernommen hätte ihm in dieser sache zu helfen antwortete nasdreow dass er ihm tatsächlich geholfen habe wenn er ihm nicht beigestanden hätte so wäre aus der sache nichts geworden hier merkte er erst dass diese lüge ihn leicht ins unglück stürzen könnte aber er konnte seine zunge nicht mehr im zaume halten dies fiel ihm umso schwerer als ganz von selbst so interessante einzelheiten kamen dass er auf sie unmöglich verzichten konnte er nannte sogar das dorf in dessen kirche die trauung stattfinden sollte nämlich das dorf truchmatschowka der pope piersidor hätte für die trauung fünfundsiebzig rubel verlangt und wäre auf die sache wohl gar nicht eingegangen wenn er nasdreow ihm nicht mit der drohung angst gemacht hätte ihn anzuzeigen daß er den mehlhändler michailer mit einer gevatterin getraut habe er hätte tschitschikow sogar seinen wagen geliehen und auf allen stationen pferde bereitgestellt die einzelheiten gingen so weit daß er selbst die postkutscher bei ihren namen zu nennen anfing man versuchte die rede auf napoleon zu bringen wurde aber dessen nicht froh denn nasdreow fing einen unsinn zu reden an der nicht nur keine ähnlichkeit mit der wahrheit sondern überhaupt mit nichts ähnlichkeit hatte so daß die beamten aufseufzten und von ihm weggingen nur der polizeimeister allein hörte ihm noch lange zu da er noch immer hoffte dass vielleicht später etwas vernünftiges kommen würde zuletzt gab auch er jede hoffnung auf und sagte das ist weiß der teufel was und alle waren sich darin einig wie sehr man sich auch mit diesem stier abplagt so kriegt man von ihm doch keinen tropfen milch so befanden sich die beamten in einer noch schlimmeren lage als vorher und die sache endete mit der feststellung daß sie unmöglich erfahren können wer tschitschikow sei nun kam es an den tag was für ein geschöpf der mensch ist er ist weise klug und vernünftig in allen dingen die den anderen und nicht ihn selbst angehen was für umsichtige und sichere ratschläge vermag er in schwierigen lebenslagen zu erteilen was für ein kluger findiger kopf schreit die menge was für ein unbeugsamer charakter wenn aber über diesen klugen kopf irgendein unglück herein bricht und er selbst in eine schwierige lebenslage kommt wo ist dann sein charakter der unbeugsame mann ist ganz ratlos und steht wie ein elender feigling wie ein ohnmächtiges schwaches kind da oder einfach wie ein waschlappen wie sich nosdrjow ausdrückte alle diese gespräche vermutungen und gerüchte wirkten aus irgendeinem grunde am stärksten auf den armen staatsanwalt sie machten auf ihn einen so starken eindruck dass er nach hause zurückgekehrt zu grübeln anfing und plötzlich wie man so sagt mir nichts dir nichts den geist aufgab ob ihn der schlag oder etwas anderes getroffen hatte weiß man nicht doch er stürzte wie er so saß plötzlich vom stuhle auf den fußboden man schlug wie es so geht die hände zusammen und schrie ach mein gott dann schickte man nach einem arzt um ihn zur ader zu lassen sah aber daß der staatsanwalt schon eine entseelte leiche war jetzt erst erfuhr man mit bedauern dass der verstorbene wirklich eine seele gehabt obwohl er sie in seiner bescheidenheit niemals gezeigt hatte das phänomen des todes ist aber an einem unbedeutenden menschen ebenso erschütternd wie an einem großen mann derjenige der noch vor kurzem herumgegangen war sich bewegt whist gespielt und allerlei papiere unterschrieben hatte der so oft unter den beamten mit seinen buschigen brauen und dem immer blinzelnden auge zu sehen gewesen war lag jetzt auf dem tische das linke auge blinzelte nicht mehr doch die braue war noch immer wie fragend emporgezogen was der verstorbene eigentlich fragte wozu er gestorben war oder wozu er gelebt hatte das wußte gott allein aber das ist doch unsinn das widerspricht allen gesetzen der logik es ist unmöglich dass die beamten sich selbst solche angst eingejagt einen solchen unsinn geschaffen und sich so weit von der wahrheit entfernt haben konnten wo doch auch ein kind einsehen musste worum es sich hier handelte so werden manche leser sprechen und dem autor mangel an logik vorwerfen oder aber die armen beamten dummköpfe nennen denn der mensch geht mit dem worte dummkopf sehr freigiebig um und ist zwanzigmal am tage bereit es auf seinen nächsten anzuwenden es genügt unter zehn eigenschaften eine einzige dumme zu haben um trotz der neuen guten eigenschaften für einen dummkopf gehalten zu werden der leser hat es leicht zu urteilen wenn er alles aus seinem ruhigen winkel aus von seinem hohen standpunkte herab betrachtet von wo aus er den ganzen horizont überblicken kann und alles was unten geschieht wo der mensch nur die allernächsten dinge sehen kann in der weltchronik der menschheit gibt es ja auch ganze jahrhunderte die man als überflüssig streichen und ausmerzen möchte gar viele verirrungen hat es in der menschheitsgeschichte gegeben in die heute wohl nicht mal ein kind verfallen würde was für krumme dunkle enge unwegsame abseits führende straßen hat schon die menschheit in ihrem streben nach der ewigen wahrheit eingeschlagen während vor ihr ein gerader weg lag gleich dem wege zum prunkbau der dem könig zum ballast bestimmt ist von der sonne bestrahlt und die ganze nacht von flammen erhellt ist er breiter und prachtvoller als alle wege die menschen gingen aber an ihm vorbei durch dichte finsternis und wie oft brachten sie es fertig selbst wenn der himmel ihnen den wahren weg gewiesen von diesem abzuirren am helllichten tage in unwegsame wüsteneien zu geraten einander die augen in nebel zu hüllen und sumpflichtern folgend an den rand eines abgrundes zu gelangen um sich dann entsetzt zu fragen wo ist der ausweg wo ist die straße jede lebende generation sieht dieses klar ein sie wundert sich über die verirrungen sie lacht über die unvernunft ihrer vorfahren übersieht aber dabei dass diese chronik mit himmlischen flammen geschrieben ist dass jeder buchstabe in ihr schreit dass von allen seiten ein finger auf sie selbst auf die lebende generation hinweist doch die lebende generation lacht und beginnt stolz und selbstbewusst eine reihe von neuen verirrungen über die die nachkommen ebenso lachen werden tschitschikow aber wußte von alledem nichts das schicksal fügte es dass er sich gerade um diese zeit eine leichte erkältung zuzog dazu eine geschwollene backe und eine kleine halsentzündung erscheinungen mit denen das klima vieler unserer gouvernementstädte äußerst freigiebig zu verfahren pflegt damit sein lebensfaden gott behüte nicht reiße ehe er eine nachkommenschaft gezeugt habe entschloss er sich lieber drei tage das zimmer zu hüten im laufe dieser tage gurgelte er beständig mit milch die mit einer feige abgekocht war welche letztere er jedes mal verzehrte und trug ein säckchen mit kamillen und kampfer an die wange gebunden um die zeit irgendwie totzuschlagen fertigte er mehrere neue ausführliche verzeichnisse der neu erworbenen bauern an las sogar einen band der herzogin von la valière der sich zufällig in seinem koffer fand sah die verschiedenen zettelchen und gegenstände durch die er in seiner schatulle verwahrte las manche noch einmal und zuletzt wurde ihm dies alles langweilig er konnte sich unmöglich erklären warum keiner der städtischen beamten ihn besuchte um sich nach seinem befinden zu erkundigen während erst vor kurzem stets irgendeine droschke vor seinem gasthause gewartet hatte entweder die des postmeisters oder die des staatsanwalts oder die des kammervorsitzenden während er in seinem zimmer auf und ab ging zuckte er nur die achseln endlich fühlte er sich etwas besser und war unsagbar froh als er die möglichkeit sah wieder an die frische luft zu gehen ohne auch nur einen augenblick zu verlieren machte er sich sofort an die toilette öffnete die schatulle goss heißes wasser ins glas holte pinsel und seife hervor und fing mit dem rasieren an wozu es übrigens schon längst zeit war als er seinen bart mit der hand betastete und einen blick in den spiegel warf rief er aus gott ist das ein wald es war zwar kein wald aber immerhin eine recht dichte saat die an seinen wangen und kinn aufgegangen war nachdem er sich rasiert hatte zog er sich so schnell an dass er dabei beinahe aus seiner hose heraussprang endlich war er angekleidet mit kölnischem wasser besprengt und trat recht warm eingehüllt vorsichtshalber mit verbundener backe auf die straße sein ausgang war wie der eines jeden nach einer krankheit wiederhergestellten menschen gleichsam ein fest alles was ihm in den weg kam schien zu lachen die häuser und die vorbeigehenden bauern die übrigens recht ernst reinblickten und von denen schon mancher seinem bruder eine maulschelle versetzt hatte seinen ersten besuch wollte er beim gouverneur machen unterwegs kamen ihm verschiedene gedanken in den sinn so dachte er an die blondine seine fantasie ging ein wenig durch und er begann schon selbst über sich zu lachen in dieser geistes verfassung langte er vor dem hause des gouverneurs an er hatte schon angefangen im flur eilig seinen mantel abzulegen als der portier ihn durch folgende unerwartete worte in erstaunen versetzte ich darf sie nicht vorlassen wie was fällt dir ein du hast mich wohl nicht erkannt schau mich doch mal ordentlich an sagte zu ihm tschitschikow wie soll ich sie nicht erkannt haben ich sehe sie doch nicht zum ersten mal sagte der portier sie allein darf ich nicht vorlassen jeden anderen aber wohl was sagst du bloß wieso warum so ist mir befohlen worden es darf halt nicht sein sagte der portier und fügte dem noch ein ja hinzu darauf nahm er eine ganz ungezwungene haltung ein und zeigte nichts von jenem freundlichen ausdruck mit dem er ihm sonst immer aus dem mantel half wie er ihn so ansah dachte er sich wohl aha wenn dich die herrschaften nicht über die schwelle lassen so musst du wohl ein ganz gemeiner bursche sein unbegreiflich dachte sich tschitschikow und begab sich sofort zum kammervorsitzenden als aber der vorsitzende ihn erblickte geriet er in solche verlegenheit dass er keine zwei vernünftigen worte hervorbringen konnte und so dummes zeug zusammenschwatzte das alle beide sich genieren mussten tschitschikow verließ ihn und versuchte unterwegs zu erraten was für einen sinn wohl die worte des vorsitzenden gehabt hätten konnte aber nichts begreifen darauf besuchte er die anderen den polizeimeister den vizegouverneur den postmeister aber diese empfingen ihn entweder überhaupt nicht oder so seltsam und fingen so konfuse und unverständliche gespräche an dass er an ihrer zurechnungsfähigkeit zweifeln musste er versuchte noch den einen und den anderen anzutreffen um wenigstens den grund zu erfahren er fuhr aber nichts wie im halbschlafe irrte er planlos durch die stadt und konnte noch immer nicht begreifen ob er selbst verrückt geworden sei oder die beamten den kopf verloren hätten ob das ganze sich im traume abspiele oder ob in wirklichkeit etwas so dummes begonnen hätte was noch dümmer wäre als jeder traum recht spät in der abenddämmerung kehrte er in seinen gasthof zurück den er in einer so guten laune verlassen hatte und ließ sich vor langeweile tee geben in nachdenklichkeit und ratlosigkeit über seine seltsame lage versunken schenkte er sich den tee ein als plötzlich die türe seines zimmers aufging und vor ihm ganz unerwartet nostriow stand nicht umsonst sagt das sprichwort für einen freund sind auch sieben werst keine entfernung sagte nostriow die mütze abnehmend wie ich eben vorbeigehe sehe ich licht im fenster ich will mal nachsehen denke ich mir er schläft wohl noch nicht ah es ist schön daß du tee auf dem tische hast ich will gerne ein tässchen trinken heute habe ich zu mittag einen ganz scheußlichen fraß gegessen und fühle daß in meinem magen etwas losgeht laß mir mal eine pfeife stopfen wo ist denn deine pfeife ich rauche doch keine pfeife sagte tschitschikow trocken unsinn als ob ich nicht weiß dass du ein raucher bist hey wie heißt doch dein diener hey wachramei hör mal er heißt nicht wachramei sondern petruschka wieso früher hast du doch einen wachramei gehabt niemals habe ich einen wachramei gehabt ja es stimmt der jorbin hat einen wachramei denk dir nur was für einen dusel dieser der jorbin hat seine tante hat sich mit ihrem sohn entzweit weil er eine leibeigene geheiratet hat und hat nun ihr ganzes vermögen dem neffen vermacht ich denke mir wie schön wäre es doch auch so eine tante für die zukunft zu haben ja bruder warum hast du dich plötzlich von allen zurückgezogen und lässt dich nirgends mehr blicken gewiß ich weiß du beschäftigst dich zuweilen mit den wissenschaften und liest gerne woraus nastriow schloß daß unser held sich mit den wissenschaften beschäftige und gerne las das können wir offengestanden unmöglich erklären noch viel weniger wußte es tschitschikow ach bruder tschitschikow wenn du bloß gesehen hättest das wäre wirklich ein fressen für deinen satirischen geist warum tschitschikow einen satirischen geist haben sollte war gleichfalls unbekannt denke dir nur beim kaufmann lichatschow gab es neulich ein spielchen wie wir da alle lachen mussten perebendjow der mit mir war sagte ach wenn doch der tschitschikow hier wäre das wäre was für ihn tschitschikow hatte solange er lebte keinen perebendjow gekannt gestehe es nur bruder es war wirklich gemein von dir als du mit mir dame spieltest ich hatte doch das spiel gewonnen ja bruder du hast mich einfach begaunert aber ich kann hol mich der teufel keinem menschen zürnen neulich mit dem vorsitzenden ach ja ich muss dir noch sagen die ganze stadt ist jetzt gegen dich sie glauben dass du falsche banknoten machst sie versuchten mich auszufragen aber ich trat mit leib und seele für dich ein habe ihnen eingeredet dass ich dich noch von der schule her kenne und auch deinen vater gekannt habe das muss ich schon sagen ich habe ihnen etwas ordentliches zusammengelogen was ich mache falsche banknoten rief tschitschikow aus und erhob sich von seinem stuhl warum hast du ihnen aber solche angst eingejagt fuhr nastrov fort sie sind vor schreck hoß der teufel ganz verrückt geworden haben dich auch zu einem spion und räuber erklärt der staatsanwalt ist aber vor schreck gestorben morgen ist die beerdigung gehst du nicht hin die wahrheit zu sagen haben sie furcht vor dem neuen generalgouverneur dass es deinetwegen einen skandal gibt was den generalgouverneur betrifft so bin ich der ansicht dass er wenn er gar zu stolz und vornehmen tut mit dem adel nichts anfangen kann der adel will freundlich angefasst sein nicht wahr gewiß er kann sich in seinen vier wänden einsperren und keinen einzigen ball geben was erreicht er aber damit damit kann er nichts gewinnen du hast aber eine riskante sache unternommen tschitschikow was für eine riskante sache fragte tschitschikow besorgt nun die entführung der gouverneurstochter offen gestanden habe ich es von dir erwartet bei gott ich habe es erwartet schon als ich euch zum ersten mal auf dem ball zusammensah nicht umsonst dachte ich mir sitzt tschitschikow bei ihr übrigens hast du nicht die richtige wahl getroffen ich kann an ihr wirklich nichts finden bikassov hat aber eine verwandte eine tochter seiner schwester das ist ein mädel da kann man wohl sagen ein wunder gottes was redest du eigentlich ich will die gouverneurstochter entführen was fällt dir ein sagte tschitschikow und glotzte ihn an hör auf bruder was bist du doch für ein geheimnis krämer offen gestanden bin ich jetzt zu dir gekommen um dir meine hilfe anzubieten ich will dir den gefallen tun und bei der trauung den zeugen machen ich stelle auch den wagen und die pferde bei doch nur unter der bedingung du mußt mir dreitausend rubel pumpen es ist für mich eine lebensfrage während nosdrjof so schwatzte rieb sich tschitschikow einige mal die augen um sich zu vergewissern dass er nicht träume die herstellung falscher banknoten die entführung der gouverneurstochter der tod des staatsanwalts an dem er die schuld tragen sollte die ankunft des generalgouverneurs dies alles machte ihm ordentlich angst nun wenn es schon so weit gekommen ist sagte er sich so darf ich nicht länger säumen und muss mich schleunigst aus dem staube machen er bemühte sich nasdrjof so schnell als möglich loszuwerden ließ sofort selifan kommen und befahl ihm bei sonnenaufgang bereit zu sein um schon um sechs uhr früh abreisen zu können selifan sollte alles nachsehen den wagen schmieren und so weiter selifan sagte zu befehl pawel iwanowitsch blieb aber noch eine weile unbeweglich vor der türe stehen der herr befahl petruschka den koffer der schon ordentlich verstaubt war unter dem bette hervorzuziehen und fing an mit hilfe des dieners alle seine habseligkeiten ganz wahllos hineinzupacken socken hemden gewaschene und schmutzige wäsche schuhleisten einen kalender alle diese dinge kamen ohne jedes system in den koffer tschitschikow wollte unbedingt schon am abend fertig sein damit seine abreise am nächsten morgen keinen aufschub erleide nachdem selifan an die zwei minuten vor der türe gestanden hatte verließ er sehr langsam das zimmer so langsam wie man es sich nur vorstellen kann stieg er die treppe hinunter auf den ausgetretenen stufen die spuren seiner nassen stiefel zurücklassend dabei kratzte er sich den nacken was mochte das kratzen in diesem falle bedeuten und was bedeutet es überhaupt war es der ärger daß die plötzliche abreise eine von ihm mit einem kollegen in einem unansehnlichen pelze und gürtel verabredete zusammenkunft in einer kaiserlichen brandweinschenke unmöglich machte oder hatte er an dem neuen ort eine liebschaft angefangen so daß das abendliche stehen vor dem tore und das galante drücken der weißen hände zu der stunde wo die dämmerung sich über die stadt herabsenkt ein bursche im roten hemde vor dem hausgesinde auf der balalaika klimpert und die zusammengewürfelte abgehetzte volksmenge leise reden führt ein ende nehmen sollte oder tat es ihm einfach leid das warme plätzchen in der gesindeküche unter dem schafspelze am ofen und die kohlsuppe mit dem weichen städtischen fleischkuchen zu verlassen um sich wieder unter regen und unwetter über die landstraßen zu schleppen das weiß gott allein erraten kann man's nicht gar vieles bedeutet beim russischen volke dieses kratzen im nacken